Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Sie hören Agatha Raisin und der tote Ehemann von MC Beaton. Gesprochen von Julia Fischer. Es war noch eine Woche bis zur Hochzeit von Agatha Raisin und James Lacey. Die Bewohner von Carsley in den englischen Cotswolds waren enttäuscht, dass Agatha nicht in der Dorfkirche heiraten wollte, sondern auf dem Standesamt in Merster. Mrs. Bloxby, die VKs Frau, wunderte und kränkte es. Allein Agatha wusste, dass ihr jeder Beweis dafür fehlte, verwitwett zu sein und sie möglicherweise im Begriff war, Bigamie zu begehen. Aber sie war verrückt nach ihrem gutaussehenden Nachbarn James Lacey und hatte schreckliche Angst, ihn zu verlieren, sollte sie die Hochzeit aufschieben, bis sie einen Beweis für das Ableben ihres ersten Ehemannes aufgetrieben hatte. Sie hatte den Trunkenbold Jimmy Raisin seit Jahren nicht gesehen. Er musste tot sein. So musste Agatha lediglich Erklärungen und Formulare unterschreiben, ohne Dokumente vorzulegen, ausgenommen ihren Reisepass, der immer noch auf ihren Mädchennamen lautete. Agatha Stiles. Der Hochzeitsempfang sollte im Gemeindesaal stattfinden und beinahe ganz Carsley war eingeladen. Doch ohne dass Agatha es ahnte, arbeiteten bereits geheime Kräfte gegen sie. Bei diesen Kräften handelte es sich hauptsächlich um den jungen Roy Silver, der einstmals mit ihr befreundet gewesen war, neuerdings jedoch einen Groll gegen sie hegte, weil er sich von Agatha um eine erstklassige PR-Chance gebracht sah. Roy hatte früher in Agathas Werbeagentur gearbeitet und war zu der Firma gewechselt, an die Agatha verkaufte, als sie in den vorzeitigen Ruhestand ging. Nun hatte der beleidigte Roy in einem Anfall von Bosheit eine Privatdetektivin engagiert, die Agathas Ehemann aufspüren sollte. Roy mochte Agatha fraglos so gerne, wie er überhaupt jemanden mögen konnte. Doch als sie ihren letzten Mord verlöste und erhoffte, dass auch ein wenig Glanz auf ihn fallen würde, hatte Agatha seine Beteiligung schlicht unterschlagen. Von all dem ahnte die selige Agatha nichts. Sie bot ihr Cottage zum Verkauf an, um nach der Hochzeit zu James nach nebenan zu ziehen. Hin und wieder trübten dennoch kleine Anflüge von Angst ihr Glück. Obwohl James das Bett mit ihr teilte und sie oft zusammen waren, hatte sie das Gefühl, ihn eigentlich nicht zu kennen. Er war ein pensionierter Colonel und in die Kotswolds gezogen, um dort ein Buch über Militärgeschichte zu schreiben. Doch er blieb irgendwie verschlossen und distanziert. Sie redeten über Mordfälle, die sie gemeinsam gelöst hatten, über Politik oder die Leute im Dorf, aber nie über ihre Gefühle füreinander. James war ein Liebhaber, der nicht viel sprach. Agatha war eine Frau in mittleren Jahren, direkt, bisweilen etwas schroff, die sich aus ärmlichen Verhältnissen zur erfolgreichen Geschäftsfrau hochgearbeitet hatte. Bevor sie sich in die Kotswolds zurückzog, hatte sie keine Freunde gehabt, denn sie war der Überzeugung gewesen, dass ihre Arbeit der einzige Freund war, den sie brauchte. Und so kam es, dass sie, trotz einer gehörigen Portion gesundem Menschenverstand und Ehrlichkeit, in Bezug auf James vollkommen blind war. Das lag nicht bloß an der Liebe, sondern auch daran, dass Agatha noch nie zuvor echte Nähe zugelassen hatte und ihr James' mangelnde Fähigkeit zu kommunizieren deshalb normal erschien. Roy Silver beäugte die Detektivin, die er angeheuert hatte. Sie war Mitte 30 und hieß Iris Harris. Mrs. Harris, nicht Miss Gott bewahre, war eine glühende Feministin, weshalb Roy sich bereits gefragt hatte, ob sie tatsächlich gut in ihrem Job war oder sich vor allem darauf spezialisiert hatte, ihre Klienten über Frauenrechte aufzuklären. Umso erstaunter war er, als sie ihm mitteilte, ich habe Jimmy Raising gefunden. Wo? Unter der Brücke in Waterloo. Dann sollte ich lieber zu ihm gehen. Ist er jetzt da? Ich glaube nicht, dass er sich jemals dort wegrührt, es sei denn, um sich neuen Sprit zu holen. Sind Sie sicher, dass er es ist? Iris funkelte in voller Verachtung an. Bloß weil ich eine Frau bin, glauben Sie, ich kann meinen Job nicht machen. Bloß weil ich... Ersparen Sie mir das, birgte Roy sie ab. Ich seh ihn mir mal an. Das haben Sie gut gemacht. Schicken Sie mir die Rechnung. Mit diesen Worten floh er aus dem Büro, ehe sie weitere Reden schwingen konnte. Es dämmerte, als Roy das Taxi an der Waterloo Station bezahlte und zur Brücke ging. Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie dumm es gewesen war, Iris nicht mitzunehmen. Er hätte sie wenigstens nach einer Beschreibung des Mannes fragen sollen. Ein junger Typ, der nüchtern wirkte, hockte vor seinem Pappkarton. Allerdings fand Roy die tätowierten Arme und den kahl rasierten Schädel etwas furchteinflößend. »Kennst du einen Jimmy Raisin?« fragte er schüchtern. »Da drüben, Chef.« Roy spähte in die Dunkelheit. »Wo?« »Dritter Karton links.« Langsam schritt Roy auf den Pappkarton zu. Zuerst dachte er, er wäre leer, aber als er sich bückte und hineinsah, entdeckte er ein paar glänzende Augen. »Jimmy Raisin?« »Ja, was? Bist du vom Sozialamt?« »Ich bin ein Freund von Agatha.« »Agatha Raisin?« Eine ganze Weile herrschte Stille. Dann folgte ein rasselndes Lachen. »Aggie?« »Ich dachte, die ist tot.« »Tja, ist sie nicht. Sie heiratet nächsten Mittwoch. Sie wohnt in Carsley in den Cotswolds und sie denkt, dass sie tot sind?« Aus dem Karton war ein Schaben und Poltern zu hören. Dann erschien Jimmy Raisin auf allen Vieren und richtete sich mühsam auf. Selbst im spärlichen Licht sah Roy, dass der Mann vom Suff gezeichnet war. Er war schmutzig, stank bestialisch und sein Gesicht war von roten Pusteln übersät. Sein Haar war lang und verfilzt. »Hast du Geld?« Roy holte sein Portemonnaie aus der Innentasche seines Jacketts, nahm einen 20-Pfund-Schein heraus und reichte ihn Jimmy. Jetzt schämte er sich richtig. Dies hier hatte Agatha nicht verdient. Am nächsten Morgen wachte Agatha in James' Cottage auf, in James' Bett, wo sie sich gähnend streckte. Sie drehte sich auf die Seite, stützte einen Ellbogen auf und betrachtete ihren Verlobten. Sein dichtes, grau-meliertes Haar war zerwüht, sein hübsches, sonnengebräuntes Gesicht wirkte streng und wieder einmal empfand Agatha leichtes Unbehagen. Männer wie James' Lacey waren für andere Frauen bestimmt, für solche aus angesehenen Familien vom Lande, die in Tweed-Kostümen mit ihren Hunden über Wiesen stapften. Sie hätte ihn gern geweckt und mit ihm geschlafen, aber James wurde morgens niemals intim, nicht einmal nach ihrem ersten herrlichen Mal. Sein Leben war für so etwas zu geordnet und klar strukturiert. Genau wie seine Gefühle, dachte Agatha. Sie schlich ins Bad, wusch sich, zog sich an und ging dann nach unten, wo sie unschlüssig stehen blieb. Hier sollte sie wohnen, inmitten von James' Wälzern aus der Bücherei, den Fotos aus seiner Schul- und Regimentszeit und hier in dieser klinisch sauberen Küche, wo kein Krümel auf den blitzblanken Oberflächen zu finden war, würde sie kochen. Oder nicht? Bisher hatte James immer für sie gekocht. Agatha kam sich wie ein Eindringling vor. James' Eltern lebten nicht mehr, aber Agatha hatte seine elegante Schwester kennengelernt und deren hoch aufgeschossenen Ehemann, einen Börsenmakler. Sie schienen Agatha weder zu noch abgeneigt, obwohl Agatha gehört hatte, wie James' Schwester sagte, na, wenn es das ist, was James will, halten wir uns raus. Es könnte schlimmer sein, irgendein hohlköpfiges Flittchen. Und ihr Mann hatte entgegnet, ein hohlköpfiges Flittchen wäre nachvollziehbar gewesen. Nicht unbedingt schmeichelhaft, dachte Agatha. Sie beschloss hinüber, in ihr Cottage zu gehen. Nachdem sie dort die Tür aufgeschlossen hatte und von ihren beiden Katern Hodge und Boswell stürmisch begrüßt worden war, blickte sie sich wehmütig um. Ihre Möbel und sonstigen Sachen würden eingelagert werden, weil Agatha James ordentliches Cottage nicht mit ihrem Kram vollstellen wollte, wo er schon zugestimmt hatte, ihre Katzen bei sich wohnen zu lassen. Jetzt wünschte sie, sie hätte vorgeschlagen, dass sie sich zusammen etwas Größeres suchten, damit sie wenigstens einen Teil ihrer Sachen mitnehmen könnte. Sie fütterte ihre Kater und öffnete die Hintertür, damit die beiden in den Garten konnten. Es war ein strahlender Tag. Der Himmel spannte sich hoch über den grünen Hügeln und es wehte nur eine leichte Brise. Agatha ging zurück in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen, wobei sie sich genüsslich in dem Chaos umblickte. So etwas würde James niemals erlauben. Es läutete. Detective Sergeant Bill Wong hielt ein großes Paket in den Armen. Endlich habe ich ihr Hochzeitsgeschenk besorgt. Kommen Sie rein, Bill, ich habe gerade Kaffee gekocht. Er folgte ihr in die Küche und stellte den Karton auf den Tisch. Was ist das? fragte Agatha. Bill lächelte, sodass sich kleine Fältchen in den Winkeln seiner mandelförmigen Augen zeigten. Machen Sie auf und sehen Sie nach. Agatha riss das Geschenkpapier von dem Paket. Vorsichtig, warnte Bill, es ist zerbrechlich. Und es war sehr schwer. Ächzend hob Agatha den Gegenstand heraus und zog das Seidenpapier zur Seite, in das er gewickelt war. Zum Vorschein kam ein riesiger goldgrüner Porzellan-Elefant, unbeschreiblich geschmacklos und mit einem großen Loch im Rücken. Agatha starrte ihn benommen an. Wozu ist das Loch? Um Regenschirme hineinzustellen, antwortete Bill stolz. Und? hörte sie Bill fragen. Das wäre doch nicht nötig gewesen, Bill, sagte Agatha aufrichtig gerührt. Er sieht sehr teuer aus. Der ist antik, erklärte Bill, viktorianisch. Für sie nur das Beste. Agatha kamen fast die Tränen. Bill war der erste Freund gewesen, den sie hier kurz nach ihrem Umzug gefunden hatte. Ich werde ihn in Ehren halten, sagte sie entschlossen. Agatha schenkte Bill Kaffee ein. Alles bereit für den großen Tag? fragte er. Alles bereit. Er sah sie prüfend an. Keine Zweifel oder Ängste? Sie schüttelte den Kopf. Ich habe sie das nie gefragt, aber woran ist ihr erster Mann eigentlich gestorben? Agatha drehte sich weg von ihm und strich ein Geschirrtuch glatt. Alkoholvergiftung. Und wo ist er begraben? Bill, es war keine glückliche Ehe und es ist ewig her, deshalb möchte ich lieber nicht daran erinnert werden, okay? Sicher. Ah, es hat geklingelt. Agatha öffnete die Tür. Es war Mrs. Bloxby. Bill stand auf, umzugehen. Ich muss los, Agatha, ich bin ja noch im Dienst. Irgendetwas Interessantes? Keine spannenden Morde für Sie, Miss Marple, bloß einige Einbrüche. Wiedersehen, Mrs. Bloxby. Werden Sie Agathas Trauzeugin sein? Ja, ich habe die Ehre, sagte Mrs. Bloxby. Nachdem Bill gegangen war, zeigte Agatha der Vikars Frau den Elefanten. Ach, du liebe Güte, so einen habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. James hasst ihn garantiert, sagte Agatha finster. Dann wird er sich eben an ihn gewöhnen müssen. Bill ist ein guter Freund. An ihrer Stelle würde ich eine Grünpflanze hineinstellen. Sie wissen schon, so eine mit hängenden Zweigen und großen Blättern. Die würde den Elefanten größtenteils verdecken. Gute Idee, sagte Agatha gleich munterer. Und in die Flitterwochen soll es nach Nordzypern gehen? Wohnen sie in einem Hotel? Arf und ich waren seinerzeit im Dome in Girne. Nein, wir haben ein Haus gemietet. James war früher dort stationiert und hat seinem alten Dolmetscher geschrieben, der damals alles für ihn organisiert hat. Der hat ihm Fotos von einer sehr hübschen Villa außerhalb von Girne geschickt an der Strecke nach Nicosia. Sie sieht himmlisch aus. Übrigens, ich bin gekommen, um ihnen beim Packen zu helfen, sagte die Vikas Frau. Das ist sehr nett, danke, aber ich packe nicht selbst. Ich habe eine von diesen fantastischen Umzugsfirmen engagiert, die sich um alles kümmern. An Agathas Hochzeitstag verzogen sich die Regenwolken und Sonnenlicht glitzerte in den Pfützen. Die tropfengesprengelten Rosen in Agathas Garten verströmten einen berauschenden Duft. Doris Simpson würde während der Flitterwochen Agathas Kater hüten, sodass ihr Cottage nun leer stand. Einzig der Elefant und Agathas Kleider waren in James Cottage umgezogen. Agatha nahm Platz, um sich für ihren großen Tag zu schminken. Sie wischte sich eine dicke Schicht Antifalten Creme ab Ein heftiger roter Ausschlag blühte auf ihrem Gesicht und ihre Haut glühte. Eilig lief sie ins Bad und wusch sich mit reichlich kaltem Wasser. Doch die Rötung blieb. Mrs. Bloxby kam und fand Agatha den Tränen nahe vor. Sehen Sie mich an, jammerte Agatha, ich habe eine neue Creme ausprobiert, Instant Youth, und das ist dabei herausgekommen. Die Zeit drängt Agatha sagte Mrs. Bloxby nervös. Haben Sie kein stark deckendes Make-up, das Sie auflegen können? Agatha entdeckte eine alte Dose mit Kompaktpuder, das sie üppig auftrug. Es hinterließ einen Rand an ihrem Kinn, sodass sie auch den Hals mitschminken musste. Anschließend legte sie noch eine schichtlosen Puder darüber. Lidschatten, Rouge und Wimperntusche folgten. Agatha stöhnte angesichts des maskenähnlichen Effekts, doch daran ließ sich nun nichts mehr ändern. Mrs. Bloxby, die am Fenster stand, sagte, dass die Limousine bereits wartete, die sie nach Merster bringen sollte. So viel zum wichtigsten Tag meines Lebens, dachte Agatha unglücklich. Es war sonnig, allerdings wehte ein böiger Wind, der Agatha den Hut kullerte durch die Lilac Lane und landete in einer Schlampfütze. Ach, du lieber Himmel, sagte Mrs. Bloxby, haben Sie noch einen anderen Hut? Nein, ich gehe ohne, antwortete Agatha und rang mit einem sich ankündigenden Weinkrampf. Auf dem Weg nach Merster gab Mrs. Bloxby es bald auf, sich mit Agatha unterhalten zu wollen. Die künftige Braut war außergewöhnlich schweigsam. Roy Silver war ebenfalls dort. Er fühlte sich nun geradezu frei von jeder Schuld, nachdem er doch nichts weiter unternommen hatte, um Agathas Hochzeit zu ruinieren. Jimmy Raisin war zwar nicht tot, würde es aber bald sein. Und auch wenn er Jimmy gegenüber erwähnt hatte, dass Agatha heiraten wollte und in Carsley lebte, war Jimmy doch so betrunken, ja, sturzbesoffen gewesen, dass er ganz sicher kein Wort von alledem mitbekommen hatte. Fred Griggs, der Polizist von Carsley, unterschied sich insofern von den meisten seiner Kollegen, als dass er gern durchs Dorf spazierte, anstatt mit dem Streifenwagen herumzufahren. Angewidert sah er den Fremden an, der aus nördlicher Richtung auf der Straße ins Dorf gewankt kam. Wie heißen Sie und was wollen Sie hier? fragte Fred. Jimmy Raisin, sagte der Fremde. Jimmy war zum ersten Mal seit Wochen nüchtern. Er hatte in der Unterkunft der Heilsarmee gebadet, sich rasiert und anschließend Geld für eine Busfahrkarte in die Cotswolds erbettelt. Die Heilsarmee hatte ihn auch mit einem anständigen Anzug und einem Paar Schuhen ausgestattet. Sind Sie ein Verwandter von Mrs. Raisin? fragte Fred, auf dessen rundem Gesicht nun ein echtes Lächeln erschien. Ich bin Ihr Mann, sagte Jimmy. Er blickte sich in dem ruhigen Dorf mit den gepflegten Häusern um und stieß einen zufriedenen Seufzer aus. Kann nicht sein, sagte Fred und wurde wieder Jimmy zog ein oft gefaltetes und schmutziges Blatt Papier aus der Tasche, seine Heiratsurkunde, die er irgendwie über die Jahre aufbewahrt hatte. Nun reichte er sie stumm dem Polizisten. Entgeistert rief Fred, dann verhindere ich mal lieber diese Hochzeit. Oh mein Gott, warten Sie hier, ich hole den Wagen. Der Standesbeamte kam nicht dazu, James und Agatha zu Mann und Frau zu erklären. Vorher hörten sie, wie es hinten im Saal unruhig wurde und dann eine laute Stimme. Stopp! Agatha drehte sich langsam um. Sie erkannte Fred Griggs nicht hingegen den Mann, der bei ihm war. Auch wenn Jimmy stark getrunken hatte, als sie ihn vor vielen Jahren verließ, war er ein gut aussehender Mann mit dichten schwarzen Locken gewesen. Der Mann neben Fred hatte schmieriges graues Haar, ein aufgedunsenes Gesicht mit einer Knollennase und seine Schultern hingen nach vorn. Überhaupt sah er viel zu klapprig aus, um den Bierbauch zu schleppen, der ihm über den Hosen bunt quoll. Fred kam hastig auf Agatha zu. Ihr Ehemann ist hier, Agatha. Dies ist Jimmy Raisin. Agatha blickte sich verwirrt um. Er ist tot. Jimmy ist tot. Wovon redet Fred? Ich bin's, Aggie, dein Mann, sagte Jimmy und wedelte mit seiner Heiratsurkunde vor ihrem Gesicht herum. Agatha bemerkte, wie James Lacey neben ihr erstarrte. Wieder sah sie Jimmy Raisin an und unter den Verwüstungen, welche die jahrzehntelange Trinkerei angerichtet hatte, entdeckte sie tatsächlich eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Mann von früher. Wie hast du mich gefunden? fragte sie matt. Jimmy wandte sich um und wies mit den Daumen in Roy's Richtung. Der stand auf einmal vor meinem Karton. Jawohl. Roy quiekte vor Angst, sprang auf und rannte aus dem Raum. Eine von James Tanten, eine dünne Bohnenstange mit einer lauten durchdringenden Stimme, sagte sehr vernehmlich, nein wirklich, James, da hast du all die Jahre die Ehe gemieden und jetzt wirst du in solch einen Schlamassel hineingezogen. Plötzlich war es, als legte sich in Agatha ein Schalter um. Sie sah ihren rechtmäßig angetrauten Ehemann mit blankem Hass in ihren Bären Augen an. Ich bringe dich um, du Schwein, heulte sie auf. Sie versuchte ihm an die Gurgel zu gehen, was Bill Wong jedoch verhinderte, indem er sie nach hinten zog. James Lacey übertönte die entsetzten Ausrufe der Gäste und Verwandten, als er zudem mit offenem Mund dastehenden Standesbeamten sagte, bringen sie uns bitte in ein anderes Zimmer. Dann legte er eine Hand unter Agathas Arm und schob sie hinter dem Standesbeamten her. Bill Wong folgte ihnen zusammen mit Jimmy Raisin. Sobald sie alle in einem staubigen Vorzimmer saßen, sagte James verärgert, natürlich kann es jetzt keine Hochzeit mehr geben. Selbstverständlich nicht, stimmte Bill ihm zu, erst wenn Agatha geschieden ist. Agatha kann sich meinetwegen scheiden lassen, entgegnete James, aber eine Heirat kommt für mich nicht mehr in Frage. Du hast mich belogen, Agatha, und mich lächerlich gemacht, und das werde ich dir nie verzeihen, niemals. Er wandte sich zu Bill. Versuchen sie, dieses Chaos zu regeln, ich verschwinde, hier hält mich nichts mehr. Ich hatte Angst, dich zu verlieren, flüsterte Agatha, doch anstelle einer Antwort hörte sie nur das Knallen der Tür, als James das Zimmer verließ. Du hast es weit gebracht, Aggie, jammerte Jimmy, wie wäre es mit ein bisschen Barem, damit ich hier wieder weg kann. Agatha öffnete ihre Gucci-Tasche und holte ihr Portemonnaie heraus. Grob riss sie einige Geldscheine aus dem Seitenfach und schleuderte sie Jimmy entgegen. Geh mir aus den Augen! Grinsend steckte Jimmy das Geld in seine Tasche. Kein Kuss zum Abschied! Bill schob ihn zur Tür und hinaus auf den Flur, dann kehrte er zu Agatha zurück. Bei allem Respekt, Officer, sagte der Standesbeamte, ich muss darauf bestehen, dass Sie den Herrn als Zeugen zurückholen. Mir scheint, dass Mrs. Raisin eine Anzeige wegen Versuchter Bigamie droht. Nein, das ist nichts als ein schreckliches Missverständnis, entgegnete ihm Bill. Zufällig war ich vor einem Jahr anwesend, als Mrs. Raisin einen Brief von einem alten Bekannten aus London erhielt, dass Jimmy tot wäre. Stimmt es nicht, Agatha? Trotz ihres Elends war Agatha Geistes gegenwärtig genug, um den Rettungsring zu ergreifen, den Bill ihr zuwarf und sie nickte. Wie Sie also sehen, sagte Bill, hatte niemand die Absicht Bigamie zu begehen. Mrs. Raisin hat einen furchtbaren Schock erlitten, deshalb schlage ich vor, dass wir jetzt alle nach Hause gehen. Nun gut, da Sie ein angesehener Vertreter des Gesetzes hier in Merster sind, sagte der Standesbeamte, werde ich kein Wort mehr über die Angelegenheit verlieren. Agatha fuhr zu ihrem Cottage zurück. In dem Haus befand sich nichts außer Bills Porzellan Elefant und ein Koffer mit ihrer Kleidung. James hatte einen Schlüssel für ihr Cottage und musste ihre Sachen herüber gebracht haben. Den Schlüssel hatte er ebenfalls dagelassen. Agatha hatte Mrs. Bloxby gebeten, den Leuten im Gemeindesaal zu sagen, sie sollten eine Party feiern statt des Hochzeitsempfangs. Dann rief sie die Umzugsfirma an, damit diese ihre Sachen zurückbrachte. Agatha hockte auf dem Fußboden in ihrer leeren Küche, hielt den Porzellan Elefanten in den Armen und ließ ihren Tränen freien Lauf, sodass sich tiefe Furchen in ihr Make-up gruben. Ihr war nur vage bewusst, dass das Wetter erneut umgeschlagen war und Regen vom Dach platschte. Ihre beiden Kater saßen Seite an Seite und beobachteten sie interessiert. Es klingelte an der Tür. Agatha wollte nicht öffnen, bis sie die Vikas Frau rufen hörte. Ist alles in Ordnung, Agatha? Agatha! Agatha holte ein Taschentuch hervor, rieb sich damit über das Gesicht und ging zur Tür. Wo ist James? fragte Agatha. Er ist weg. Sein Wagen ist fort und er hat seine Haustür Schlüssel bei Fred Griggs gelassen. Wo ist er hingefahren? Er hat Fred erzählt, dass er ins Ausland fährt und noch nicht weiß, wann er wieder zurückkommt. Oh Gott, schluchzte Agatha, ich könnte ihn umbringen. James? Nein, Jimmy Raisin, den versoffenen Mistkerl. Es war das einzige Richtige, dass ich ihn damals verlassen habe. Ich denke, an ihrer Stelle wäre mir eher danach, Roy Silver umzubringen, bemerkte Mrs. Bloxby verschämt. Aber überlegen Sie doch, dass alles weit katastrophaler hätte enden können, wenn die Sache erst nach der Heirat herausgekommen wäre. Ich weiß nicht, erwiderte Agatha unglücklich. Vielleicht wäre James' Liebe dann groß genug gewesen, um trotzdem zu mir zu stehen. Was haben Sie jetzt vor? Weiß ich nicht. Das Cottage vom Markt nehmen, mich wieder einrichten und ebenfalls verreisen, bis ich das Gefühl habe, dass ich mich wieder im Dorf sehen lassen kann. Es besteht wirklich kein Grund wegzulaufen, Agatha. Ihre Freunde sind alle hier. Ich denke, ich wäre jetzt gerne ein bisschen allein. Können Sie bitte allen sagen, dass Sie mich nicht besuchen sollen? Mrs. Bloxby umarmte sie zum Abschied. Agatha blieb neben dem Elefanten sitzen und starrte blind ins Leere. Drei Stunden später, als die Umzugsfirma vorfuhr, erhob sie sich und ließ die Leute herein. Sie gab den Männern ein großzügiges Trinkgeld und fuhr anschließend zu einer Tankstelle am Fossway außerhalb von Morton in Marsh, die rund um die Uhr geöffnet hatte, um einige Lebensmittel einzukaufen. Sie überlegte, ob sie bei Treasure in Morton vorbeifahren und sich irgendeine Flasche kaufen sollte, um sich zu betrinken. Aber auf einmal war sie vor lauter Unglück so erschöpft, dass sie direkt nach Hause fuhr. Dort badete sie und ging ins Bett, wo sie in einen mit Albträumen gespickten Tiefschlaf fiel. Um fünf Uhr morgens wurde sie wach. Ihr war klar, dass sie nicht wieder einschlafen würde und im Grunde war sie heilfroh, dass die Nacht vorbei war. Also beschloss sie einen langen Spaziergang zu machen, der sie hoffentlich so ermüden würde, dass sie später am Tag noch ein bisschen von ihrem Elend verschlafen konnte. Carsley lag still im grauen Licht eines wässrigen Sonnenaufgangs. Der Regen hatte aufgehört und die Luft war kühl. Das Dorf bestand aus einer Hauptstraße, von der kleine gebogene Seitenstraßen abgingen, so wie die Lilac Lane, in der Agatha wohnte. Agatha ging schneller und schritt den Hügel hinauf. Während sie ging, hatte sie das Gefühl, sich von ihrem Kummer und ihrem Elend fortzubewegen. Doch anscheinend sollte der Albtraum noch nicht vorbei sein. Denn ein Stück weiter kam ihr Jimmy Raisin entgegen. Er war sturzbetrunken, torkelte und murmelte irgendetwas vor sich hin. Aus seiner Jackentasche ragte eine teure Flasche Mord Whisky. Agatha machte auf dem Absatz kehrt und ging in die andere Richtung. Doch er lief ihr stolpernd hinterher. Komm schon, Agatha, brüllte er. Ich bin dein Mann. Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm um. Ein roter Nebel schien vor ihren Augen aufzusteigen, sodass sie nicht einmal den Farmarbeiter Harry Symes mit seinem Traktor den Hügel hinaufkommen sah. Als Jimmy bei ihr war, schlug Agatha ihn mit solcher Wucht ins Gesicht, dass der Diamant ihres Verlobungsrings rings seine Lippe aufschnitt und stieß ihn mit aller Kraft in den Graben. Die Hände in die Hüften gestemmt, stand sie über ihm und keuchte. Wieso stirbst du nicht einfach? Dann lief sie den Hügel hinunter. Eine Stunde später stand die Polizei vor ihrer Haustür und teilte ihr mit, sie stünde unter Verdacht, Jimmy Raisin ermordet zu haben. Detective Chief Inspector Wilkes, Detective Sergeant Bill Wong und Detective Constable Maddie Hurt folgten Agatha ins Wohnzimmer. Agatha war froh, dass Bill dabei war. Wilkes kannte sie bereits. Maddie Hurt hingegen, eine recht herbwirkende junge Frau mit kalten grauen Augen, sah sie zum ersten Mal. Wir müssen sie bitten, uns aufs Revier zu begleiten, sagte Wilkes, nachdem ihr der Haftbefehl verlesen worden war. Zunächst war sie sprachlos vor Schreck, dann sagte Agatha, Jimmy kann nicht tot sein, ich habe ihm eine gelangt und ihn in den Graben geschubst, sonst nichts. Oh mein Gott, ist er auf etwas Hartem aufgeschlagen und hat sich das Genick gebrochen? Auf dem Polizeirevier in Merster wurde sie in einen Verhörraum gebracht, wo das Tonband eingeschaltet wurde und Wilkes mit der Befragung begann. Bei ihm saß ein anderer Detective Sergeant, Bill Wong war verschwunden. Agatha nahm all ihre Kraft zusammen und erzählte, dass sie frühmorgens einen Spaziergang gemacht hatte, weil sie nicht schlafen konnte. Sie war umgekehrt, als ihr der sichtlich betrunkene Jimmy entgegenkam, doch er war ihr nachgelaufen. Da hatte sie die Beherrschung verloren, ihn geohrfeigt und in den Graben gestoßen. Sie hatte ihn auch angeschrien und ja, sie befürchtete, dass sie gebrüllt hatte, er solle sterben. Falls er hart aufgeschlagen und an den Folgen gestorben war, tat es ihr leid, aber sie hatte nicht beabsichtigt, trotzdem hakten die Polizisten immer wieder nach und sprangen mit ihren Fragen ständig vor und zurück, was den Ablauf der Ereignisse betraf. Agatha schöpfte dennoch wieder Mut und verlangte einen Anwalt. Es klopfte an der Tür. Herein, rief Wilkes gereizt. Bill Wong sah ins Zimmer. Auf ein Wort, Sir. Wilkes stellte das Tonband ab und ging nach draußen. Agatha fühlte sich zittrig und schwach. Alles sprach gegen sie. Wer sonst könnte ein Verdächtiger sein? Wer würde einen Trinker umbringen wollen, der normalerweise in einem Pappkarton in Waterloo lebte? Nur Agatha Raisin. Wilkes kehrte mit grimmiger Miene zurück. Er setzte sich, schaltete jedoch das Aufnahmegerät nicht wieder ein. Wo ist James Lacey? fragte er. Weiß ich sagte Agatha. Warum? Hat er ihnen nicht gesagt, wohin er wollte? Nein, wieso? Ich ziehe den Haftbefehl gegen sie zurück, Mrs. Raisin, aus Mangel an Beweisen. Allerdings muss ich sie bitten, das Land nicht zu verlassen. Was ist passiert? Agatha stand auf. Und weshalb fragen sie nach James? Wilkes sortierte die Papiere vor sich auf dem Tisch. Das wäre dann alles, Mrs. Raisin. Zum Teufel mit euch allen, schimpfte Agatha und rauschte aus dem Gebäude. Sie brauchen einen Drink, flüsterte ihr jemand zu. Sie drehte sich um und sah Bill Wong. Kommen Sie, Agatha, ich habe wenig Zeit. Sie gingen im Schatten der Abtei über den Dorfplatz zum The George. Bill bestellte einen Gin Tonic für Agatha und ein halbes Pint Bitter für sich und sie setzten sich an einen Ecktisch. Folgendes ist passiert, sagte Bill hastig. Nach dem vorläufigen Bericht der Gerichtsmedizin wurde Jimmy Raisin mit einer Seiden Karawatte erdrosselt. Sie wurde in dem Feld ein Stück weiter unten am Hügel gefunden. Spuren bei der Leiche entdeckt, die eindeutig von einem Mann stammen. Deshalb ist jetzt die Jagd auf James Lacey eröffnet. Was? Agatha starrte ihn entsetzt an. Die wussten die ganze Zeit, dass Jimmy erdrosselt wurde und ließen mich in dem Glauben, dass ich schuld sein könnte? Am liebsten würde ich die Polizei verklagen. Und was soll das mit James? Er soll meinen Mann ermordet haben? James? Glauben Sie mir, er wird diese Geschichte auf dem Standesamt derart vulgär und geschmacklos gefunden haben, dass er schnellstens so weit weg wie möglich von mir wollte. Auf keinen Fall ist er in der Nähe des Dorfes geblieben, um Jimmy umzubringen. Dazu sind Wut und Leidenschaft nötig, und die wiederum würden voraussetzen, dass er mich liebt. Vergessen Sie noch hätte er zu mir gestanden, wenn er mich wirklich liebte, erwiderte sie. Und wissen Sie, was ich jetzt für ihn empfinde? Nichts. Absolut nichts. Agatha machte sich auf den Weg zum Taxi Stand am Markt. Bill kehrte aufs Revier zurück, wo Maddie Hurt schon auf ihn wartete. Hast du etwas über Lacey aus ihr heraus bekommen? fragte sie ungeduldig. Bill erzählte Er fühlte sich wie ein Verräter, weil Maddie ihn zu Agatha geschickt hatte, damit er sie aushorchte. Sie vertraut dir, sagte Maddie, bleib an ihr dran. Hast du heute Abend schon etwas vor? fragte Bill. Ich dachte, wir könnten vielleicht ins Kino gehen. Heute nicht, Bill, zu viel zu tun. Und willst du nicht hier sein, wenn sie Lacey her bringen? Natürlich. Bill gesehen von Maddie und ihm in der letzten Kinoreihe, sein Arm um ihre Schultern gelegt, aus seinem Kopf. Etwas Gutes gibt es aber doch, dachte Agatha erschöpft, als sie den Taxifahrer vor ihrem Cottage bezahlte. Heute kann unmöglich noch mehr passieren. Zumindest glaubte sie das, bis sie sich umdrehte und eine große Frau in einem Tweet-Kostüm an ihrer Pforte erblickte. Haben Sie fest, fragte die Frau. Ich bin Mrs. Hardy, der sie dieses Cottage verkauft haben, und ich stelle mit Entsetzen fest, dass all ihre Sachen noch in dem Haus sind. Ich weiß, dass wir die Verträge bereits unterschrieben haben, aber ich wieder wieder sogar mit Aufschlag. Nein, mir gefällt dieses Cottage. Ich ziehe morgen Abend ein, also räumen sie das Haus, oder ich bringe sie vor Gericht. Agatha drängte sich an ihr vorbei, schloss die Tür auf und ging in die Küche. Nachdem sie zur Uhr gesehen hatte, rief sie die Umzugsfirma an und bat sie, am nächsten Morgen wieder zu kommen und alle ihre an Touristen vermietet wurden. Der Wirt John Fletcher murmelte, dass sie nichts frei hätten, wobei er es vermied, Agatha anzusehen. Auch keiner sonst in dem Pub schien mit ihr reden zu wollen. Agatha ließ ihren Drink unangetastet auf der Theke stehen und ging. In Carsley hatte sie nichts mehr verloren. Ihr blieb wohl nichts anderes übrig, als mit derlei düsteren Gedanken bog sie in die Leilag Lane ein, wo ihr Herz sogleich schneller zu schlagen begann. Vor seinem Cottage stieg James Lacey aus seinem Wagen, ging zum Kofferraum und hiefte zwei große Koffer heraus. Als hätte er gespürt, dass er beobachtet wurde, versteiften sich seine Schultern, bevor er die Koffer abstellte und sich umblickte. Zögerlich ging Agatha auf ihn zu. Ihr Ausschlag war verschwunden, doch nun war ihre Haut unnatürlich blass und unter ihren Augen lagen dunkle Schatten. Wo haben sie dich gefunden? fragte Agatha. Ich war noch nicht weit. Die letzte Nacht habe ich im World Hotel in Merster geschlafen und heute Vormittag hat mich dann eine Polizeistreife kurz vor Oxford angehalten. Man konnte mich aber nicht festnehmen, weil es zu viele Zeugen gibt, die bestätigen, dass ich zur Tat Zeit weit weg von Carsley war. Wie geht es Mrs. Bloxby? Ganz gut, nehme ich an, antwortete Agatha verwirrt. Warum? Na, sie hat doch die Leiche gefunden. Was? Haben sie dir das nicht gesagt? Die haben mir rein gar nichts erzählt. Sie haben mich aufs Revier mitgenommen und mir immer wieder dieselben Fragen gestellt. Doch sie haben mir weder verraten, wie er ermordet wurde, noch wer ihn gefunden hat. Die Schufte ließen mich in dem Glauben, dass alles meine Schuld sei, dass ich ihn zu fest gestoßen hätte und er sich das Genick gebrochen hat oder so. Dann hieß es auf einmal, dass sie den Haftbefehl aufheben, weil Jimmy mit einer Krawatte erdrosselt wurde und sie Fußspuren von einem Mann bei der Leiche sichern konnten. Für einen Moment trat Stille ein. Dann fragte James, hat dich die Presse belästigt? Nein, auch wenn das beinahe in ein Wunder grenzt. Spätestens morgen wird es hier sicher von Reportern wimmeln. Soll es ruhig, ich muss sowieso weg. Agatha seufzte. Ich habe mein Cottage an eine Mrs. Hardy verkauft und war so dumm zu glauben, ich könnte das Geschäft wieder rückgängig machen, aber sie zieht morgen ein und damit bin ich raus. Ich war im Red Lion, um mir ein Zimmer zu nehmen, doch wie es aussieht, gelte ich im Dorf noch immer als Hauptverdächtige. John Fletcher sagte, er hätte kein Zimmer. Er konnte mir dabei nicht mal ins Gesicht sehen, genauso wenig wie die anderen. Stimmt, du hattest mir von dieser Hardy erzählt, die dir zwar nicht sympathisch war, aber einen guten Preis bot. Wie konntest du glauben, dass sie es sich anders überlegt? Es kommt eben nicht allzu oft vor, dass ich zuerst auf dem Standesamt bloß gestellt und hinterher wegen Mordes verhaftet werde. Ich konnte wohl nicht klar denken und ich wollte einfach weg von dir, von allem. Er nahm seine Koffer auf und stellte sie gleich wieder ab. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass das der wahre Grund ist. Und welcher soll es sonst sein? Ich vermute, dass wir beide hier bleiben wollen. Agatha schüttelte den Kopf. Gut, wie du willst, sagte James, doch ehe ich nicht herausgefunden habe, wer deinen Mann umgebracht hat, werden wir beide wohl unter Mordverdacht bleiben. Ich weiß nicht, entgegnete Agatha unglücklich. Ich muss erst alle meine Sachen wieder einlagern lassen und mir überlegen, wo ich wohnen soll. Du kannst mein Gästezimmer haben, wenn du willst. Wie bitte? Ich dachte, du wolltest mich nie wiedersehen. Die Situation hat sich geändert. Ich denke, dass du mich zu sehr enttäuscht hast, als dass ich dich noch heiraten will. Tatsache bleibt indes, dass wir bisher gut zusammen gearbeitet haben und gemeinsam klären wir diese Geschichte vielleicht auf. Roy Silver hatte in der Nacht zuvor kein Auge zugetan. Gewöhnlich plagte ihn sein Gewissen nie. Doch nun litt er aufrichtig. Die Geschichte von der geplatzten Hochzeit, gekrönt von dem Mord an Agathas Mann, stand in sämtlichen Zeitungen und irgendein naseweiser Reporter hatte herausgefunden, dass er, Roy Silver, derjenige gewesen war, der Jimmy Raisin auf den Plan gerufen hatte. Sobald er im Büro war, rief Roy bei der Detektivin Iris Harris an und bat sie, schnellstmöglich zu ihm zu kommen. Zappelig und rastlos wartete er, bis sie endlich da war. Mrs. Harris hatte die Zeitungen ebenfalls gelesen und hörte ausnahmsweise ruhig zu, als Roy sie bat, dringend mehr über Jimmy Raisin in Erfahrung zu bringen. Wenn Agatha ihn nicht umgebracht hatte, dann jemand anders und derjenige hatte vermutlich irgendeine Verbindung zu Jimmys Londoner Leben. Jimmy konnte unmöglich all die Jahre nichts weiter getan haben, als billigen Alkohol zu saufen und zu überleben. In der folgenden Woche blieben Agatha und James tagsüber meistens im Haus und trauten sich erst abends heraus, um essen zu gehen. Die Presse belagerte James Cottage von Sonnen auf bis Sonnen Untergang. Agatha hätte es normal gefunden, wenn James und sie über ihre Beziehung und darüber, was mit ihnen passiert war, gesprochen hätten. Doch James redete ausschließlich über den Mord, Politik und das Wetter. Nachts schliefen sie in getrennten Zimmern, seltsam unberührt von der nur wenige Schritte über den schmalen Flur entfernt lag. Die Schrecken der ruinierten Trauung und des Mordes hatten Agathas Leidenschaft den Garaus gemacht. Sie konnte es nicht erwarten, mit den Mordermittlungen zu beginnen. An dem Morgen, als die Türklingel endlich schwieg und das Telefon Ruhe gab, beschloss Agatha nach Mörster zu fahren. Sie ging sich ein neues Kleid kaufen, obwohl sie keines brauchte und einen neuen Lippenstift, den sie zu den gut 20 anderen stellen würde, die sich bereits auf James Bart Ablage stapelten. Nach dem Einkaufen wollte sie sich ein Mittagessen im The George gönnen, vorher allerdings den neuen Lippenstift auflegen. Sie steuerte geradewegs die Damentoilette des Pubs an, las sämtliche wilden Behauptungen auf dem Lippenstift, als handelte es sich um ein Horoskop und öffnete ihn. Doch bevor sie sich schminken konnte, hörte sie eine vertraute Stimme sagen, aber ich bin mit Agatha befreundet, das macht es schwierig für mich. Agatha drehte sich erschrocken um. Dann fiel ihr wieder ein, wie verrückt die Akustik im The George war. Über der Tür befand sich ein Oberlicht, das gewöhnlich offen stand, wie auch an diesem Tag und so konnte man im Waschraum die Unterhaltungen an den Tischen in der Nähe mithören. Das ist Bill Wong, dachte Agatha lächelnd. Sie steckte den Lippenstift unverrichteter Dinge wieder ein und ging zur Tür. Ehe sie dort war, hörte sie eine Frauenstimme. Für mich ist sie immer noch eine mordverdächtige Bill. Sie hätte sich leicht ein paar Herrenschuhe Typ Frau. Agatha blieb stocksteif stehen, den Mund leicht geöffnet und die Hand schon nach der Türklinke ausgestreckt. Hör mal Maddie, das war wieder Bill, ich kenne Agatha und ich weiß, dass sie niemanden umgebracht hat. Sie ist eine wahre Lady. Ach komm schon Bill, so wie du über die alte Schachtel redest, könnte man meinen, dass du ihr jugendlicher Liebhaber bist. Du verlangst von mir, dass ich Agatha ausspioniere und das gefällt mir nicht, sagte Bill. Maddie Hurts Ton wurde schärfer. Ich erwarte, dass du deinen Job als Polizist machst, Bill. Wenn sie es nicht war und Lacey auch nicht, dann muss es jemand aus Jimmys Vergangenheit sein. Ehrlich, mich wundert, dass du sie noch nicht dazu befragt hast. Hätte ich ja, wenn du mir nicht das Gefühl geben würdest, ein Verräter zu sein. Maddie wechselte in eine deutlich weichere Stimmlage. Aber ich würde dich doch nie bitten, etwas Schlimmes zu tun, Bill. War es letzte Nacht schön für dich? Bills Worte klangen voller Zärtlichkeit. Das weißt du doch. Gehen wir, sonst verpassen wir noch den Anfang des Films. Aber du wirst sehen, was du herausbekommen kannst, nicht wahr? Ich fahre heute Abend noch mal zu ihr. Es folgte das Schaben von Stuhlbeinen. Dann entfernten sich Schritte. Plötzlich kam sich Agatha entsetzlich allein vor. Bills Freundschaft war wie ein Fels in der Brandung für sie gewesen. Er war der erste Mensch, mit dem sie sich richtig angefreundet hatte in ihrem bis dahin eher freudlosen Privatleben. Und nun hatte sie das Gefühl, niemanden mehr zu haben, dem sie vertrauen konnte. Bei ihrer Rückkehr bemerkte James Agathas finstere Miene und wollte wissen, was passiert war. Betrübt erzählte Agatha ihm von dem Gespräch, das sie unfreiwillig belauscht hatte. James hörte aufmerksam zu. Dann sagte er, du kannst Bill nicht vorwerfen, dass er sich in eine ehrgeizige Polizistin verguckt hat. Wenn er heute Abend kommt, rede ich kein Wort mit ihm, entgegnete Agatha beleidigt. Und was soll das nützen? Er ist unser einziger Kontakt bei der Polizei. Statt zu schmollen, solltest du ihm schlicht sagen, was du zufällig gehört hast. Maddie hat hässliche Dinge über dich gesagt, Bill nicht. Ich rede nie wieder mit ihm. Agatha sei doch vernünftig. Nein, ich habe es gründlich satt, vernünftig zu sein, rief sie und brach in Tränen aus. James gab ihr ein Taschentuch, holte einen Brandy und riet ihr, sich ein wenig hinzulegen. Agatha trank den Brandy und ging nach oben, um einen Mittagsschlaf zu machen und James versuchte zu arbeiten, als es an der Tür läutete. Er glaubte, dass es ein besonders hartnäckiger Reporter war und normalerweise hätte er nicht geöffnet. Nur war ihm jetzt danach jemandem gehörig den Kopf zu waschen, selbst wenn dieser jemand zufällig Bill Wong war. Also öffnete er und fand sich Roy Silver gegenüber. James packte den völlig überrumpelten Roy kurzerhand am Kragen und schüttelte ihn heftig. Verschwinden sie verdammt nochmal von hier, sie kleine Schmeißfliege, brüllte er ihn an, schüttelte ihn ein letztes Mal und stieß ihn dann von sich, sodass Roy rückwärts stolperte und in der Hecke landete. Ich will ja nur helfen, rief Roy schrill. Ehrlich, ich habe Informationen über Jimmy Raisin und die könnten erklären, warum er umgebracht wurde. Im Ernst, ich habe mich umgehört, um Eggie zu helfen. James, Was reden sie da? Roy befreite sich aus der Hecke und kam ängstlich näher. Ich habe eine Privatdetektivin engagiert, die mehr über Jimmy Raisin herausfinden sollte. Ihren Bericht habe ich mitgebracht. Na gut, sagte James. Kommen Sie rein und ich sehe nach, ob Agatha bereit ist, sich anzuhören, was sie zu sagen haben. Als Agatha nach unten kam, wich Roy nervös hinter einen Stuhl zurück. Er hatte sein Haar blond gefärbt, was sein Gesicht noch schmaler und bleicher erscheinen ließ. Aber Agatha hatte Zeit zum Nachdenken gehabt. Falls Roy brauchbare Informationen besaß, könnten James und sie den Fall aufklären, woraufhin Bill und seine teure Maddie wie die Idioten dastehen würden. Setz dich, Roy, sagte sie. Falls du etwas Wichtiges hast, möchte ich es gerne nicht, dass ich dir verzeihe, was du mir angetan hast. Roy kam um den Stuhl herum und setzte sich, seine Aktentasche auf dem Schoß. Ich wette, du hattest diese Detektivin ursprünglich aus Rache engagiert. Sie sollte herausfinden, ob ich noch verheiratet bin, sagte Agatha. Und dann hast du sie wieder angeheuert, weil du nicht mit deiner Schuld leben konntest, du den schlimmsten Motiven, was, Aggie? Ich dachte, dein Mann wäre tot und ich dachte, du dankst mir vielleicht, wenn ich dir den entsprechenden Beweis zur Hochzeit schenke. Ja, du kannst ruhig schnauben und fluchen, aber es stimmt. Möge mich der Blitz treffen, wenn ich lüge. Agatha sah nach oben zur Decke. Wird er sicher gleich. Das bringt uns doch nicht weiter, mischte sich Roy öffnete die Aktentasche und zog einen Papierstapel heraus. Ich hatte mich gefragt, wie Jimmy so lange überleben konnte, erklärte er. Und anscheinend hatte eine Philanthropin, eine Mrs. Serena Gore Appleton, Jimmy zu ihrem Charity Projekt gemacht und ihn in eine teure Kuhklinik gesteckt. Es war nicht direkt die Betty Ford Klinik, mehr so ein Laden, in dem reiche Trinker ausnüchtern und entgiften, bevor sie wieder weiter zechen. Jedenfalls hat der Entzug bei Jimmy anscheinend geklappt, denn er wurde trocken und hat anschließend als Berater für Mrs. Gore Appletons Organisation gearbeitet, jedem Obdachlosen eine Chance. Und jetzt wird es spannend. Jimmy schien mit Geld nur so um sich zu werfen. Wie meine Detektivin eine Mrs. Iris Harris herausfand, machte Jimmy gerne vor seinen früheren Pennerkumpeln einen auf dicke Hose. Dann nach einem Jahr weg von der Flasche stürzte er plötzlich wieder komplett ab und war bald zurück bei den Bettlern, Junkies und anderen Pennern. Einer von denen, der seit kurzem trocken ist, hat verraten, dass Jimmy bei anderen dauernd nach Schwachstellen suchte. Und als er ganz unten war, scheute er sich nicht, andere für eine Flasche Fusel zu erpressen. Er drohte zum Beispiel sie ans Sozialamt zu verraten, wenn er mitbekam, dass sie jobbten und gleichzeitig Stütze kassierten. Solche Sachen. Roy strahlte triumphierend. Und blitzgescheit wie ich bin, meine Süßen, kam ich zu dem Schluss, dass Jimmy sich garantiert nicht darauf beschränkt hat, die armen Schlucker zu erpressen, sondern dieselbe Nummer bei den Reichen durchgezogen haben dürfte, als er für diese Gore Appleton gearbeitet hat. Es kann also gut sein, dass er eines seiner früheren Opfer in Merster wieder getroffen hat. Und dieses Opfer die Gelegenheit ergriff, sich Jimmy ein für allemal vom Hals zu schaffen. Das scheint mir aber sehr weit hergeholt, sagte James nachdenklich. Hätte Agatha nicht beschlossen, in Merster zu heiraten, wäre Jimmy niemals in die Welt sollte ausgerechnet hier auf einmal eine Pressungsopfer von ihm aufkreuzen. Für einen Moment wirkte Roy ratlos, grinste aber gleich wieder. Tja, ratet mal, wo diese Kurklinik war. In Ashton LaWalls, zehn Meilen außerhalb von Merster. Mag sein, aber Leute, die einen Entzug machen, suchen sich lieber eine Klinik weit weg, nicht als solche Miesmacher, beklagte Roy sich. James wandte sich zu Agatha. Wenigstens hat er uns einen Ansatz geliefert. Wir könnten morgen nach London fahren und nach dieser Mrs. Gore Appleton forschen. Agatha lebte sofort auf, weil sie endlich eine Spur hatten, der sie folgen konnten. Es klingelte wieder an der Tür. Das wird Bill Wung sein, sagte James und stand auf. Agatha packte ihn beim Ärmel. Erzählen wir ihm vorläufig nichts davon, James. Das behalten wir noch für uns. Zunächst sah es aus, als wollte er widersprechen, doch dann nickte er. Bill Wung kam herein und erstarrte, als er Roy sah. Ich dachte, die würden sie umbringen. Aggie und ich sind alte Freunde, erwiderte Roy entrüstet. Ich hatte bloß versucht, ihr Jimmys Totenschein zur Hochzeit zu schenken. Bill warf ihm einen spöttischen Blick zu. Wenn sie es sagen. Roy nahm die Papiere, die James auf den Tisch gelegt hatte und stopfte sie wieder in die Aktentasche. »Was ist das?« fragte Bill. »Pärkram«, antwortete Roy. »Ich bin hier, weil ich Agatha um Hilfe bitten wollte.« Bill sah die drei prüfend an. Die Atmosphäre war angespannt, beinahe feindselig. Sicher war der Druck, unter dem James und Agatha standen enorm, und Bill bereute, dass er nicht früher vorbeigekommen war. »So gerne ich auch gute Nachrichten bringen würde,« sagte er, »finden wir nach wie vor kein Motiv, warum jemand ihren Mann ermordet haben könnte, Agatha. Wäre er in der Obdachlosen-Szene in London umgebracht worden, hätte man sicher angenommen, dass er wegen der Flasche getötet wurde, die er bei sich hatte. Aber hier in den Cotswolds? »Befragt die Polizei in London denn nicht seine alten Kumpel?« fragte James. »Selbstverständlich. Doch wenn die auch nur eine Uniform sehen, machen sie dicht. Wie läuft es hier im Dorf? »Soweit wir es mitbekommen, gelten Agatha und ich nach wie vor als Mörder,« antwortete James. »Erzählen Sie uns, was die Forensiker sagen, Bill. Eigentlich nicht mehr, als ich Agatha schon mitgeteilt habe. Er wurde mit einer Seidenkrawatte erdrosselt. Das klingt vielleicht wie eine Spur, aber die Krawatte kann bei praktisch jedem guten Herrenausstatter im Land gekauft worden sein. Außerdem ist sie ziemlich alt und ausgefranst an den Rändern. »Das war Jimmys eigene Krawatte,« sagte Agatha plötzlich. Er hatte sie nicht um, als sich ihn das letzte Mal sah, doch er trug sie bei der Trauung. Moment mal, vielleicht hatte er sie in der Tasche. Und er würde ja wohl kaum ruhig dastehen und jemandem in seinen Taschen nach einer Mordwaffe wühlen lassen, oder? »Wie sah die Krawatte aus?« fragte Bill. »Ich erinnere mich nicht. Es war eine von diesen, die wie alte Schulkrawatten aussehen, aber keine sind, mit dezenten Streifen in dunkelblau, Gold und grün.« Bill zückte seinen Notizblock und schrieb eilig mit. Dann sagte er, wir wissen waschen hat, bevor er hierher kam. Dort haben sie ihm auch Kleidung gegeben und sicher auch den Schlips. »Wurde er vor dem Erdrosseln geschlagen?« fragte Agatha. »Nur von ihnen.« Er hätte auf keinen Fall stillgehalten und es einfach so geschehen lassen. »Ich glaube, ich hab's«, rief Roy. Er liegt in dem Graben, in den Agatha ihn gestoßen hat. Und ein hellgeblieben ist. Dann nimmt er einen kräftigen Schluck. Vielleicht hat er mit der Flasche zusammen versehentlich die Krawatte aus der Tasche gezogen. Auftritt Mörder. Jimmy liegt im Graben, hat die Flasche am Hals, ihm hängt ein Schlips aus der Tasche. Der Mörder greift sich die Krawatte, er drosselt Jimmy und schwupps haben wir eine Leiche. »Sehr anschaulich kombiniert«, sagte James. »Denkbar wäre es allerdings. Was meinen Sie, Bill?« »Ich meine, dass Sie alle etwas wissen, dass Sie mir verschweigen«, antwortete Bill und sah von einem zum anderen. »Wie geht's Maddie?« fragte Agatha süßlich. Bills rundes Gesicht lief rot an. »Detective Constable Hurd, geht es gut, danke. Grüßen Sie Sie doch bitte herzlich von mir. Die letzte bekannte Adresse der Organisation »Jedem Obdachlosen eine Chance« war in Souterrain in der Ibury Street in Victoria, wie sie James' altem Londoner Telefonbuch entnommen hatten. James wünschte, sie hätten vorher dort angerufen, denn jetzt fanden Agatha und er unter der Adresse lediglich eine Minicab-Firma vor. Der Inhaber, ein großer Jamaikaner, saß lässig in seinem Chefsessel und hatte die Füße auf den Schreibtisch gelegt. »Wir sind auf der Suche nach jedem Obdachlosen eine Chance.« »Ist anscheinend jeder Chef«, antwortete der Mann, »und wie ich schon den anderen gesagt habe, ich kenne die nicht und die interessieren mich auch nicht.« »Warum sollte noch jemand nach Ihnen suchen?« fragte James. »Aus demselben Grund wie Sie, Chef. Die wollen Ihr Geld.« »Haben Sie eine Ahnung, wo wir Mrs. Gore Appleton finden?« fragte Agatha. »Ich habe sie hier nicht versteckt.« Er zuckte mit den kräftigen Schultern, nahm einen Kaffeebecher und trank daraus, wobei er die Anwesenheit der beiden vollkommen zu vergessen schien. »Haben Sie diese Räume von Mrs. Gore Appleton übernommen?« fragte James. Nun fixierte der Mann sie ungeduldig. »Ich habe sie von einem Copyshop übernommen. Davor war hier eine Zeitarbeitsfirma drin, und davor weiß der Geier. Hier hält sich keiner lange. Die Gewerbemieten sind höllisch, können sie mir glauben. Und diese Obdachlosen Leute sind schon seit vier Jahren platt. Sie gaben es auf und gingen. Draußen auf dem Gehweg blieb James stehen und starrte wütend zu Boden. Wenn das eine Wohltätigkeitsorganisation war, muss diese Gore Appleton in der Zeitung gewesen sein, wie sie irgendwas eröffnet oder Vorträge hält. Kennst du einen Journalisten, der uns weiterhelfen kann? Agatha zermartete sich das Hirn nach einem Journalisten, der sie nicht allzu sehr hasste. Als sie noch ihre PR-Agentur hatte, war sie bei der Presse als erbarmungslose Nervensäge verschrien gewesen und zu sein. Ich kenne eine Redakteurin beim Buggle, sagte sie zögernd, Mary Perrington. Fahren wir zu ihr. Sie kämpften sich durch den dichten Verkehr zum East End. Alle großen Blätter waren mittlerweile von der Fleet Street in größere, günstigere Gebäude umgezogen. Schließlich standen sie in der sterilen Eingangshalle des Buggle und warteten zwischen Stahl und Glas, ob ihnen eine Audienz gewährte. Zum Glück für Agatha kam der Nachrichtenredakteur zufällig an Marys Schreibtisch vorbei, als diese zu ihrer Sekretärin sagte, erzählen sie der schrecklichen alten Coup Agatha Raisin, dass ich tot oder auf Reisen oder sonst was bin. Moment mal, sagte der Nachrichtenredakteur, das ist doch die Frau, die in den Cotswolds Mord verwickelt ist. Hol sie rauf und stell mich ihr vor. Kein Reporter hat es geschafft, in ihre Nähe zu kommen. Die Vorstellung, Agatha den Hyänen aus der Nachrichtenredaktion zum Fraß vorzuwerfen, fand Mary sehr reizvoll. Und so wurden Agatha und James nach oben gerufen. Nun, Agatha, sagte Mike, nachdem er sie praktisch in sein Büro gezerrt hatte, ich darf doch Agatha sagen. Nein, antwortete Agatha spitz. Mary hat mir schon gesagt, dass sie eine harte Nuss sind. Wie kann ich ihnen helfen? Sie möchten sicher schnellstens ihren Namen reinwaschen. Von seinem Büro aus blickte man durch eine Glaswand zu den Schreibtischen draußen. Mike winkte und gleich darauf erschienen ein Fotograf und ein Reporter. Was soll das? fragte Agatha. Sie helfen uns, wir helfen Ihnen, erklärte Mike. Ich bin raus, sagte Agatha und wollte zur Tür. Warte kurz, rief James. Verständnislos drehte Agatha sich zu ihm um. Wir brauchen Hilfe, Agatha, sagte James. Und uns hätte klar sein müssen, dass die Journalisten eine Story wollen. Sie sind seit dem Mord hinter uns her. Wir haben nichts zu verbergen. Allerdings wollen wir diese Gore Appleton finden. Warum erzählen wir ihnen nicht einfach, was wir wissen? Damit sich die Polizei fragt, wieso wir ihr nicht verraten, was wir erfahren haben? Bringen wir es hinter uns, Agatha. Du bist jetzt in der Höhle des Löwen und selbst wenn du jetzt hinaus stürmst, wird der Fotograf auf jeden Fall noch ein Bild von dir schießen können. Soll er mal versuchen. Agatha, du bist nicht geschminkt. Das wirkte. Die Interviews und Fotos mussten einem Aufpasser losgeschickt worden war, um Make-up, ein Kleid und hohe Schuhe zu besorgen. Danach erzählten sie, was sie wussten und Agatha und James posierten für Fotos, nachdem Agatha sich versichern ließ, dass die Bild- Redaktion ihr Foto großzügig retuschieren würde. Als jedoch der Reporter im Archiv nach Einzelheiten über Mrs. Gore Appleton forschte, fand er so gut wie nichts. Es sie bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung über Obdachlose gesprochen hatte. Kein Foto. Agatha fühlte sich betrogen, bis James sie darauf hinwies, dass der Presserummel Mrs. Gore Appleton vermutlich aus ihrem Versteck locken würde. Agatha wurde am nächsten Morgen durch ein energisches Klopfen an ihrer Zimmertür aus dem Tiefschlaf geweckt. Sie öffnete und James wedelte mit einer Ausgabe des Buggel. Ist das zu fassen, tobte er. Kein einziges verdammtes Wort steht drin. Gehen wir runter in die Küche, sagte Agatha. Bist du sicher, dass du es nicht übersehen hast? Kein Wort, wiederholte er wütend. Agatha setzte sich an den Küchentisch und breitete die Zeitung vor sich aus. Die Titelzeile lautete Freddy's Coming Out. Ein Komiker, den das britische Publikum für seinen sauberen Humor liebte, hatte öffentlich bekannt gegeben, dass er schwul war. Die zweite Titelgeschichte war über einen Bagel-Reporter, den bosnische Serben erschossen hatten. Von diesen beiden Geschichten haben wir nichts gehört, als wir in der Redaktion waren, sagte Agatha. Die Meldungen müssen nachmittags reingekommen sein und unsere Story verdrängt haben. Dann bringen sie die morgen. Agatha verneinte, denn mit der Presse kannte sie sich aus. Sie werden sie gar nicht mehr verwenden. Direkt nach dem Mord hätten sie die Story gebracht, auf jeden Fall. Aber jetzt ist sie schon zu alt. Er lief in der Küche auf und ab. Das ist so frustrierend. Ich will jetzt irgendwas tun. Die Kurklinik, sagte Agatha, die in die Jimmy geschickt wurde. Wir könnten hinfahren und in den Akten nachsehen, wer gleichzeitig mit ihm dort war und von Jimmy erpresst worden sein könnte. James Miene hält sich auf. Eine Spitzenidee. Wie hieß die Klinik noch? Roy's Notizen liegen im Wohnzimmer sie danach. Aber die werden uns sicher nicht ohne weiteres in ihren Unterlagen blättern lassen, also wäre es vielleicht besser, wenn wir uns unter falschen Namen als Kurgäste anmelden. Wir geben uns als Paar aus. Mr. und Mrs. Perth, das müsste gehen. James eilte nach nebenan, sodass Agatha allein zurückblieb. Sprachlos, angesichts der mangelnden Sensibilität von Männern. Als Paar. das schlug er ernsthaft vor und ohne rot zu werden. Agatha ging zurück nach oben, um sich zu waschen und anzuziehen. Sie wünschte sich sehnlichst ihr Haus zurück. Sollte sie es noch einmal bei Mrs. Hardy versuchen? Eine halbe Stunde später öffnete ihr die große, kräftige Mrs. Hardy die Tür, wieder mal im Look der Landadeligen gekleidet. Ein grausames Funkeln trat Guten Tag, ich hatte mich gefragt, ob sie es sich nicht doch überlegen würden, mir das Cottage zurück zu verkaufen. Ich würde ihnen auch eine großzügige Summe bezahlen. Ach, gehen sie weg, sagte Mrs. Hardy. Ich habe reichlich damit zu tun, mich einzurichten und kann auf diese lästigen Störungen verzichten. Wie ich gehört habe, waren sie früher einmal Geschäftsfrau. Dann benehmen sie sich auch wie eine. Mit diesen Worten knallte sie Agatha die Tür vor der Nase zu. Dämliche alte Pute, fluchte Agatha, als sie wieder drüben bei James war und ihm von Mrs. Hardys strikter Weigerung erzählte, auch nur über ihren Vorschlag nachzudenken. Wieso gibst du es nicht auf? fragte James. Es ist ja nicht das einzige Haus in Carsley. Im Dorf habe ich gehört, könntest ihr Haus kaufen. Agatha sah ihn entsetzt an. Die Boggles wohnen in einem ehemaligen Haus des öffentlichen Wohnungsbaus. Na und? Einige von diesen Häusern sind sehr anständig gebaut. Und dass der Boggles dürfte ziemlich geräumig sein, wenn erst mal ihr ganzer Krempel raus ist. Kauf es doch selbst, murmelte sie. Tu ich vielleicht. Jetzt geh packen. Ich habe uns in der Kurklinik angemeldet. Hunters Fields. Und wir werden heute Abend erwartet. Roy's Notizen nehme ich mit. Nun guck nicht so elend. Vergiss dein Cottage mal für einen Moment. Uns fällt schon eine Lösung ein. Was? Schlangen durch den Brief Schlitz stecken? Hunters Fields war ein großes Herrenhaus inmitten einer schönen Parkanlage. Als James erzählte, welche Preise man hier bezahlen musste, war Agatha schier entsetzt. James bestand darauf, die astronomisch hohe Rechnung allein zu übernehmen. Er behauptete, unlängst von einer Tante geerbt zu haben und folglich recht gut bei Kasse zu sein. Eine hübsche Empfangsdame führte sie in ein geräumiges Zimmer im ersten Stock und sagte ihnen, dass der Direktor gleich zu ihnen käme, um ihnen das Programm und die Einrichtungen der Klinik zu erklären. Das Zimmer verfügte über zwei breite Betten, die ziemlich weit auseinander standen. James und Agatha hatten eben ausgepackt und ihre Sachen in den Schrank gehängt, als der Direktor kam. Ein silberhaariger Mann in maßgeschneiderter Garderobe mit einer kleinen Goldrandbrille und einer freundlichen Ausstrahlung, der sich als Mr. Adder vorstellte. Zunächst einmal werden sie morgen von unserem Arzt untersucht. Wir sind da sehr vorsichtig, denn wir möchten nicht, dass unsere Gäste ein Programm absolvieren, dem sie gesundheitlich nicht gewachsen sind. Er musterte Agatha und James. Sie, Mr. Perth, scheinen mir fit und unsere Hilfe nicht zu brauchen. Meine Frau hatte die Idee. Ach ja, verstehe. Die gütigen Augen fielen auf Agatha und prompt spürte sie, wie jedes einzelne der kleinen Fettpolster, die sich mit den Jahren auf ihre Hüften gelegt hatte, zu wachsen begann. Mr. Adder zählte auf, was das Haus alles bot. Massage, Sauna, Swimmingpool, Tennisplätze und so fort. James sagte, wir würden gerne einen Blick in ihre Kartei werfen. Warum das? Mr. Adders ebenmäßige Züge verzogen sich unter einem leichten Stirnrunzeln. Ein Bekannter von uns, Jimmy Raisin, war bereits bei ihnen und zeitgleich mit ihm könnten einige Freunde von uns hier gewesen sein, die, oh nein, Mr. Perth, unsere Unterlagen sind vertraulich. Das Dinner wird in einer halben Stunde serviert. Nach einer knappen Verbeugung ließ er sie allein. Tja, so viel dazu, sagte Agatha. Dann müssen wir eben in das Büro einbrechen. Nach dem Dinner schlenderten sie umher und entdeckten das Büro seitlich der Eingangshalle. Es hatte ein Glasfenster zum Empfangsbereich, so dass man von draußen auf Aktenschränke und zwei Computer sehen konnte. Doch nicht nur das Büro war abgeschlossen, sondern auch die anderen Räume, die vom Empfangsbereich abgingen. Die Sauna, der Massageraum, ein Behandlungsraum, das Sprechzimmer des Arztes und das Büro des Direktors. Wie kriegen wir die Tür auf? fragte Agatha. Ich habe etwas Werkzeug mitgebracht. James hatte früher schon Schlösser geknackt, jedoch nie erzählt, warum er das entsprechende Werkzeug überhaupt besaß oder woher er es hatte. Er schlug vor, dass sie sich dunkle Kleidung anzogen und sich auf ihre Betten legten. Er wollte den schlief James ein. Agatha lag wach und lauschte ihrem leisen Bauch grummeln. Als sie gerade dachte, dass sie überhaupt nicht mehr einschlafen würde, nickte sie doch noch ein und wurde schließlich vom Schrillen des Weckers jäh aus wirren Träumen gerissen. Zeit zu gehen, sagte James. Hoffen wir, dass es hier keinen Wachmann gibt, der nachts aufpasst, dass die Gäste nicht die Küche plündert. Er öffnete die Zimmertür. Der Korridor war hell erleuchtet. Rasch zog er sich wieder ins Zimmer zurück. Da draußen ist es sehr hell und wir sehen wie ein Einbrecherpärchen aus. Sollen wir vielleicht unsere Morgenmäntel anziehen und behaupten, wir wären auf der Suche nach Essen? Daran werden sie gewöhnt sein. In ihren Akten schränken? Nach Esspapier? Nein, wir sollten uns lieber normal kleiden. Wir haben doch beide Jogging Anzüge. Ziehen wir die an, dann können wir sagen, wir würden laufen wollen. Und falls wir im Büro erwischt werden, erzählen wir, dass wir paranoid sind, was unser Privatleben angeht und sehen wollten, was in unserer Akte steht. In Ordnung, sagte James und begann seine Hose auszuziehen. Auch wenn sie nicht wusste, warum eigentlich, gefiel es Agatha nicht, wie selbstverständlich er sich vor ihr entkleidete. Sie huschte mit ihrem Hauch Puder wäre nicht verkehrt. Vielleicht noch ein Tick Rouge. Und dieser neue rote Lippenstift dürfte gut zu ihrem Jogging anzupassen. Sie griff nach dem Mascara, als James ungeduldig hinter der Tür rief, was machst du denn, Agatha? Dauert das die ganze Nacht? Komme schon! Bedauernd legte sie die Wimperntusche wieder weg und ging hinaus. Während sie James auf den Korridor folgte, wurde ihr wieder einmal bewusst, dass sich ihr Stoffwechsel ausgesprochen schlecht mit gesunder Nahrung vertrug. Sie hätte schwören können, dass sie übelsten Mundgeruch hatte und ihr Bauch war wie aufgeblasen. Sie fiel ein Stück hinter James zurück und hauchte in ihre Hände, um an ihrem Atem zu riechen. Doch James blickte sich zu ihr um und zischte, was ist denn jetzt schon wieder? Nichts, murmelte Agatha, schloss Ehrenalters wachten, dass sie nicht pupsen musste. Die Stille im Gebäude war erdrückend. Sie gelangten bis in die Empfangshalle ohne jemandem zu begegnen. Als sie vor dem Büro standen, raumte James, es ist ein simples Yale-Schloss, eine Scheckkarte sollte es tun. Er zauberte eine aus seiner Tasche und machte sich ans Werk. Agatha stand hinter ihm und horchte auf das Rumoren in ihrem Bauch. Überall brannten Lichter. Sie hatte eine Taschenlampe mitgebracht, aber sowohl die Halle als auch das Büro waren heller leuchtet. Es ertönte ein Klicken, woraufhin James zufrieden brummte und die Tür öffnete. Wo fangen wir an, flüsterte Agatha und blickte zu den Computern. Mit einem von denen? Sie haben diese altmodischen Aktenschränke. Ich wette, die Unterlagen aus der Zeit von Jimmys Aufenthalt sind in einem von denen. Er probierte es mit der obersten Schublade eines Schranks und sie glitt widerstandslos auf. Gut, hoffen wir, findet sich etwas unter Raisin. Er ging beide Aktenschränke durch, ohne fündig zu werden. Was jetzt? fragte er. Versuch es unter Gore Appleton, drängte Agatha. Jimmy hätte sich nie einen Laden wie diesen leisten können, also wird sie für ihn gebucht und bezahlt haben. Er suchte weiter, während Agatha aus dem Bürofenster in die Halle starrte, ob jemand kam. Schließlich sagte James, ich hab's. Gore Appleton, 400A Charles Street Mayfair, Buchung für Mr. J. Raisin. Agatha stöhnte. Wie finden wir heraus, wer gleichzeitig mit ihm hier war? Wenn ich das wüsste. Warte, wir haben uns doch in ein Gästebuch eingetragen, das relativ neu war. Die Alten müssten irgendwo hier sein. Was ist mit dem Schrank da drüben? Abgeschlossen, stellte James fest, aber leicht aufzubrechen. Agatha wartete, während er das Schloss bearbeitete und wurde von Minute zu Minute nervöser. Ihr Glück konnte unmöglich unbegrenzt andauern. Würde sie es hören können, wenn jemand kam? Im ganzen Haus lag dicker Teppichboden. Da wären wir, sagte James, mal sehen. Er holte ein kleines Notizbuch hervor und begann zu schreiben. Beeil dich, flehte Agatha ihn an. Erledigt, sagte er nach weiteren qualvollen Minuten. Packen wir alles wieder weg und schließen ab. Agatha atmete erleichtert auf, als sie sich wieder in der Eingangshalle befanden. Was hast du gefunden? fragte Agatha, als eine sanfte Stimme von der Treppe her erklang, die sie beide zusammen zucken ließ. Brauchen sie etwas? fragte Mr. Adder, der einen schwarzen Morgenmantel mit goldenem Kordelgürtel trug. Seine Augen hinter den Brillengläsern blitzten. Nein, alles bestens, antwortete James gelassen. Wir waren bloß laufen. Ach ja? Mr. Adder kam näher und starrte auf das Notizbuch, das James gerade in seine Tasche steckte. Wie sind sie aus dem Haus gekommen? Die Türen werden um Mitternacht abgeschlossen. Die Treppen rauf und runter, sagte Agatha. Die Treppen rauf und runter? Ach, ich bin ja so albern, antwortete Agatha aufgekratzt. Ich habe diese Stufendinger zu Hause, Sie wissen schon, dieses Trainingsgerät. Tja, reine Eitelkeit, denn ich möchte unbedingt fit sein, wenn ich morgen die Untersuchung habe. Deshalb habe ich zu James gesagt, lass uns die Treppe rauf und runter laufen. Die ist so dick mit Teppich ausgelegt, dass es sicher keinen stört. Mr. Adders Blick war unangenehm prüfend. Dann sind Sie in weit besserer Form, als ich dachte, Mrs. Perth. Sie sind weder außer Atem noch verschwitzt. Oh, danke. Ich muss wirklich recht fit sein, obwohl ich gestehe, dass ich nun doch ein bisschen müde bin. Sollen wir ins Bett zurück, Schatz? Gute Idee, sagte James. Bis morgen, Mr. Adder. Der Klinikleiter versperrte ihnen den Weg. Sie sollten nicht versuchen, ihr eigenes Fitnessprogramm nebenher weiterzumachen, sonst verschwenden Sie mit Ihrem Aufenthalt Ihr Geld und unsere Zeit. Wandern Sie also bitte nicht nachts hierherum. In Ordnung, sagte James, legte einen Arm um Agatha und führte sie an Mr. Adder vorbei. Auf halber Treppe blickte Agatha sich um und sah, wie Mr. Adder sich vergewisserte, dass die Bürotür verschlossen war. Puh, machte sie, als sie wieder in ihrem Zimmer waren. Meinst du, er hat es geschluckt? Nein, aber wahrscheinlich dachte er, dass wir nach der Küche gesucht haben und hat die Bürotür nur sicherheitshalber überprüft. Okay, ich habe aus dem Gästebuch alle Gäste aus der Gegend um Merster notiert, die zur selben Zeit eingetragen waren wie Jimmy. Er schlug sein Notizbuch auf. Da haben wir Sir Desmond Darrington und Lady Darrington, eine Miss Janet Purvey und eine Miss Gloria Comfort. Aber als erstes werden wir zur Charles Street in London fahren und nachsehen, ob Mrs. Gore Appleton noch dort wohnt. Danach nehmen wir uns diese Namen vor. Hast du für die ganze Woche im Voraus bezahlt? fragte Agatha. Ja. Findest du nicht, dass wir dann auch die Woche bleiben sollten, damit sich die Ausgabe lohnt? Ich würde vor Langeweile eingehen, sagte James und drehte sich zur Seite, um nach seinem Pyjama zu greifen. So entging ihm Agathas gekränkter Gesichtsausdruck. In der Charles Street, die vom Berkeley Square abging, erreichten sie nichts. Hier hatte nie eine Mrs. Gore Appleton gewohnt. Hatte sie nicht mit Scheck oder Kreditkarte bezahlt? fragte Agatha. Nein, bar. So stand es in den Unterlagen. Verflucht! Was jetzt? Zurück nach Carsley. Morgen versuchen wir es bei Sir Desmond Darrington. Sir Desmond Darrington wohnte in einem hübschen Herrenhaus einige Meilen außerhalb von Merster in Richtung Oxford. Als sie auf das Haus zufuhren, bemerkte Agatha ein Plakat an einem Baumstamm neben der Straße, dem zufolge Sir Desmonds Garten an diesem Tag zur Besichtigung geöffnet war. Hoffentlich ist er persönlich da, sagte James, als Agatha ihn darauf hinwies, und hat sich nicht verdrückt, während Damen aus dem Dorf die Leute herumführen. Für Agatha, die mittlerweile verzweifelt nach jemandem suchte, der wie ein Mörder aussah, war Sir Desmond eine herbe Enttäuschung. Er stand über einen Zierstrauch gebeugt und erklärte einer fetten Dame, dessen Herkunft und Pflege. Die Frau trat behäbig von einem Fuß auf den anderen und wünschte sich offenbar, sie hätte niemals gefragt. Sir Desmond sah wie eine wahre Stütze der Gemeinde aus. Er war mittleren wachsenen Frau, deren durchdringende Stimme aus einem anderen Teil des Gartens zu vernehmen war. Lady Derrington trug ein kurzärmeliges, buntes Baumwollkleid, obwohl es eher frisch war, hatte einen flachen, knochigen Hintern und eine nicht minder flache Brust. Ihr braunes Haar war in eine strenge Dauerwelle gezwungen, und ihre Patrizianase verstärkte noch den Eindruck, dass sie auf sämtliche Blumen und Pflanzen hochmütig herabsah, als wären sie einfach ohne ihre Erlaubnis aus der Erde geschossen. Die dicke Dame watschelte von Sir Desmond weg, und James sprach ihn an. Ich habe eben die hübsche Glycinie drüben an der Wand bewundert. Ah, die. Sir Desmond blinzelte kurzsichtig zur Hauswand. Eine Pracht im Frühling, massenhaft Blüten. Mit meiner habe ich einige Probleme, sagte James. Ich habe sie vor zwei Jahren gepflanzt, aber sie ist nicht besonders gewachsen und hat nur sehr wenige Blüten. Woher haben sie sie? Aus der Gärtnerei Braigham. Die, Sir Desmond schnaubte verächtlich, bei denen würde ich nichts kaufen. Hattie, meine Frau, hat mal eine Hortensie von dort geschenkt bekommen, die ist nach einer Woche eingegangen. Und wissen sie warum? Sir Desmond piekte James mit einem langen Finger in die Brust. Keine Wurzeln. Wie furchtbar. Dann mache ich in Zukunft lieber einen weiten Bogen um diese Gärtnerei. Agatha näherte sich den beiden und hörte Sir Desmond sagen, es gibt eine Menge Scharlatane. Woher sind sie? Aus Carsley. Ah, da war ich mal zur Gartenschau. Und eine Frau hatte doch tatsächlich alle ihre Pflanzen fertig vorgezogen, in einer Gärtnerei gekauft und dann versucht, so zu tun, als hätte sie sie selbst gezogen. Dabei wusste sie nicht einmal, wie die jeweiligen Pflanzen hießen. Agatha wusste nur zu gut, dass es sich bei dieser Frau um sie selbst handelte, daher drehte sie lieber ab und überließ James das Gespräch. Sie sprach stattdessen Lady Derrington an. Ein schöner Garten, sagte Agatha. Danke. Auf den Tischen beim Haus bieten wir einige Pflanzen zum Verkauf an. Und es gibt Tee und Kuchen. Unsere Haushälterin backt köstliche Kuchen. Folgen Sie einfach den anderen. Ah, Angela, meine Liebe, wie schön, dich zu sehen. Damit wandte sich die Dame des Hauses von ihr ab. Agatha blickte sich zu James um, der noch immer ins Gespräch mit Sir Desmond sprachen, wagte Agatha sich nun doch zu ihnen. Die beiden tauschten Armeegeschichten aus. Bald wurde es Agatha langweilig und sie unterdrückte ein Gähnen. Ich wollte gerade eine Teepause machen, sagte Sir Desmond schließlich. Leisten Sie mir doch Gesellschaft. Die Damen aus dem Dorf kommen hier bestens allein zurecht. James stellte Agatha als seine Frau, Mrs. Perth, vor. Agatha war erstaunt, dass er bei der Tarnung blieb. Doch James wollte nicht, Sir Desmond sich an Agatha als die schummelnde Gärtnerin aus Carsley erinnerte. Kurz darauf fanden sie sich in einem hübschen Wohnzimmer wieder. Die grünen Blätter der Glycinie bewegten sich vor den Fenstern im Wind und tauchten den Raum in ein Mosaik aus Sonne und Schatten. Zwei schläfrige Darrington warf ein Holzscheit ins Kaminfeuer, bevor sie Tee einschenkte. Es gab keinen Kuchen, wie Agatha feststellte, stattdessen einige recht harte Kekse. Sie hätte gerne eine Zigarette geraucht, doch weit und breit war kein Aschenbecher zu sehen. James und sie beantworteten Fragen über Carsley. Dann lehnte James sich in seinem Sessel zurück, die langen Beine vor sich ausgestreckt und sagte beiläufig, meine Frau und ich sind gerade von einem kurzen Aufenthalt in Huntersfields zurück. Sir Desmond, der eben seine Tasse zum Mund hob, verharrte mitten in der Bewegung. Was ist das? fragte er scharf. Das ist diese Kur Klinik, erklärte seine Frau, schrecklich teuer. Die Pompfritz waren dort, aber die haben ja auch Geld. Waren sie nicht selbst dort? fragte James. Zwei Bekannte von uns, Mrs. Gore Appleton und Jimmy Raisin erzählten uns, sie wären gleichzeitig mit ihnen in der Klinik gewesen. Wir waren noch nie da. Und von den Zweien höre ich zum ersten Mal, sagte Sir Desmond, wenn sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen. Er stand auf, ging zur Tür und öffnete sie. Seine Frau sah überrascht aus, sagte aber nichts. Verärgert schritt Sir Desmond voran in den Garten, wo er sich zu Agatha und James umdrehte. Solchen Abschaum wie sie bin ich gründlich leid. Sie sehen keinen Penny von mir. Er rauschte davon, schubste dabei ein paar verdutzte Besucher aus dem Weg und verschwand um die Hausecke. Agatha wollte ihm schon folgen, doch James hielt sie zurück. Er muss mit jemand anderem dort gewesen sein, nicht mit seiner Frau. Lass es gut sein, Agatha, er wurde erpresst, wahrscheinlich von Jimmy, und wir sollten jetzt Bill Wong erzählen, was wir wissen. Als sie zurück waren, hinterließen sie eine Nachricht für Bill Wong, dass sie ihn sprechen müssten, doch der ließ sich erst am nächsten Tag bei ihnen blicken. Am Nachmittag fuhr er vor dem Cottage vor und von der Tür aus sah Agatha die schreckliche Maddie Hurt neben ihm im Wagen sitzen. Bill folgte Agatha ins Wohnzimmer. Kaffee? fragte James. Nein, danke, ich habe nicht viel Zeit. Weshalb wollten Sie mich sprechen? Sie erzählten ihm von ihren Nachforschungen und endeten Bierwong machte ein ernstes Gesicht. Dort war ich die ganze Nacht über. Sir Desmond ist tot. Sieht nach einem Unfall aus. Anscheinend löste sich ein Schuss aus seinem Gewehr, als er es reinigte. Allerdings hat er das mitten in der Nacht getan und jetzt drängt sich mir der Gedanke auf, dass er geglaubt haben könnte, sie beide würden da weitermachen, wo Jimmy Raisin aufgehört hat. Um zwei Uhr heute Morgen haben wir die Leute von der Kurklinik rausgeklingelt. Sir Desmond war zur selben Zeit wie Jimmy Raisin in der Klinik. Und zwar mit einer Frau, die er als Lady Darrington ausgab. Die echte Lady Darrington ist die mit dem Geld. Im Falle einer Scheidung wäre Sir Desmond praktisch mittellos gewesen. Er zahlte ein Jahr lang monatlich 500 Pfund, vermutlich in der Zeit, als Jimmy Raisin trocken war. Und danach hörten die Zahlungen auf. Sir Desmond war Amtsrichter und stolz auf seine Stellung in der Gemeinde. Ist Ihnen beiden bewusst, dass sie ihn mit ihrer aufdringlichen Einmischung umgebracht haben könnten? Oh nein, sagte James entsetzt. Sicher war es ein Unfall. Warum sollte er mitten in der Nacht beschließen, sein Gewehr ausgerechnet in der Nacht nach ihrem Besuch, fragte Bill gereizt. Es ist gefährlich, sich in Polizeiarbeit einzumischen. James warf der unglücklichen Agatha einen Seitenblick zu. Hören Sie, wir wollten Ihnen diese Informationen sowieso geben. Und was wäre dann passiert? Sie hätten bei der Kurklinik angefangen und dann Sir Desmond befragt. Hätten Sie daran gedacht, die Leute in der Klinik nach einer Beschreibung von Lady Derrington zu fragen? Nein, hätten sie nicht. Also hätten sie ihn darauf angesprochen. Ihm wäre klar geworden, dass seine Frau alles erfahren würde und das Ergebnis wäre dasselbe gewesen. Daran haben wir ebenfalls gedacht. Aber wie Maddie zu Recht gesagt hat, hätte ein Besuch der Polizei wohl kaum einen solch verheerenden Effekt gehabt, wie das Auftauchen eines vermeintlichen Erpresserpärchens. Maddie sagt dies, Maddie sagt das, warf Agatha weinerlich ein. Für sie scheint dieser Frau doch buchstäblich die Sonne aus dem Hintern. Im Zimmer war es schlagartig still und Agatha spürte, wie sie rot wurde. Geh nach oben und pudere dir die Nase oder etwas in der Art, sagte James ruhig. Nachdem Agatha gegangen war, sagte er zu Bill, Agatha hat zufällig ein Gespräch zwischen ihnen und Maddie im Pub von Merster mit angehört. Aus der Damentoilette, in deren Nähe sie gesessen haben müssen. In dem Gespräch drängte Maddie sie, uns auszuhorchen und ich vermute, es fehlen einige verletzende Bemerkungen über Agatha. Wäre Agatha nicht so gekränkt gewesen und ich nicht voller Mitgefühl für sie, hätten wir ihnen all diese Informationen gewiss früher gegeben. Freundschaft ist etwas Wertvolles. Sie hätten nichts weiter zu tun brauchen, als Maddie zu sagen, dass sie uns so oder so aufsuchen würden. Haben sie nicht das Gefühl, dass diese junge Frau sie benutzt, um Fakten in Erfahrung zu bringen, die ihr dabei helfen, den Fall zu lösen? Nein, erwiderte Bill hitzig, kein bisschen. Sie ist eine fleißige und gewissenhafte Polizistin. Ach ja, aber kommen wir doch auf Sir Desmonds Tod zurück. Seine Frau kontrollierte das Vermögen. Also wie konnte er diese 500 Pfund im Monat zahlen, wenn es tatsächlich Schweigegeld oder vielleicht auch der Unterhalt für eine junge Geliebte war, ohne dass seine Frau es herausfand? Er erhielt ein monatliches Taschengeld aus dem Treuhandvermögen von Lady Darringtons Familie. Es war großzügig bemessen, aber Sir Desmond pflegte auf diskrete Weise einen extravaganten Lebensstil. So ließ er sich etwa die Jagd einiges kosten, von den Hemden aus der German Street und den Anzügen aus der Savile Row ganz zu schweigen. Lady Darrington hat sein Konto nie überprüft. Es war jeden Monat überzogen, was sie sehr überrascht hat. Demnach haben sie der Frau auch gleich feinfühlig wie sie sind die Sache mit der Geliebten eröffnet. Wie hat Lady Darrington es aufgenommen? Eiskalt, dummer alter Bock waren ihre Worte. Und wer war die charmante junge Dame, die Sir Desmond verführte? Eine Sekretärin aus dem Unterhaus, die für einen mit Sir Desmond befreundeten Abgeordneten arbeitet. Wir versuchen sie zu erreichen, aber sie macht zurzeit Urlaub auf Barbados. Sie heißt Helen Warwick und übrigens ist sie nicht jung. Blond ja, aber in den Vierzigern. Verheiratet? Nein. Also war sie nicht erpressbar? Das müssen wir abwarten. Sie ist eine angesehene Frau, die sicher nicht in einen Scheidungsfall verwickelt werden wollte. Hören Sie, ich rede lieber mit Agatha. Dinge, die man zufällig mitbekommt, hören sich immer weit schlimmer an als die, die direkt gesagt werden. Nein, jetzt nicht, erwiderte James. Ich rede mit ihr. Tja, nur forschen Sie nicht weiter nach, ohne mir Bescheid zu sagen. Besser noch, forschen Sie überhaupt nicht nach. Agatha kam ins Wohnzimmer zurück. Ist er weg? fragte sie zaghaft. Ja, und er fühlt sich sehr mies, weil er dich verletzt hat. James betrachtete sie. Agatha hatte sich abgeschminkt und umgezogen. Sie trug nun einen alten Pullover und einen ziemlich weiten Rock, dazu flache Schuhe. Eigentlich war James stets der Überzeugung gewesen, dass Frauen sich ihr Gesicht nicht mit Make-up zukleistern sollten, stellte jedoch fest, dass ihm die Agatha mit den hohen Absätzen, dem französischen Parfum und den Feinstrumfhosen fehlte. Nicht, dass er ihr vergeben hätte, ihn am Hochzeitstag zum Narren gemacht zu haben, das würde er ihr gewiss nie verzeihen und deshalb wollte er auch keine intime Beziehung mehr mit ihr. Trotzdem gefiel es ihm nicht, sie so niedergeschlagen zu sehen. Bill bat uns mal wieder, uns aus der Angelegenheit herauszuhalten, sagte James. Aber ich finde, dass wir weitermachen sollten. Es wird dich aufmuntern. Heute ruhen wir uns aus und morgen probieren wir es bei der nächsten auf der Liste, Miss Janet Purvey. Damit sie sich auch umbringt? Na, Agatha, Sir Desmond wäre so oder so aufgeflogen und das Ergebnis dasselbe gewesen. Möchtest du heute Abend essen gehen? Mal sehen, ich hatte versprochen, mit dem Frauenverein nach Inkum zu fahren. Wir sind dort eingeladen und sie haben eine kleine Revue für uns vorbereitet. Ach, die Freuden der Landfrauen. Viel Spaß. Beim Frauenverein von Inkum? Das ist ein Scherz, oder? Warum fährst du dann mit? Weil Mrs. Blocksby es von mir erwartet. Agatha war nicht religiös. Oft dachte sie, dass sie überhaupt nicht an Gott glaubte. Doch sie war abergläubisch und hatte das ungute Gefühl, dass die Strafe Gottes für Sir Desmonds Tod sie in dem Augenblick traf, als Mrs. Blocksby sie bat, die Boggles in ihrem Wagen mit nach Inkum zu nehmen. Ich weiß, Agatha, sagte Mrs. Blocksby, aber wir haben die Namen gezogen und sie haben leider die Boggles erwischt. Inkum ist ja nicht weit entfernt. Höchstens fünf Minuten. In Ordnung, antwortete Agatha finster. Sie fuhr zur Sozialsiedlung, wo sich Culloden, das Haus der Boggles, befand. Die Tür öffnete sich und die gedrungene Mrs. Boggles erschien, gefolgt von ihrem Mann. Wollen Sie den ganzen Tag da rumstehen oder helfen Sie mir jetzt? fragte Mrs. Boggles. Agatha unterdrückte ein Stöhnen und beeilte sich Mrs. Boggles, die streng nach Pommes Fritz und Lavendelroch zum Wagen zu helfen. Die Boggles stiegen hinten ein, während Agatha wieder hinter dem Steuerplatz nahm. Als sie losfahren wollte, piekte Mrs. Boggles ihr in den Rücken. Freiwillig würden wir nie mit so welchem wie Sie fahren, sagte sie. Arme Mr. Lacey, was für eine Schande. Agatha setzte die Boggles vor dem Gemeindesaal ab. Dann ging sie zu Mrs. Mason, der Vorsitzenden der Carsley Frauen, die mit Miss Sims, der Schriftführerin und Mrs. Bloxby zusammenstand. Ein Jammer, dass sie sich mit den Boggles herumschlagen müssen, sagte Miss Sims, Carsleys einzige ledige Mutter. Aber trösten sie sich, letztes Mal habe ich sie erwischt. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Auto haben, sagte Agatha. Mein Bekannter hat es mir O5. Agatha wandte sich zu Mrs. Bloxby. Ist die Frau, die mein Cottage gekauft hat, auch in den Frauenverein eingetreten? Ich hatte sie gefragt, antwortete die Vikas Frau. Doch sie meinte, das interessiert sie nicht und hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Dumme Ziege, sagte Agatha. Ach, hätte ich doch nur nicht mein Cottage verkauft. Ich muss mich dringend nach etwas anderem umsehen, denn ich kann ja nicht ewig bei James aus dem Koffer leben. Sie ging in den Gemeindesaal. Die Revue bestand aus Liedern und kleinen Sketchen. Wie es bei Laienaufführungen üblich war, stand die Sängerin mit der schwächsten Stimme am häufigsten auf der Bühne. Und die vermeintliche Starsängerin hatte sich ausgerechnet Songs aus Musicals von Andrew Lloyd Webber vorgenommen, bei denen ihre Stimme in den hohen wie in den Tiefen Lagen versagte und dazwischen unsäglich quiekte. Mit ihrer Darbietung von Don't Cry For Me Argentina hätte man ohne weiteres Schweine betäuben können, wie die angesäuerte Agatha Mut maßte. Bis vor kurzem hatte sie sich bei quälend öden Veranstaltungen darauf gefreut, später in ihr Cottage und zu ihren Katzen zurück zu kehren. Aber jetzt gab es nur James Cottage, in dem sie eine Existenz als traurige Randerscheinung in seinem wohlgeordneten Leben führte. Zum Teufel mit dieser Hardy, dachte sie. Und dann hätte sie beinahe einen stummen Schrei ausgestoßen. Mrs. Hardy, na klar. Sie kam von Gott weiß woher. Niemand wusste etwas über sie und ihre Ankunft im Dorf traf wie zufällig mit Jimmy Raisins Tod zusammen. Agatha bekam kaum noch etwas vom Rest der Vorstellung mit. Sie wollte nur noch nach Hause und James von ihrem Verdacht erzählen. Doch nach der Aufführung gab es noch Tee und dann musste sie die grantigen Boggles nach Hause kutschieren. Bis sie endlich frei war, nagten bereits erste Zweifel an ihr, was ihre grandiose Idee betraf. Dennoch erzählte sie James davon. Und zu ihrer Erleichterung hörte er ihr mit ernster Miene zu und sagte, ich habe mich selbst schon gefragt, wer diese Frau sein mag. Es scheint sinnlos, mit ihr reden zu wollen. Sie ist nicht unbedingt gesprächig, wenn man so sagen kann. Es läutete an der Tür und Agatha ging hin und öffnete. Draußen stand Mrs. Bloxby. Kommen Sie herein, sagte Agatha. Ich kann nicht. Ich bringe Ihnen nur Ihren Schal, den Sie im Gemeindesaal vergessen haben. Jetzt muss ich die Schlüssel von Mrs. Hardy abholen. Aus mir unerfindlichen Gründen möchte sie, dass ich sie aufbewahre, solange sie in London ist. Ich hatte ihr geraten, sie bei unserem Polizisten Fred Griggs zu deponieren, aber das will sie nicht. Wann fährt sie ab? fragte Agatha. Jetzt gleich glaube ich, ich muss mich sputen. Agatha dankte ihr für den Schal und ging nachdenklich zurück zu James. Sie nahm gegenüber von ihm Platz. Übrigens fährt diese Hardy nach London und Mrs. Bloxby soll ihre Schlüssel aufbewahren. Wäre es nicht interessant, sich mal in dem Haus umzusehen? Wir können wohl schlecht Mrs. Bloxby um die Schlüssel bitten und ich habe noch einen Satz Schlüssel in meinem Koffer gefunden. Meinst du nicht, dass sie die Schlösser ausgetauscht hat? Ich hatte eher den Eindruck, dass sie Ausgaben scheut, die nicht zwingend nötig sind. Oh überleg mal James, was ist, wenn sie sich als Mrs. Gore Appleton entpuppt? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wie kommen wir ungesehen ins Haus? Hier scheint ständig jemand unterwegs zu sein und wir können nicht bis heute Nacht warten. Hat Mrs. Blocksby gesagt, wann sie wieder zurück sein will? Nein, ich habe Schlüssel für die Hintertür. Wir können hinten über deinen Zaun steigen und über meinen ihren Garten ins Haus gelangen. In Ordnung, ich gehe in den Vorgarten Unkraut jäten. Dann sehe ich, wenn sie abfährt. Nach einer halben Stunde stand James immer noch über sein Blumenbeet gebückt und fürchtete bereits, Mrs. Harley hätte es sich anders überlegt. Doch als er sich gerade streckte, erblickte er ihr strenges Gesicht hinter dem Steuer ihres Wagens, der die Lila Glane hinunter fuhr. Er rieb sich den verspannten Nacken und lauschte, bis der Wagen endgültig verschwunden war. Kurze Zeit später sah er, wie das Fahrzeug den Hügel hinter dem Dorf hinauf kroch. James ging wieder ins Haus. Die Luft ist rein, Agatha, los geht's. Agatha kletterte über James' Gartenzaun und fragte sich, ob diese Detektivarbeit nicht doch zu anstrengend für Frauen mittleren Alters war. James hatte mit Leichtigkeit über den Zaun gesetzt, den schmalen Weg überquert und stieg bereits über den nächsten Zaun in Mrs. Hardys Garten. Dass er von Agatha erwartete, ihm zu folgen, ohne ihr Hilfe anzubieten, ärgerte sie. Er behandelte sie wie einen Mann. Plötzlich wollte sie, dass James sie wieder so wahrnahm, wie ein Mann eine Frau wahrnehmen sollte. Sie malte sich aus, wie sie ihn von Mrs. Harleys Zaun aus um Hilfe rief, er die Arme nach ihr ausstreckte und ihr hinunterhalf, worauf sie mit geschlossenen Augen hauchen würde, James, oh James. Hilfe, rief sie leise. Dann plumpste sie auf der anderen Zaunseite herunter, stolperte und fiel der Länge nach ins Blumenbeet. Hastig rappelte sie sich wieder auf. Sie blickte sich im Garten um, bevor sie zur Hintertür ging, wo das Unkraut wucherte und alles ungepflegt aussah. In der Küche blitzte und blinkte es hingegen und als Agatha den Kühlschrank öffnete, fand sie daran nichts außer einer Flasche Milch und etwas Butter. Wir sind nicht hier, um herauszufinden, was sie ist, sondern wer sie ist. Agatha folgte ihm durch den Rest des Hauses. Sie hatte sich nie eingebildet, einen besonders guten Geschmack zu haben. Doch beim Anblick ihres ehemals gemütlichen Wohnzimmers hatte sie das Gefühl, ihrem Cottage wäre Gewalt angetan worden. Der Boden war mit braunem Teppich ausgelegt und die dreiteilige Sitzgarnitur mit goldenen Trotteln an den Lehnen und Gold an den kantigen Füßen war ebenfalls braun. Ein niedriger Couchtisch aus Glas glänzte kalt. Keine Bilder, keine Bücher. Der entzückende Kamin war mit Brettern vernagelt worden und davor stand ein elektrisches Heizgerät, das glühende Holzscheite imitieren sollte, was ihm aber nicht gelang. Hier ist rein gar nichts, was uns weiter hilft, stellte James fest. Ich versuche es oben. Bleib du lieber hier unten, falls sie zurückkommt. Agatha nickte sofort, denn sie wollte lieber nicht sehen, was Mrs. Hardy mit dem Rest des Cottages angerichtet hatte. Sie ein zarter Nebel zog um die Flieder Zweige an der Pforte und Wasser tröpfelte träge vom Rehtdach. Über allem lag ein Hauch von Traurigkeit. Wie so häufig zu Herbstbeginn verstand Agatha nicht, warum sie eigentlich auf dem Land lebte und daran waren die Codswalls Nebel schuld. Im letzten Winter waren sie nicht allzu schlimm gewesen, im Jahr davor hingegen schaurig. Durch die dichte Brühe nach Morten in Marsh oder Yvesham mit dem Wagen zum Einkaufen zu kriechen und manchmal nicht zu wissen, ob man noch auf der Straße war oder nicht, wenn der Nebel sich zu großen Gebilden formierte. Es war einfach nur deprimierend. Oft sehnte sie sich dann einen Sturm herbei, der den Nebel einfach wegblies. In London gab es hell erleuchtete Läden, U-Bahnen, Busse, Theater und Kinos. Natürlich könnte Agatha das alles auch in Oxford haben, aber Oxford war dreißig Meilen entfernt, dreißig Meilen über Nebel verhangene Landstraßen. Komm lieber mal her, hörte sie James in diesem Moment leise rufen. Sie eilte die Treppe hinauf. Hier drinnen, sagte er, im Schlafzimmer. Das Zimmer wurde beherrscht von einem großen modernen Himmelbett. Wie hat sie das denn die Treppe hinauf bekommen, wunderte sich Agatha laut. Egal, sieh dir das hier an, nichts anfassen, ich lege alles wieder so hin, wie ich es gefunden habe. Auf dem Boden waren Papiere ausgebreitet. Agatha kniete sich hin und las. Jede Hoffnung, dass sich die mysteriöse Mrs. Hardy als die unauffindbare Mrs. Gore Appleton entpuppen könnte, verpuffte. Da war eine Geburtsurkunde von einer Mary Bexley, 1941 in Sheffield geboren. Eine Heiratsurkunde besagte, dass Mary Bexley 1965 einen John Hardy geheiratet hatte, für den 1972 ein Totenschein ausgestellt wurde. Gestorben bei einem Autounfall. Außerdem lagen dort Kontoauszüge auf den Namen Mary Hardy und langweilige Fotos herum. Anscheinend hatte dem verstorbenen Mr. Hardy ein Elektrobetrieb gehört, denn einige Bilder zeigten ihn bei Firmenveranstaltungen. Keine Kinder. Das war es dann also, bemerkte Agatha enttäuscht und stand wieder auf. James legte alles sorgfältig wieder zurück. Morgen versuchen wir es bei Miss Janet Purvey, sagte er. Miss Janet Purvey wohnte in Ashton Lewalls, ganz in der Nähe der Kurklinik, in einem Cottage namens The Peer Tree in der Dorfmitte. Es stand in einer Reihe von mehreren kleinen Cottages, die im Dunst einsam und düster wirkten. Agatha hatte James nicht gefragt, ob er wüsste, wie alt diese Miss Purvey war, und ihr grauste davor, dass sie eine elegante Blondine sein könnte, die James im Sturm eroberte. Entsprechend war ihre erste Reaktion pure Erleichterung, als Miss Purvey die Tür öffnete. Die zweite war Verachtung, gepaart mit dem Gedanken, was für eine altbackene Schachtel. Frauen in Agathas Alter konnten extrem grausam sein, wenn es um ältere Geschlechtsgenossinnen ging, wohl, weil sie in ihnen die eigene Zukunft erblickten. Tatsächlich war Miss Purvey erst um die siebzig, hatte einen Mund wie Popeye, eine kleine Nase, wässrig blinzelnde Augen und eine weiße Dauerwelle. Ihr Gesicht war faltig und blass, die Wangenpartie eingefallen. Sie sind doch keine Reporter, hoffe ich, sagte Miss Purvey in einem affektierten Tonfall. Nein, sind wir nicht, antwortete James. Hatten Sie Besuch von der Presse? Das nicht, doch die Polizei hat mir unverschämte Fragen gestellt. Sind Sie von den Zeugen Jehovas? Nein, wir wollen Sie etwas verkaufen? Nein, sagte James geduldig. Was dann? Die Tür ging bereits wieder ein Stück zu. Ich bin Mrs. Agatha Raisin, Agatha stellte sich vor James. Die Witwe von dem Mann, der ermordet wurde? Genau. Nun, das tut mir sehr leid für Sie, aber ich kann Ihnen nicht helfen. James übernahm wieder. Ich glaube, das können Sie doch, Miss Purvey. Für mich sehen Sie wie eine charmante und intelligente Frau aus. Er lächelte und plötzlich lächelte auch Miss Purvey. Wir möchten in Erfahrung bringen, was Mrs. Raisins Mann in der Kurklinik gemacht hat. Deshalb sind wir auf der Suche nach einer Lady mit guter Beobachtungsgabe, die uns zweifellos mehr sagen kann als irgendein trockener Polizeibericht. Nun, sie zögerte, Mutter pflegte immer zu sagen, dass ich Dinge bemerke, die jeder normale Mensch übersieht. Kommen Sie herein. Agatha folgte James eilig in das Cottage, weil sie fürchtete, dass Miss Purvey sie anderenfalls aussperrte. Im Cottage war es kein bisschen heller als draußen. Ein kleines Feuer brannte im Wohnzimmerkamin und überall standen Fotos herum. Auf den vielen Beistelltischen, dem Klavier in der Ecke und dem Kaminsims. Alte Bilder, aufgenommen an längst vergessenen sonnigen Tagen. Also begann James, als sie saßen. Haben sie bei ihrem Aufenthalt mit Jimmy Raising gesprochen? Nur wenig, sagte Miss Purvey. Und um ehrlich zu sein, wunderte ich mich, solch einen Menschen in so einer teuren Kurklinik anzutreffen. Aber sie haben ihn gesehen. Welchen Eindruck machte er auf sie? fragte James. Sie legte einen Finger an die Stirn, was ihn an den Vogel Dodo in Alice im Wunderland erinnerte. Er war sehr freundlich zu allen, plauderte hier und da und wechselte zu den Mahlzeiten immer die Tische. Er lachte sehr laut und war gut gekleidet, aber die Sachen schienen nicht ihm zu gehören. Er war eindeutig kein Gentleman. Und Mrs. Gorableton? Sie schien mir ganz in Ordnung zu sein, aber zu alt, um sich das Haar derart goldblond zu färben und ihre Sportbekleidung wirkte irgendwie aufgesetzt. War sie in Mr. Raisin verliebt? fragte James. Ich würde sagen, sie waren ein Paar. Ich habe sie mehrmals mitten in der Nacht aus seinem Zimmer kommen gesehen. Miss Purvey knifft die Lippen derart missbilligend zusammen, dass sie in ihrem faltigen Gesicht zu verschwinden schienen. Aber sie persönlich hatten nichts mit ihm zu tun, fragte Agatha. Er hat versucht, bei mir zu landen. So nennt man das doch heute nicht, Selbstverständlich war ich nicht interessiert. Agatha und James dachten beide dasselbe, denn es war schwer vorstellbar, dass Miss Purvey die Avancen irgendeines Mannes abwehren würde. Nicht so, wie sie James ansah und immer wieder seinen Arm berührte. Aber dann, fuhr sie fort, hat er sein Glück bei Lady Darrington versucht, oder vielmehr bei der Dame, die sich als Lady Darrington ausgab, wie ich zwischenzeitlich erfuhr. Man muss wohl leider sagen, dass in diesen Kurkliniken eine laxe Moral vorherrscht. Hat die Polizei mit Ihnen über Erpressung gesprochen? fragte James. Ja, das haben die Beamten. Wie ich denen bereits sagte, gibt es auch heutzutage noch echte Ladies. Hier blickte Miss Purvey kurz zu Agatha, als wollte sie ihr bedeuten, dass sie nicht in diese Kategorie fiel. Fällt ihnen jemand ein, den er erpresst haben könnte? Agathas Stimme war die Abneigung deutlich anzuhören. Ich weiß nicht, ob er sie erpresst hat, doch da war eine gewisse Mrs. Gloria Comfort, mit der er sehr auffällig geschäkert hat. Mrs. Gore Appleton schien das nichts auszumachen. Wie war Mrs. Gore Appleton denn eigentlich so? fragte Agatha. Ich meine nicht, wie sie aussah, sondern wie sie als Mensch war. Naja, wie ich sagte, sie war eine Lady, antwortete Miss Purvey widerwillig und starrte Agatha an. Und obwohl ihre Garderobe unpassend war, war sie sehr teuer. Außerdem war Mrs. Gore Appleton hübsch, geschminkt und ziemlich dünn, dabei aber fit. Damit ist Mrs. Hardy endgültig aus dem Spiel, dachte Agatha, die sich das Bild der kräftig gebauten Frau ins Gedächtnis rief. Insgeheim hegte Agatha nach wie vor die Hoffnung, dass sich Mrs. Hardy auf wundersame Weise doch noch als die unauffindbare Mrs. Gore Appleton entlarven ließ. Agatha wollte nun mal unbedingt ihr Cottage zurück. Sie wurde ungeduldig. Miss Purvey war ihr zuwider und in dem dunklen kleinen Wohnzimmer bekam sie Beklemmungen. Doch James wollte sich anscheinend weiter mit ihr unterhalten und nahm die Einladung zum Kaffee dankend an. Er begleitete Miss Purvey in die Küche um zu helfen, während Agatha im Wohnzimmer umherging und sich die Fotos ansah. Sie alle zeigten Miss Purvey in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens. Zu ihrer Überraschung stellte Agatha fest, dass diese als junge Frau sehr hübsch gewesen war. Warum hatte sie nicht geheiratet? Da waren Eltern und zwei Brüder, wie es aussah. Es gab auch eine Aufnahme von Miss Purvey als Debutantin. Sie stammte aus einer Zeit, als die Debutantinnen noch der Königin vorgestellt wurden. Folglich musste die Familie Geld gehabt haben. Agatha hörte Stimmen aus der Küche und ein neckisches Lachen von Miss Purvey. Verdammter James! Sie kehrten gemeinsam aus der Küche zurück und Miss Purveys Wangen waren leicht rosig. Zu Agathas Erstaunen änderte sich auch Miss Purveys Haltung ihr gegenüber. Sie drängte Agatha ihren Kuchen zu probieren und plauderte mit ihr über das Dorfleben und ihr Engagement im Frauenverein. Ladies wie wir Mrs. Raisin müssen unseren Teil leisten. Sicher stimmte Agatha ihr matt zu und fragte sich, was diesen Wandel herbeigeführt haben mochte. Sie ahnte nicht, dass James der alten Dame in der Küche vorgeschwindelt hatte, Agatha wäre die Nichte des Duke of Devonshire. Nun ja, auch wenn ich sagte, Mrs. Gore Appleton wäre eine Lady, gestand Miss Purvey und legte eine faltige Hand auf Agathas Knie, hatte ich doch den Eindruck, dass sie auf dem absteigenden Ast war, falls Sie verstehen, was ich meine. Ich kann gar nicht recht sagen, was es war, aber sie hatte gleichzeitig leicht schäbiges an sich. Und da war noch etwas. Jedenfalls hatte ich ein bisschen Angst vor ihr. Wie ich Mr. Lacey schon erzählte, erinnere ich mich, dass sie sich gegen Ende meines Aufenthalts gelegentlich mit mir unterhielt. Sie redete über Geld und Geschäfte und darüber, dass sie eine Wohltätigkeitsorganisation leitete. Sie sagte, in der heutigen Zeit hätte ja jeder Geld sorgen. Das habe ich sofort verneint, denn ich stehe mich ganz gut. Dann bat sie mich, für ihre Organisation zu spenden. Doch als ich hörte, dass es für die Obdachlosen wäre, habe ich mich geweigert. Ich sagte ihr, wenn diese Leute obdachlos sind, sind sie selbst schuld daran. Agatha war froh, als James abrupt das Interesse verlor, mehr von Miss Pervé zu hören und Wir müssen jetzt wirklich los. Am Abend gingen James und Agatha zu Fuß vom Red Lion zurück in die Lilac Lane. Sie schwiegen. Die Leute aus dem Dorf waren offensichtlich zu dem kollektiven Schluss gelangt, dass sie doch keine Mordverdächtigen waren. Und so hatte sie an diesem Abend im Pub keine frostige Stille erwartet, sondern ein warmherziges Hallo von den anderen Gästen. Danach mussten sie allerdings reichlich Scherze über sich ergehen lassen und wurden immer wieder mit einem Augenzwinkern gefragt, wann sie denn nun heiraten wollten. James wollte nicht rundheraus bekannt geben, dass er Agatha nie ehelichen würde, denn das wäre unhöflich gewesen. So war es letztlich Agatha, die irgendwann laut und vernehmlich verkündete, wir passen nicht zusammen, wir werden nicht heiraten und damit Basta. Anstatt ihr dankbar zu sein, dass sie die Sache abschließend geklärt hatte, fühlte sich James, als hätte Agatha ihm eine öffentliche Abfuhr erteilt. Und wenngleich er selbst nicht verstand, warum es so war, konnte er sich ein grimmiges Schmollen nicht verkneifen. Agatha packte ihn am Arm. Da! Unter dem Strahler des Bewegungsmelders vor James' Tür standen Detective Chief Inspector Wilkes, Bill Wong und Maddie. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? fragte James. Oh Gott, ich hoffe, diese Purvey hat sich nicht auch umgebracht. Wilkes wartete, bis er fast an der Tür war. Dann sagte er, gehen wir lieber hinein. James ließ alle ins Haus, wo sie zunächst ein wenig unbeholfen im Wohnzimmer standen. Setzen sie sich, forderte Wilkes sie streng auf. Es könnte etwas dauern. Haben sie heute eine Miss Janet Purvey besucht? Ja, antwortete Agatha. Worum geht es hier? Und wo waren sie beide heute Nachmittag? Bevor sie weitermachen, sagte James, ich dachte nur, im Film stellt die Polizei Fragen über Fragen ohne den Grund dafür zu nennen. Also raus damit, offensichtlich ist Miss Purvey irgendetwas zugestoßen. Bill Wong musterte die beiden prüfend und erklärte, Miss Purvey wurde heute Nachmittag erdrosselt im Imperial Cinema in Merster gefunden. Deshalb müssen wir sie noch einmal fragen, was sie in dieser Zeit gemacht haben. Sie müssten aber doch wissen, Bill, dass keiner von uns etwas mit dem Mord zu tun haben kann, Agatha weint setzt. Beantworten sie einfach die Frage, insistierte Maddie. Ja, wir waren heute Vormittag bei Miss Purvey, sagte James. Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, wurde sie nicht erpresst und hatte während ihres Aufenthalts in der Kurklinik weder zu Mrs. Gore Appleton noch zu Jimmy Raisin näheren Kontakt. Nach dem Besuch bei ihr waren wir in einem Pub drüben in Encombe, um ein Sandwich zu essen und kamen anschließend hierher zurück. Später fuhr Agatha nach Morton, um Einkäufe zu erledigen und ich blieb hier. Mrs. Bloxby kam vorbei, während Agatha weg war und blieb auf einen Kaffee. Bill wandte sich an Agatha. Hat sie jemand in Morton gesehen? Natürlich, sagte Agatha. Ich war bei Drarry's, der Metzgerei, danach im Budgins Supermarkt, und dann war ich in diesem Buchladen in der Einkaufspassage. Danach habe ich im Markethouse Tearoom einen Kaffee getrunken. Die Leute dort müssten sich an mich erinnern. Wir werden das überprüfen, sagte Maddy, und Agatha bedachte sie mit einem Blick, aus dem pure Verachtung sprach. Wilkes lehnte sich vor. Gehen wir das nochmal der Reihe nach durch. Wie ich hörte, hat Sergeant Wong sie aufgefordert, keine weiteren Nachforschungen anzustellen. Aber sie mussten ja von ihrem Besuch bei Miss Purvey und zwar von Anfang an. James berichtete, worüber sie gesprochen hatten. Danach musste Agatha ihre Version erzählen. Die Fragen nahmen kein Ende. Schließlich sagte Wilkes, sie müssten beide aufs Revier kommen, damit wir ihre Aussage aufnehmen können. Noch eine Leiche ist einfach zu viel des Guten. Schließlich wurden sie bereits aufgefordert, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern und das Nachforschen der Polizei zu überlassen. Warum ist sie nach Merster gefahren, nachdem wir gegangen waren? fragte Agatha. Wilkes seufzte. Vermutlich, um ins Kino zu gehen. Doch das ist reine Spekulation. Sie könnte auch jemanden angerufen und ein Treffen verabredet haben. Oder jemand sah sie im Kino, erkannte sie und hielt sie für eine Bedrohung. Das werden die Ermittlungen zeigen. Bis sie aufbrachen, stellten die drei Polizisten noch eine Reihe weiterer Fragen. Hinterher sahen Agatha und James einander stumm an. Nach einer ganzen Weile sagte James, hör mal Agatha, nichts davon ist unsere Schuld. Wir haben sie nicht erdrosselt. Die ganze Sache hat aber vielleicht ein Gutes, sofern man es so nennen kann. Das Presseinteresse an dem Fall wird aufleben. Dann bringen sie das Interview mit uns und die Leute erfahren, dass wir auf der Suche nach Mrs. Gore Appleton sind. Irgendwer meldet sich garantiert. Ich wünsche mir eigentlich nur noch, dass das alles vorbei ist, sagte Agatha bedrückt. Vielleicht sollten wir uns wirklich nicht mehr einmischen. Wir haben eine einzige Person, mit der wir weitermachen können, erwiderte James. Das ist Mrs. Gloria Comfort, die in Merster wohnt, nicht weit von der Abtei. Und selbst wenn der Buggle unsere Story nicht bringt, wird irgendeine andere Zeitung mit dir reden wollen. Es bräuchte schon eine Naturkatastrophe, um diese Geschichte aus den Zeitungen zu kicken. Am nächsten Morgen stand James zeitlich auf, um sämtliche Tageszeitungen zu kaufen. Die Schlagzeilen schrien ihm förmlich entgegen, dass Yeltsin gestürzt worden war. Die Generäle in Moskau hatten geputscht. In den Blättern fanden sich endlose Artikel von sogenannten Experten. Der Mord an einer alten Jungfer in Merster war den Journalisten nur einen kleinen Absatz wert. James brachte die Zeitungen zu Agatha, die mit ihren Katzen auf seinem Küchenfußboden spielte. Sie stand auf und blätterte stumm durch die Seiten. Wenigstens können wir so weiter ermitteln, sagte sie schließlich. Das wäre schwierig geworden, wenn die Presse uns belagert hätte. Sie sprachen über das Weltgeschehen und entschieden dann, dass sie ebenso gut nach Merster fahren, dort ihre Aussagen machen, eine Kleinigkeit zum Mittag essen und anschließend Mrs. Gloria Comfort besuchen könnten. Maddie und Bill Wong saßen später am selben Tag in der Kantine und tranken einen Tee. Es war das erste Mal seit der Befragung von Agatha und James, dass sie ungestört reden konnten. Und was hältst du jetzt von deiner teuren Agatha Raisin? fragte Maddie. Die Frau ist wie ein Aasgeier. Wo sie aufkreuzt, gibt es Leichen. Das ist ein bisschen übertrieben, widersprach Bill. Ihr Besuch bei Darrington mag den Anstoß zu seinem Selbstmord gegeben haben. Aber wenig später wären wir sowieso bei ihm aufgetaucht und der alte Knabe hätte sich vermutlich so oder so das Leben genommen. Mit dem Mord an Miss Pervé haben die beiden nichts zu tun. Agathas Alibi wurde bestätigt. Eines möchte ich klarstellen, Maddie. Agatha ist eine Freundin von mir und ich möchte, dass du aufhörst, über sie herzuziehen. Auch wenn ich nicht behaupten kann, dass sie die letzten Fälle im Alleingang aufgeklärt hat, hätten wir die Täter ohne sie nie gefasst. Ich darf ja wohl noch eine eigene Meinung haben, konterte Maddie. Guck dir nur ihre seltsame Beziehung zu Lacey an. Ihre Verlobung ist geplatzt, weil sie ihn belogen hat, und trotzdem leben sie zusammen. Ich finde, dass die beiden sehr gut zusammen passen, brummelte Bill. und er wollte nicht, dass dabei irgendetwas schief ging. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir in diesem Punkt nicht einer Meinung sind? Wenn du unbedingt willst. Bill hatte sich darauf gefreut, vor seinen Eltern mit Maddie anzugeben. Jetzt wurde ihm ein wenig mulmig bei dem Gedanken an das Treffen. Könnte es sein, dass seine Flamme ein winziges bisschen, nun ja, unangenehm zickig war? Agatha und James fuhren in Richtung Merster. Der Nebel hatte sich gelichtet und es war ein wunderschöner Herbsttag. In den Hecken leuchteten die Weißdornbeeren und rot-goldene Bäume säumten die frisch gepflügten Felder. Anfangs kommt einem das Land nicht besonders schön vor, sagte Agatha. Ich habe mich früher oft nach London gesehnt. Dann gewöhnte ich mich daran nehmen. Und auf einmal fing ich an ihn schön zu finden, als würde ich eine Serie von Landschaftsgemälden betrachten. Doch mit diesen Wolken ist es etwas anderes. Gegen die sollte wirklich mal jemand etwas tun, James. Sie sehen aus wie auf den kleinen putzigen Aquarellen von Kortswalls begeisterten Amateurkünstlern. Goldene Sonnenstrahlen fielen schräg zwischen den Bäumen hindurch auf die Straße vor ihnen. James musste eine Vollbremsung machen, als ein tollpatschiger Fasan vor seine Kühlerhaube trudelte und die Reifen knirschten auf der dicken Schicht aus Bucheckern. Es kommt wahrlich nicht oft vor, dass ich die Zeit zurück drehen möchte, sagte Agatha kleinlaut, aber an Tagen wie diesem wünsche ich mir, dass ich nie in diesen Schlamassel geraten wäre. Mit einem lebendigen Jimmy könnte ich umgehen Er hat sich zwischen uns gestellt, James. Aber nur, weil du es zugelassen hast. Hättest du ihn früher ausfindig gemacht, wären wir mit der Sache schon irgendwie fertig geworden. Agatha stieß einen kleinen trockenen Schluchze aus. Für einen Moment nahm James eine Hand vom Lenkrad und drückte ihre Finger. Du musst mir Zeit geben, sagte er. Und auf einmal pochte Agathas Herz vor Hoffnung und flatterte buchstäblich ähnlich jenem zweiten Fasan, der hektisch über die Hecke flog, als sie sich ihm näherten. Später, nachdem sie ihre Aussagen gemacht hatten, erlebten sie einen kleinen Rückschlag, als sie sich auf die Suche nach Gloria Comfort begaben. Von Nachbarn erfuhren sie, dass sie in eines der Dörfer außerhalb gezogen war. Keiner kannte ihre neue Adresse, aber ein Immobilienmaklern Whitney and Dobsters verkauft worden war. Immerhin arbeitete der Mann, der den Verkauf geregelt hatte, noch in dem Büro und nahm ihnen die Geschichte ab, sie wären alte Freunde, die wieder mit Gloria in Kontakt treten wollten. Er gab ihnen eine Adresse in Ancoum. Na sowas, rief Agatha, sobald sie wieder auf der Straße waren, das ist ganz in der Nähe von Carsley und der Stelle, an der Jimmy ermordet wurde. Denkst du, die Polizei wird schon vor uns bei ihr sein? Weiß ich nicht. Die müssen sich schließlich noch um einen Haufen Papierkram kümmern und wir nicht. Agatha zögerte. Die platzen vor Wut, wenn sie uns dort antreffen sollten. Es ist inzwischen recht spät. Entweder waren sie schon bei ihr oder sie fahren morgen hin. Anne Coombe war eines dieser Cotswolds Dörfer, die ungefähr die Größe von Broad Campton hatten und geradezu unwirklich malerisch wirkten. Es war sehr klein, mit einer alten Kirche in der Mitte, reetgedeckten Cottages, wunderschönen Gärten und rundum makellos. Mrs. Gloria Comfort wohnt in einem der schönsten Cottages im Schatten der Kirche. Auf James' Klingeln hin rührte sich nichts. Versuchen wir es hinten, sagte James, ich kann Geräusche aus dem Garten hören. Wahrscheinlich ringt sie gerade mit dem Tod, murmelte Agatha finster. Sie gingen den schmalen Pfad entlang, der in den Garten führte. Dort jätete eine mollige Blondine Unkraut in einem Blumenbeet. Verzeihung, rief James, woraufhin sich die Frau aufrichtete und umdrehte. Ihr Haar war tadellos blond gefärbt, ohne den Hauch eines dunklen Ansatzes. Doch ihr Gesicht war aufgedunsen und ihre Augen hatten diesen feuchten Glanz, der auf eine starke Trinkerin hindeutete. Ihre Kleidung war denkbar ungeeignet für Gartenarbeit und bestand aus einem aufreizend knappen Tweet-Kostüm mit weißer Rüschenbluse, Perlenkette und hohen Schuhen. Mrs. Comfort? fragte James. Sammeln Sie für irgendwas? Nein, ich bin James Lacey und dies ist Agatha Raisin. Ach, du liebe Güte, Sie sind die Frau von dem Mann, der ermordet wurde. Kommen Sie lieber ins Haus. Sie schwankte über das Gras, in das ihre Absätze tiefe Löcher bohrten. Ist gut für den Rasen, sagte sie, belüfte den. Die Einrichtung des Cottages passte zur Erscheinung seiner Bewohnerin. Alles war verblüffend vulgär, angefangen von den scheußlichen Rüschengardinen über das unechte Messingzaumzeug und die falschen Drucke alter Meister an den Wänden bis hin zur Bar aus weißem genobbtem Leder in der Wohnzimmerecke. Auf selbige steuerte Mrs. Comfort nun ohne Umwege zu. Einen Drink? Agatha nahm dankend einen Gin Tonic, James einen Whisky. Also, worum geht es? sagte Mrs. Comfort, die sich auf die Kante eines dick gepolsterten Sofas setzte. Sie waren zur selben Zeit wie Jimmy in der Kurklinik, begann Agatha. Wir möchten gern wissen, mit wem er dort gesprochen hat. Auch für die Frau, die ihn begleitet hat, interessieren wir uns sehr, eine Mrs. Gore Appleton. Mrs. Comfort trank einen kräftigen Schluck von einer sehr dunklen Flüssigkeit in ihrem Glas. Dann sagte sie, wenn ich das noch wüsste. Es ist alles so lange her. Ich erinnere mich, dass Jimmy Raisin als einer der großen Erfolge gefeiert wurde. Bei seiner Ankunft sah er aus wie ein Wrack. Doch schon nach der ersten Woche war er ein völlig anderer Mann. Über Mrs. Gore Appleton kann ich Ihnen nichts erzählen. Mit ihr habe ich höchstens mal übers Wetter geredet oder wie schrecklich es ist solchen Hunger zu haben. Etwas in der Art. Ich fürchte, ich kann Ihnen keine große Hilfe sein. War die Polizei schon bei Ihnen? fragte James. Nein, warum sollten die zu mir kommen? Ach, weil Mr. Raisin ermordet wurde. Das ist nicht alles. Vielleicht ist es Ihnen in der Zeitung von heute nicht aufgefallen, weil sie voll von den Umwälzungen in Russland ist, aber in Merster wurde eine gewisse Miss Pervae ermordet. Pervae, Pervae, die war auch in der Kurklinik, eine dürre alte Jungfer, aber das eine hat doch bestimmt nichts mit dem anderen zu tun. Jimmy Raisin war ein Erpresser, sagte Agatha. Mrs. Comfort verschluckte sich an ihrem Drink, schien sich aber gleich wieder zu fangen. Ehrlich? fragte sie beinahe munter. Wie widerwärtig! Agatha spielte auf Risiko. Eigentlich sind wir hier, weil wir denken, er könnte auch sie erpresst haben. Was fällt ihnen ein? Es gibt rein gar nichts, womit mich irgendwer erpressen könnte. Sie sollten jetzt gehen. Mrs. Comfort stand auf und auch Agatha und James erhoben sich. Wollen sie die wahre Geschichte nicht lieber zuerst an uns ausprobieren? fragte James ruhig. Was soll das heißen? Die Polizei wird bald hier sein und ihnen dieselben Fragen stellen. Dann wird man ihre Konten auf regelmäßige Abhebungen oder Überweisungen hin überprüfen. Geld, mit dem sie Jimmy Raisin bezahlt haben könnten. Mrs. Comfort sackte so abrupt auf das Sofa zurück, als hätten warum erzählen sie uns nicht einfach alles? Wie gesagt, Jimmy Raisin war ein Wrack, als er in der Klinik ankam. Er holte sich aber bald. Er war charmant, witzig und naja, die anderen waren alle so steif und ich war allein dort, so so sie mich an den selben Tisch wie Miss Parvay setzten. Da kam ich mir wieder letzte Dreck vor. Jimmy fing an, mit mir zu flirten und eines Abends sagte er zu mir, er wäre nachmittags unten im Dorf gewesen und hätte ein paar Cornish Pasties in seinem Zimmer. Ich ging mit, um eine der Pasteten zu essen, weil ich solchen Hunger hatte. Wir haben gekichert wie Teenager bei einer Übernachtungsparty. Eines führte zum anderen und wir verbrachten die Nacht zusammen. Am nächsten Tag gingen wir sehr erwachsen mit der Sache um. Was mich betraf, war es ein One-Night-Stand. Ich war damals verheiratet, glücklich, aber diese Cornish Pasties hatten mich genauso verführt, wie es bei anderen Gelegenheiten ein Jahrgangsschampagner getan hätte. Sie machte eine Pause, um gierig mehr Whisky zu trinken. Wissen Sie, dass ich die ganze Sache fast vergessen hatte? Ich meine, es war ja im Grunde nichts weiter gewesen. Und dann eines Tages, als mein Mann gerade zur Arbeit gefahren war, wir wohnten noch in Möster, kreuzte Jimmy auf. Er sagte, wenn ich ihn nicht bezahle, würde er meinem Mann von unserer gemeinsamen Nacht erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll sich zum Teufel scheren. Es stünde sein Wort gegen meines und ich würde alles abstreiten. Aber er schrieb meinem Mann, kannte intime Details von mir und mein Mann ließ scheiden. Nun wurde es still. Schließlich sagte Agatha leise, warum haben sie uns das erzählt? Sie haben ihm nichts bezahlt, also kann keiner einen Hinweis auf die Sache in ihren Bank Unterlagen finden. Mrs. Kampfer zuckte müde mit den Schultern. Ich habe es noch nie erzählt. Können Sie sich meine Scham vorstellen? Dreißig Jahre Ehe hinüber, einfach so. Ich hasste Jimmy Raisin, aber ich habe ihn nicht ermordet, dazu bin ich viel zu feige. Ich war am Boden zerstört, all die gemeinsamen Jahre, doch Joffrey, mein Mann, wollte mir nicht vergeben. Er hat die Scheidung ganz schnell durchgezogen. Ich habe gestaunt, wie großzügig er trotzdem zu mir war, bis ich erfuhr, warum. Natürlich erst nach der Scheidung, denn erst dann kommen die Freunde an und sagen einem, was sie längst hätten erzählen sollen. Er hatte eine Affäre mit einer Frau aus seinem Büro und ich hatte ihm die einmalige Chance, mich loszuwerden, sozusagen auf dem Silbertablett serviert. Diese Mrs. Gore Appleton, sagte James, hat Jimmy je über sie gesprochen oder erklärt, warum er mit ihr dort war? Er sagte, sie wäre einer von diesen guten Menschen und würde für nichts. Wir haben ja nicht viel geredet außer über die Kurklinik und haben Witze über die schrecklichen Turnübungen und das Essen gemacht. Sie begann lautlos zu weinen. Übrigens, sagte James, glauben wir, dass es gut wäre, diese Mrs. Gore Appleton ausfindig zu machen. Es gibt keine Hinweise, dass sie an den Erpressungen beteiligt war. Jimmy kassierte 500 Pfund monatlich von Sir Desmond Darrington weiter nichts. Mrs. Gore Appleton gab in der Klinik eine Adresse in Mayfair an, die allerdings falsch zu sein scheint. Aber glauben Sie mir, wenn sie mit der Sache zu tun gehabt hätte, wären die Forderungen weit höher ausgefallen. Jedenfalls sagt mir das mein Gefühl. Wie war sie so? Mrs. Comfort grübelte. Warten Sie lautes Lachen. Die Stimme war eher gekünstelt. Sie klebte dauernd an Jimmy, aber mehr wie eine Glucke. James fiel ein, dass Miss Purvey erzählte, sie hätte Mrs. Gore Appleton häufiger nachts aus Jimmys Zimmer kommen gesehen. Seien Sie vorsichtig, Mrs. Comfort, sagt er unvermittelt. Warum? Es läuft ein Mörder frei herum und dabei handelt es sich um jemanden, der in der Kurklinik war, da bin ich mir sicher. Jemand, der Miss Purvey wiedererkannt hat und beschloss, sie für immer zum Schweigen zu bringen. Es könnte sein, dass Jimmy etwas hatte, womit er Miss Purvey erpresste. Und der Mörder könnte mit der Erpressung da weitermachen wollen, wo Jimmy aufgehört hat. Sind Sie sicher, dass Sie sich sonst an nichts weiter erinnern, was uns vielleicht helfen könnte, egal wie unbedeutend es ihnen vorkommt. Da war bloß noch eine Sache mit dieser Mrs. Gore Appleton, sagte Mrs. Comfort. Was denn, fragte Agatha aufgeregt. Naja, ab und zu dachte ich, dass sie auch einen sehr hübschen Mann abgegeben hätte. James und Agatha starrten sie verdutzt an. Ist nur so ein Gefühl, sie war ja sehr muskulös, aber dabei nicht direkt unweiblich. Haben sie jeden anderen überprüft, der zur gleichen Zeit dort war wie ich? James schüttelte den Kopf. Nur die, die in der Nähe von Merster wohnen. Das waren Sir Desmond, Miss Purvey und sie. Und wie kommen sie auf die Idee, dass der Mörder aus der Nähe von Merster stammt? Weil Jimmy Raisin in Carsley ermordet wurde. Es muss jemand sein, der in der Gegend wohnt. Aber wenn sie es mit einem Erpresser zu tun haben, oder mit Zweien, könnten die ihren Opfern doch von London oder Manchester oder sonst woher bis hierhin gefolgt sein, widersprach Mrs. Comfort. Agatha stöhnte. Wie viele Leute waren gleichzeitig mit ihnen in in der Kur Klinik? Nicht viele bei dem Preis, so um die dreißig. Dreißig, wiederholte Agatha entsetzt. Es muss jemand aus der Gegend sein, beharrte James. Aber wer, fragte Agatha. Offensichtlich ist es nicht Mrs. Comfort. Miss Peray ist tot, Sir Desmond ist tot, wer bleibt dann noch übrig? Sie beide, schlug Mrs. Comfort mit einem tüpfelchen Boshaftigkeit in der Stimme vor. Oder Lady Darrington, sagte James. Was ist mit Lady Darrington? Sie könnte die ganze Zeit von der Erpressung gewusst und beschlossen haben, Jimmy loszuwerden, wenn es ihr Mann schon nicht konnte. Oder er konnte es doch, warf Agatha ein. Er hätte Jimmy umbringen und dann in einem Anfall von Reue Selbstmord begehen können. Wer hat dann Miss Purvey ermordet? Das könnte Lady Darrington gewesen sein, antwortete Agatha. Oder, meldete sich Mrs. Comfort wieder zu Wort, es könnte diese Frau sein, mit der Darrington eine Affäre hatte. Die anderen beiden sahen sie verblüfft an. An die haben wir überhaupt nicht gedacht, gestand James. Mrs. Comfort stand auf. Na, wenn das dann alles ist. Agatha und James bedankten sich bei ihr, stellten ihre Gläser auf die scheußliche Bar und gingen. Mrs. Comfort beobachtete, wie sie in James' Wagen stiegen und wegfuhren. Dann nahm sie den Telefonhörer auf. Maddie saß an diesem Abend am Esstisch der Familie Wong und fragte sich, wie schnell sie fliehen konnte. Dass Bill sehr an seinen Eltern hing war unschwer zu erkennen, nur konnte Maddie beim besten Willen nicht verstehen, warum. Mrs. Wong war eine voluminöse, schlecht gelaunte Frau aus Gloucestershire und sein Vater ein grießgrämiger Hongkong-Chinese. Zu Essen gab es scheußliche Steak and Kidney Pie aus der Mikrowelle und dazu Erbsen, die eine fiese grüne Pfütze auf dem Teller bildeten, weil so viel Farbstoff in ihnen war. Dazu wurde ein sehr süßer Wein gereicht. Maddie kam bereits der Gedanke, dass Bill Wong all diese Mühe nicht lohnte. Er galt als einer der klügsten Detektives hier und Maddie war ehrgeizig. Sie hatte sich überlegt, Bill zu bezirzen und sich in seiner Nähe aufzuhalten. Dann könnte sie mit Leichtigkeit seinen geschulten Verstand anzapfen, so den Fall lösen und die Lorbeeren allein kassieren. Leider befand sich die Aufklärung des Mordfalls immer noch in einem Stadium mühseliger Kleinarbeit und fruchtloser Ermittlungen, die kein Ende zu nehmen schienen. Nirgends zeichnete sich ein Durchbruch ab und Bill schien auch keine zündenden Ideen zu haben. Sie hörte, wie Mrs. Wong das Wort an sie richtete. Unser Bill mag gutes Essen, sagte Mrs. Wong, also sorgen Sie dafür, dass Tine versorgt ihn ganz gut, sagte Maddie. Mutter meint, wenn ihr zwei verheiratet seid, erklärte Mr. Wong. Maddie konnte einiges vertragen. Sie war egoistisch und sie war stark. Doch bei diesen Worten überkam sie eine leise Panik. Natürlich hätte sie sich denken müssen, was eine Essenseinladung zur Familie Wong bedeutete. Wir heiraten nicht, sagte sie entschieden. Ich habe sie noch nicht mal gefragt, fügte Bill mit einem nervösen Lachen hinzu. Nicht, dass wir meinen, du wärst alt genug zum heiraten, fuhr Mrs. Wong fort. Ihr jungen Leute heute überstürzt immer alles. Sicher, ich und Dad haben erst neulich gesagt, dass Enkelkinder was Feines wären. Ich habe mir immer ein kleines Mädchen gewünscht. Inzwischen starrte Maddie verlegen auf ihren Teller. Dann wurde sie nach ihren Eltern und Geschwistern ausgefragt, wo sie wohnten und ob Maddie vorhatte, weiterzuarbeiten, wenn sie erst mit Bill verheiratet war. Hören Sie, sagte Maddie schließlich, deren Stimme sich sogar in ihren eigenen Ohren viel zu schrill anhörte. Das muss ein Missverständnis sein. Ich will in nächster Zeit weder Bill noch sonst jemanden heiraten. Können wir aus und Bill fühlte sich elend. Er konnte seinen Eltern keinen Vorwurf machen. Hatte er ihnen nicht erzählt, dass Maddie die Einzige für ihn war? Und überhaupt hatte er es noch nie übers Herz gebracht, seinen Eltern irgendetwas übel zu nehmen? Maddie war froh, dass sie mit ihrem eigenen Wagen hergekommen war. So schützte sie direkt nach dem Essen Kopfschmerzen vor und Bill brachte sie bis vor die Tür. Wie konntest du ihnen erzählen, dass wir heiraten? fragte sie scharf. Bill wurde unsicher. Naja, sie halten jedes Mädchen, das ich mit nach Hause bringe für ihre künftige Schwiegertochter. Sei deshalb bitte nicht sauer, Maddie. Gute Nacht. Wann sehe ich dich wieder? Morgen auf dem Revier. Du weißt, was ich meine. Die nächste Zeit habe ich schrecklich viel zu tun. Maddie stieg in ihren Wagen, schloss die Tür, während Bill noch mit ihr zu reden versuchte und fuhr los. Bills Polizistenblick entging nicht, dass sie es versäumte, den Gurt anzulegen. James war überrascht, als Bill Wong vor der Tür stand, wie ein Schuljunge, der fragte, ob seine Freundin zum Spielen herauskommen dürfe. Tatsächlich bat Bill Wong darum, Agatha unter erschien ebenfalls an der Tür. Kommen Sie herein, sagte James. Ich kann einen Spaziergang machen, wenn Sie möchten. Nein, ich gehe mit Agatha in den Pub, falls es recht ist. Dann bis später, James nickte. Lassen Sie Ihren Wagen hier, schlug Agatha vor. Zum Red Line können wir zu Fuß gehen. Ich würde lieber woanders einkehren, wo wir ungestört sind, sagte Bill, und wo Lacey nicht dazukommen kann. Als sie in seinem Wagen saß, fragte Agatha nervös, stecke ich in Schwierigkeiten? Er lächelte traurig. Nein, eher ich glaube ich. Wir fahren zum Royal White Heart in Morton. Warten wir mit dem reden, bis wir dort sind. In dem Pub war ausnahmsweise wenig los. Der Herbst war gekommen, die Blätter fielen und die Touristen waren verschwunden. Einer der Nachteile an einer idyllischen Gegend wie den englischen Codswalls war der, dass sie die meiste Zeit im Jahr von Touristen überschwemmt wurde. Aber beschweren durfte man sich auch nicht, denn letztlich wurde jeder zum Touristen, sobald er sein eigenes Dorf verließ. Sie setzten sich an die Ecke eines großen Tisches nahe beim Kamin, in dem knisternd einige Holzscheite brannten. Also, sagte Agatha, was geht's? Es ist doch hoffentlich nicht noch jemand ermordet worden. Bill schüttelte den Kopf. Es geht um Maddie und mich. Erzählen sie. Bill sah zu dem Feuerschein, der sich in seinem Half-Pint-Glas spiegelte. Ihnen ist ja bekannt, dass ich Maddie sehr mag. Ja? Er seufzte. Wissen Sie, Agatha, ich glaube, ich bin zu spät geboren, denn ich bin so schrecklich altmodisch. Ich denke, wenn eine Frau mit mir ins Bett geht, bedeutet das etwas Ernstes. Und das tut es nicht? Für mich schon. Ich hatte praktisch schon die Hochzeit geplant, fing an, mich nach Häusern umzusehen. Leider hatte ich komplett vergessen, diese rosaroten Träume Maddie gegenüber zu erwähnen. Heute Abend war sie zum Essen bei meinen Eltern eingeladen. Agatha hätte um ein Haar Ach, du Schande gesagt. Verkniff es sich jedoch. Insgeheim dachte sie, dass Mr. und Mrs. Wong selbst einem hochgradig romantisch veranlagten jungen Mädchen jedwele Liebe zu ihrem Sohn ausgetrieben hätten. Naja, sie wissen ja, wie Mom und Dad sind. Sie reden einfach, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und sie können nichts dafür, dass sie so ehrlich sind. Sie können eine Menge dafür, dass sie so unverschämt sind, ging es Agatha durch den Kopf, doch sie sagte nichts. Jedenfalls ging Mom davon aus, dass wir heiraten würden. Und ich ehrlich gesagt auch. Aber Maddie war geschockt bei dem Gedanken daran, und ich glaube nicht, dass sie mich je wiedersehen will. Außerhalb der Arbeit, meine ich. Das ist furchtbar, Agatha, sie war so wütend auf mich, dass sie weggefahren ist, ohne sich auch nur anzuschnallen. Vielleicht hat sie sich bis morgen wieder gefangen, sagte Agatha und hätte sich im gleichen Moment ohrfeigen können, weil sie ihm falsche Hoffnungen machte. Ein schwaches Leuchten zeigte sich in seinen Augen, erlosch aber gleich wieder. Nein, ich Agatha drückte seine Hand und plötzlich konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. Oh, Agatha, ich wollte sie nicht zum Weinen bringen. Doch Agatha konnte nicht anders. Sie weinte um sich, um den verlorenen James, um die lieblos gelebten Jahre, die sie an die Arbeit verschwendet hatte. Dann trocknete sie ihre Tränen und riss sich zusammen. Ich kann Ihnen nur raten, Bill, dass sie sich morgen ihr freundlich, gelassen und normal wie möglich verhalten, damit sie ihr keine Angriffsfläche bieten. Gehen sie vielleicht mit einer anderen aus. Falls sie sie noch will, wird sie es ihnen zeigen. Falls nicht, haben sie ihr Gesicht gewahrt. Bill grinste. Ich bin nur zur Hälfte Chinese und meine arme Seele ist reines Gloster Scher. Sie haben recht. Trotzdem kann ich nicht verstehen, wie sich doch so weg geht. Weil sie dich nur benutzt hat, dachte Agatha, weil sie dachte, du könntest ihrer Karriere nützlich sein, indem sie sich deine Erfahrung und dein Wissen zunutze macht. Und nachdem sie deine Eltern kennengelernt hat und ihr mit Heirat gedroht wurde, findet sie, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Weil sie eine eiskalte Schnäpfe ist. Es gibt Frauen, die verarbeiten sollte. Laut sagte Agatha, viele Frauen haben entsetzliche Angst vor der Ehe, vor allem, wenn sie an ihrem Job hängen. Aber ich schätze, das tröstet sie auch nicht. Zurückweisung ist immer bitter. Jetzt trinken sie mal was stärkeres. Ich bin mit dem Wagen hier. Wir nehmen ein Taxi zurück. James kann sie mit ihrem Wagen nach Möster bringen und dann ein Taxi nach Hause nehmen. Wollen sie ihn nicht lieber anrufen und fragen, ob das auch wirklich möglich ist? Nein, das macht er schon. Trinken wir. Wir brauchen jetzt dringend was härteres. Am nächsten Morgen kam eine verkaterte Agatha Raisin nach unten gekrochen und erhielt eine Kostprobe davon, wie das Eheleben mit James ausgesehen hätte. Das war ein unfassbar selbstsüchtiges Benehmen gestern Abend, Agatha. Du solltest dich schämen. James kann das nicht warten, bis ich einen Kaffee hatte? Selbstsüchtig. James lief in der kleinen Küche auf und ab. Ich dachte, wir ermitteln gemeinsam. Und dann zieht ihr zwei einfach ohne mich los. Ich war im Red Lion, doch da wart ihr gar nicht. Und dann steht ihr zwei irgendwann betrunken kutschieren, meinen Wagen dort stehen lassen, ihn nach Hause fahren und mit einem Taxi zurück nach Morton kommen, um meinen Wagen zu holen. Also das ist schlicht zu viel. Agatha schenkte sich zittrig einen Kaffee ein und steckte sich eine Zigarette an. Verärgert riss James das Küchenfenster weit auf, sodass ein schwall kalte Herbstluft hereinströmte. Und das ist eine abscheuliche Angewohnheit, Agatha. Das ganze Haus stinkt schon nach Zigarettenqualm. Lass mich in Ruhe, jammerte Agatha und lehnte sich gegen den Küchentisch. Im nächsten Moment läutete es. James stapfte zur Tür und kehrte kurz darauf zurück. Da ist diese Mrs. Hardy für dich. Ich habe sie nicht hereingebeten. Agathas Neugier vertrieb ihren Kater für einen Moment und sie ging zur guten Morgen sagte Mrs. Hardy ich überlege mir ihr Angebot doch anzunehmen. Ein Hoffnungsschimmer leuchtete in Agathas Augen auf. Sie meinen ich kann mein Cottage zurück kaufen? Wenn sie möchten. Ich ziehe mich nur schnell an und komme dann gleich zu ihnen bot Agatha bereitwillig an. Gut aber lassen sie sich nicht ewig Zeit ich will noch ausgehen. Agatha eilte nach oben wo sie sich hastig wusch und ankleidete. Ich bin nebenan rief sie James zu die Hardy will verkaufen. Minuten später saß sie in Mrs. Hardys Küche beobachtete sie verstohlen und fragte sich ob sie selbst vor nicht allzu langer Zeit genauso gewesen war wie diese Frau schroff und abweisend. Warum zurückzubekommen als sie von Mrs. Hardy bekommen hatte. Im Nachhinein fragte Agatha sich wieso sie nicht versucht hatte den Preis zu drücken doch sie war so erpicht gewesen ihr altes Zuhause wiederzubekommen und nicht mehr bei James wohnen zu müssen dass sie den Preis akzeptierte den Mrs. Hardy nannte Tolle Neuigkeiten sagte sie zu James als sie nach nebenan zurück kam Die Hardy Kuh verkauft mir mein Cottage Für wie viel Für einen Haufen Geld Ist es das wert Agatha Du kannst so lange hier bleiben wie du willst Agatha warf ihm einen mürrischen Blick zu Bei James konnte sie nicht sie selbst sein Er übernahm fast das gesamte Kochen und Putzen und ihr wurde klar dass es wohl genauso gewesen wäre hätten sie geheiratet sie lebte wie in einem Hotel achtete sorgsam darauf ihre Sachen nicht außerhalb ihres Zimmers zu verteilen und bemühte sich das Bad sauber zu hinterlassen nachdem sie es benutzt hatte dabei stellte sie fest dass sie im Grunde ein ziemlich unordentlicher es war ein Talent so wie Ballett zu tanzen oder Opern zu singen und in einem Armenviertel aufgewachsen zu sein wo das Essen aus Dosen kam sehr sporadisch sauber gemacht und die Kleidung so gut wie nie gewaschen wurde half einem dabei nicht unbedingt weiter als sie in ihrem eigenen Haus wohnte hatte James sie ausschließlich von ihrer besten Seite gesehen hätte sie da einen Kater gehabt wäre sie schlicht in ihren vier Wänden geblieben bis er vorbei war um dann perfekt geschminkt und schick angezogen wieder aufzutauchen forschend strich sie mit dem Finger über ihre Oberlippe dort sprossen ein paar drahtige Haarstoppeln die James wie Insekten Fühler zuzuwinken schienen hastig entschuldigte sie sich lief nach oben ins Bad wachste ihre Gebüsch wo sie ihn später holen und dann im Küchenabfall verstecken würde damit James ihn nicht sah mittleren Alters zu sein ist wahrlich harte Arbeit dachte Agatha frustriert und es wird noch schlimmer wenn ich erst richtig alt bin mit der Inkontinenz und den ausfallenden Haaren und Zähnen Gott ich will tot sein und mit diesem heiteren Gedanken ging Agatha zurück nach unten Bill und ich haben nicht über den Fall geredet sagte sie zu James der mit dem Rücken zu ihr am Herd stand und Rührei machte Maddie hat ihm den Laufpass gegeben und er ist kreuz unglücklich darüber wo James steife Rücken entkrampfte sich und du hast ihm nichts von unserem Besuch bei Gloria Kampfert erzählt Nein wir haben uns betrunken um ihn zu trösten blöd ich weiß und es war wirklich nett von dir ihn nach Hause zu bringen Maddie mag eine dämliche Pute sein aber er trauert nun mal um sie James schob Agatha einen Teller mit lockerem Rührei unter die Nase isst das dann geht es dir besser damit es mir besser geht brauche ich Zeit und anschließend einen ordentlichen Scotch entgegnete sie schaffte es aber ein bisschen Ei und eine Scheibe Toast hinunter zu würgen wieder klingelte es und Agatha hielt sich stöhnend den Kopf falls das für mich ist Wimmle alle ab James ich würde nicht mal Mrs. Blocks Bier ertragen doch James kehrte mit Bill Maddie und Wilkes zurück Agatha wurde schlecht also sagte Wilkes streng wie ich aus einigen Zeugen Beschreibungen schließe waren sie und Mr. Lacey gestern bei einer Mrs. Gloria Comfort Agatha musste einmal mehr über das englische Dorfleben staunen als sie zu Mrs. Comfort kamen hatte der Ort vollkommen verlassen gewirkt und dennoch waren sie offenbar genauestens beobachtet worden sie ist doch nicht etwa tot oder fragte Agatha Mrs. Gloria Comfort hat ihre Sachen gepackt nachdem sie gegangen waren ihre Schlüssel bei der örtlichen Polizei abgegeben und gesagt sie würde nach Spanien verreisen sie nahm einen Flug von Heathrow nach Madrid mietete sich am Madrider Flughafen einen Wagen und fuhr Gott weiß wohin und wir möchten jetzt wissen was sie ihr erzählt haben und warum ergänzte Maddie mit tonloser Stimme sie eine verdächtige besuchen nachdem ihnen gesagt wurde dass sie sich aus dem Fall heraushalten sollen dies ist ein freies Land antwortete Agatha so oder so konnte sie uns nicht viel erzählen sie sagte dass sie nicht von Jimmy erpresst worden war und blieb bei dieser behauptung auch dann noch als wir zu bedenken gaben dass die polizei wahrscheinlich ihre konten überprüfen würde von einer spanien reise hat sie nichts erwähnt nun ging die befragung erst richtig los und james und agatha berichteten alles bis auf die kleinigkeit dass mrs comfort eine nacht mit jimmy verbracht hatte schließlich standen die polizisten wieder auf Maddie beugte sich zu agatha vor und sagte halten sie sich raus klar ach gehen sie weg von ihrem gesicht kriege ich kopf weh bill sah agatha finster an schwieg aber nachdem james die tür hinter ihnen geschlossen hatte sagte agatha na das ist ja mal spannend warum ist mrs comfort hals über kopf abgereist was hatte sie zu befürchten fahren wir heute nacht hin und brechen in ihr cottage ein um nachzusehen schlug james vor und wenn wir erwischt werden denkt daran wie viele leute unseren besuch gestern bemerkt haben und uns beschreiben konnten was wenn sie die polizei rufen sie werden uns nicht sehen wenn wir mitten in der nacht kommen was ist mit sicherheits strahlern alarmanlage sie hatte weder noch das habe ich gestern gesehen agatha betrachtete ihn skeptisch in diesen kotzwalds dörfern wimmelt es von alten leuten james und die schlafen notorisch schlecht sie würden einen wagen hören wir fahren bis kurz vor en kum und gehen den rest zu fuß wir kleiden uns dunkel aber nicht zu finster falls wir unterwegs jemandem begegnen tja ich an deiner stelle würde wieder ins bett gehen und meinen kater ausschlafen heute nacht musst du hellwach sein agatha fühlte sich wieder fit doch ihr war nicht wohl bei dem Gedanken an die kommende nacht kottage würden sie garantiert verhaftet werden und man würde ihnen außerdem wegen behinderung der polizeilichen ermittlungen die hölle heiß machen roy silver rief aus london an und agatha bat ihn nach der frau zu forschen die sich in der kur klinik als lady der rington ausgegeben hatte er sollte alles über sie in erfahrung bringen was er konnte um zwei uhr nachts machten sie sich auf den weg james parkte den wagen neben einem farngatter außerhalb des dorfs dann stiegen sie aus und marschierten los es war eine dunkle mondlose nacht mit auffrischendem wind bucheckern knirschten unter ihren füßen und noch mehr von ihnen prasselten aus den bäumen auf sie herab so viele bucheckern habe ich noch nie gesehen beschwerte sich agatha sind die ein auf dem land scheint alles ein zeichen dafür zu sein dass es ein langer harter winter wird sagte james sie bewegten sich leise vor dem schwarzen himmel ragten die dunklen umrisse der kirche auf weit und breit rührt sich nichts flüsterte james dennoch war die nervöse agatha überzeugt dass schlaflose alte menschen hinter ihren gardinen saßen und sie beobachteten die stille war erdrückend außer den baumwipfeln im wind bewegte sich nichts james öffnete leise die gartenpforte von mrs comforts cottage und wieder gingen sie um das haus herum nach hinten die gartenseite war vom dorf abgewandt und sehr dunkel was agatha ein bisschen beruhigte james holte eine kleine taschenlampe hervor und gab sie agatha leuchte auf die tür flüsterte er und holte ein bündel dietriche hervor zum zigsten mal fragte sich agatha wie ein angeblich dekorierter ehemaliger colonel zu solchem einbruchs werkzeug kam agatha begann zu frösteln wie lange dauert das noch zischte sie nur die ruhe das jales schloss habe ich schon das zweite ist schwierig in dem cottage nebenan ging licht an und der gelbliche schein durchschnitt die dunkelheit james erstarrte und agatha wimmerte vor schreck leise auf dann ging das licht aus und sie waren wieder von schützender dunkelheit umgeben schließlich als agatha schon vorschlagen wollte diesen wahnwitzigen plan aufzugeben knurrte james zufrieden und die tür schwang auf er nahm agathas hand und zog sie mit sich hinein während er die taschenlampe jeweils nur für sekunden ein und wieder ausschaltete nach oben sagte james im wohnzimmer gab es nichts worin sie briefe oder papiere aufbewahren könnte bald huschte der dünne taschenlampen strahl über das chaos im schlafzimmer schubladen hingen verkantet halb aus der kommode und auch der kleiderschrank stand offen hier war schon jemand sagte agatha die polizei ich glaube sie hat in panik gepackt setz dich drüben auf den stuhl beim fenster und halte ausschau ich suche nachdem er einige briefe und dokumente in den schubladen der frisierkommode durchgesehen hatte stieß james ein leises aus und brachte agatha einen brief hock dich auf den boden und ich leuchte sagte er das ist lesenswert agatha kauerte sich hin und las den brief liebe gloria bitte überlege es dir noch einmal ich habe schon so oft gesagt dass es mir leid tut wir hatten eine gute ehe und könnten sie wieder haben wenn du mich nur sehen und mich anhören würdest wir könnten irgendwo hin verreisen wohin du willst und alles wieder in Ordnung bringen bitte triff dich mit mir unverbindlich nach so langer Zeit kannst du nicht mehr wütend sein ich liebe dich ruf mich bitte an joffrey der brief war auf dem geschäftspapier einer firma namens potato plus in merster getippt agatha blickte verwundert auf warum hat sie uns etwas von ihrer ruinierten ehe vorgejammert wenn sie ihr altes glück hätte wieder haben können sie muss mit ihm abgehauen sein scheint so aber lass mich noch ein bisschen weitersuchen nach einer Stunde sagte er nein sonst ist hier nichts lassen wir es gut sein gib mir den brief agatha ich lege ihn wieder dahin zurück wo ich ihn gefunden habe auf dem weg nach unten packte agatha plötzlich james am arm und er zuckte zusammen das wohnzimmer da war ein anruf beantworter hören wir den ab ehe wir verschwinden ist gut aber ich bezweifle dass der uns mehr verrät als wir schon wissen dieser brief ist drei tage alt es ist eindeutig dass sie mit ihrem man abgereist ist sie gingen ins wohnzimmer wo james den anruf beantworter abspielte hier ist jane sagte eine stimme leider habe ich deinen anruf verpasst gloria ja ich kümmere mich um deinen garten die schlüssel habe ich noch ich wünsche dir eine schöne reise bis dahin dann folgte eine männerstimme hallo schatz hier ist basil ich habe die tickets und warte um halb fünf am check in auf dich sei bitte pünktlich agatha und james sahen einander verwirrt an basil sagte agatha ihr mann heißt joffrey und sie muss diesen mann angerufen haben nachdem wir weg waren er hat nichts von madrid gesagt bloß dass er die tickets hat verschwinden wir jetzt von hier bevor wir doch noch auffliegen sagte james außerdem will ich nicht mehr flüstern dauert es wieder so lange bis du abgeschlossen hast nein das ist der einfache teil bald hatten sie ein kum hinter sich gelassen und ihren wagen erreicht ich habe nachgedacht sagte james als sie los fuhren wir haben uns auf leute konzentriert die von jimmy raisin erpresst oder ausgenutzt wurden aber wir haben uns so gut wie gar nicht mit den partnern oder ehepartnern seiner opfer beschäftigt ausgenommen vielleicht lady derrington überlegen am nächsten vormittag erfuhren sie in der kirche von ankum wer jane war der kirchendiener sagte ihnen dass jane barclay die dame wäre nach der sie suchten und dirigierte sie zu ihrem cottage jane barclay war eine kräftige maskuline frau fortgeschrittenen alters mit kurzem grauen haar während sie sich mit ihr unterhielten und rasch feststellten dass jane barclay keine sehr enge freundin von mrs gloria comfort war zog sich agatha unauffällig ihren seidenschal vom hals und steckte ihn in ihre tasche der eigentliche grund weshalb wir hier sind sagte agatha auf einmal und james blickte sie überrascht an ist der dass ich gestern mein halstuch bei gloria vergessen habe sie erzählte mir dass sie sich um den garten kümmern und so wie sie von ihnen sprach hatten wir den eindruck dass sie eine gute freundin sind und vielleicht wissen wo genau in spanien sie ist da haben wir uns wohl geirrt wie dem auch sei sie haben die schlüssel wären sie wohl so gütig und würden uns ins haus lassen damit ich meinen schal holen kann ja ich denke schon sagte Jane zögerlich wer sind sie noch gleich Mr. und Mrs. Perth antwortete James rasch ehe Agatha etwas anderes sagen konnte er befürchtete dass Jane Bedenken haben könnte die Frau eines ermordeten in das Cottage zu lassen können sie sich irgendwie ausweisen Agatha sah ihre Felle bereits davon schwimmen als James ein Etui mit Visitenkarten aus seiner Innentasche holte und Jane eine Karte reichte Colonel und Mrs. Perth las Jane laut vor aus Stratford Gloria hat sie nie erwähnt aber so gut kenne ich sie ja auch nicht kommen sie mit und beeilen sie sich dort bitte sie gingen das kurze Stück zu Mrs. Comfort Cottage James sah immer wieder zu Agatha und vermutete dass sie unbedingt an das Telefon wollte als sie das Wohnzimmer betraten blickte Agatha sich wo habe ich diesen Schal nur hingelegt ich weiß dass es irgendwo hier gewesen sein muss James trat ans Fenster und blickte hinaus die Dahlien haben noch keinen Frost abbekommen sagte er sie sind wirklich hübsch Jane Barkley ging zu ihm die habe ich gepflanzt erklärte sie stolz Mrs. Comfort Gloria versteht im Grunde nichts vom Gärtnern Agatha angelte ihren Schal aus der Tasche und stopfte ihn zwischen die Sofakissen ich hab ihn rief sie und fischte ihn dort wieder heraus als Jane sich zu ihr umdrehte er muss zwischen die Polster gerutscht sein James James stand noch am Fenster einige dieser Rosen könnten zurückgeschnitten werden was wo fragte Jane leicht entrüstet das sind die gepflegt den Rosen in den ganzen Cotswalls kommen sie mit ich zeige sie ihnen geht ihr zwei nur sagte Agatha ich pudere mir die Nase Jane hörte ihr gar nicht zu sie war viel zu empört darüber dass ihre fähigkeiten als gärtnerin angezweifelt wurden sobald die beiden draußen waren lief Agatha zum telefon und wählte 1471 eine blecherne stimme sagte telefonnummer 0 1 5 6 0 3 8 9 9 3 2 wird gespeichert Agatha schrieb sich die ziffern auf und ging hinaus in den Garten wo James gerade sehr zerknirscht sagte na alle Achtung was für eine Pracht verzeihen Sie mir bitte Miss Barkley daran sind meine verfluchten Augen schuld leider sind sie nicht mehr das was sie mal waren Jane war hinreichend versöhnt um noch eine wie Agatha fand halbe Ewigkeit über Gartenpflege zu plaudern schließlich bedankten sie sich bei ihr und kehrten zu ihrem Wagen zurück so wie sie außer Hörweite waren sagte Agatha aufgeregt ich habe die Nummer es muss nicht zwingend die Nummer des mysteriösen Basil sein James fuhr ein Stück und hielt an zeig mal her Agatha reichte ihm den Zettel das ist die Vorwahl von Merster sagte James aber auch die von den Dörfern in der unmittelbaren Nähe woher bekommen wir die Adresse zu der Nummer Agatha dachte angestrengt nach ich habe eine Idee antwortete sie schließlich jedes mal wenn ich auf dem Revier in Merster war um mit Bill Wong oder jemand anderem über einen Fall zu reden wurde ich in einen Befragungsraum gebracht wo ich da gab es ein Telefon ich könnte von dort aus die Vermittlung anrufen und mich als Polizistin ausgeben und ehe sie misstrauisch werden sage ich etwas wie rufen sie mich unter diesem Anschluss auf dem Revier zurück Agatha ich verbiete dir etwas derart Wahnsinniges zu tun wie bitte was glaubst du eigentlich wer du bist mir etwas zu verbieten sei doch obwohl du es nicht willst dann klingelt das Telefon und womöglich geht diese furchtbare Maddie dran die dich direkt anzeigen wird weil du dich als Polizistin ausgegeben hast in dieser Branche erwiderte Agatha hochnäsig muss man risikobereit sein ach jetzt bleib aber mal auf dem Teppich bisher haben wir nichts weiter getan als Chaos anzurichten ich setze dich zu hause ab und fahre zum Markt nach Morten um Fisch fürs Abendessen zu holen falls es dir allzu langweilig wird könntest du vielleicht ein bisschen Unkraut jäden Schatz mir ist nicht entgangen dass du mein Haus als eine Art Hotel betrachtest weil es dein Haus ist sagte Agatha zutiefst gekränkt ich kann es gar nicht erwarten in mein eigenes zurück zu kehren ich auch nicht murmelte James und dann sagten sie beide kein Wort mehr James fuhr nach Morten in Marsch und Agatha ging in sein Cottage kochend vor Wut und Kummer wäre so das Eheleben gewesen wäre sie immer so herum kommandiert worden wie konnte er es wagen Agatha verließ das Haus wieder stieg in ihren eigenen Wagen und fuhr so schnell sie konnte zum Polizeipräsidium nach Mölster als sie auf den Sergeant am Empfang zuging wurde sie doch ein bisschen nervös ich würde gerne jemanden sprechen der den Mord an Jimmy Raisin bearbeitet sagte sie mit sanfter Stimme Mrs. Raisin nicht wahr ja richtig er hob die klappe hoch kam hinter dem Tresen vor und führte sie in einen Befragungsraum neben dem Empfangsbereich wird nicht lange dauern sagte er munter möchten sie eine Tasse Tee nein danke er ging und schloss die Tür hinter sich Agatha schnappte sich das Telefon und rief die Vermittlung an nichts geschah dann wurde ihr klar dass sie für ein externes Gespräch wahrscheinlich eine neun oder null vorwählen musste und sie probierte es wieder die Vermittlung meldete sich hier hier ist detective sergeant crumb sagte Agatha die sich für ihren tarnnamen kurzerhand vom leeren keksteller auf dem tisch inspirieren ließ sie gab der vermittlung die nummer die sie bei mrs comfort notiert hatte bat um den namen und die adresse und nannte dann die durchwahl des apparates vor sich wir rufen sie zurück sagte die vermittlung und Agatha wartete und wartete schließlich wurde sie panisch hob das telefon vom tisch und stellte es auf den boden bevor sie den tisch quer durchs zimmer vor die tür schob damit war sie eben fertig als zwei dinge gleichzeitig passierten jemand versuchte ins zimmer zu kommen und das telefon klingelte Agatha kniete sich hin nahm den hörer ab und murmelte heiser in die Muschel ja detective sergeant crumb ja am apparat zischte Agatha als sie Maddys stimme hinter der tür hörte mrs raisin sind sie da drin die tür klemmt hier sind name und adresse die sie angefragt haben basil morton nummer 6 the lonings london road merster danke sagte Agatha hastig rückte sie den tisch wieder zurück und legte sich vor die tür als sie maddie bereits rufen hörte dave komm her und hilf mir mit dieser tür agatha stöhnte bühnenreif alles in ordnung rief maddie eher misstrauisch als besorgt ich bin ohnmächtig geworden antwortete agatha warten sie es geht gleich wieder ich muss vor die tür gefallen sein sie stand auf und trat zurück während maddie die tür aufstieß hinter ihr stand ein polizist maddies blick wanderte direkt zu agathas gerötetem gesicht dann zum telefon das noch auf dem fußboden stand sie sehen nicht aus wie jemand der sich von einer ohnmacht erholt sagte maddie schnippisch und was macht das telefon auf dem fußboden hat es nicht eben geklingelt ich muss es herunter gerissen haben als ich umgekippt bin es hatte bloß zweimal geklingelt und dann aufgehört und wie kommt es dass das telefon auf der richtigen seite gelandet ist und der hörer noch auf der gabel liegt schon komisch sagte agatha und hielt eine hand an ihre stirn mir ist ganz heiß könnte ich ein glas wasser haben holen sie bitte eins befahl maddie dem polizisten ist sicher nur aufsteigende hitze typisch für die wechseljahre agatha funkelte sie böse an sie hasste diese frau lassen wir den quatsch mrs raisin warum sind sie hier wenn das ihre haltung ist möchte ich lieber mit bill reden bill ist unterwegs und entweder reden sie mit mir oder ich kriege sie dran wegen behinderung der polizei ermittlungen es ist ein wunder dass sie überhaupt einen fall lösen so wie sie die leute auf die palme bringen können der polizist kam mit einem glas wasser zurück das er agatha reichte sie bedankte sich setzte sich hin und trank gierig der wahl beobachtete maddie sie verdrossen raus damit agatha sagte sie schließlich für sie immer noch mrs raisin das wasser glas hatte agatha zeit zum improvisieren gegeben sie hatte sich vorher keine geschichte zurecht gelegt weil sie dachte man würde ihr bill schicken ich habe grund zu der annahme dass diese organisation jedem obdachlosen eine chance ein betrug war das wissen wir sagte maggie zu agathas verwunderung die polizei war schon damals da um den laden dicht zu machen aber da war das büro geschlossen und diese gore appleton abgetaucht warum haben sie mir das nicht erzählt wieso sollte ich maddie gab sich keine mühe ihre verachtung zu verbergen das problem bei euch nicht berufstätigen frauen ist dass ihr eure nase immer in andere leute angelegenheiten steckt ihnen wurde mehrfach gesagt dass sie die sache der polizei überlassen sollen und ich sage ihnen noch etwas ich glaube sie haben dieses telefon gerade benutzt versuchen wir es doch mal mit der wahl wiederholung und sehen was sie vorhatten agatha überlegte schnell maddie würde nur die nummer der vermittlung bekommen aber dann würde sie jedem auf dem revier fragen ob er von hier aus bei der vermittlung angerufen hatte und erfahren dass das niemand getan hatte und danach würde sie bei der vermittlung anrufen und so herausfinden wonach agatha sich erkundigt hatte doch just in diesem augenblick klingelte das telefon maddie nahm ab hallo bill sagte sie gereizt bist du wieder zurück nicht du rufst von außerhalb an bills stimme am anderen ende war leise zu hören tja stell dir vor dein schätzchen agatha ist im befragungsraum und ich glaube sie hat das telefon hier benutzt ich wollte gerade die wahl wiederholung drücken damit ich erfahre wen sie angerufen hat aber weil du jetzt diese durch wahl gewählt hast kann ich das nicht mehr wieso hast du dich nicht einfach durchstellen lassen wieder war bills stimme zu hören für agatha war offensichtlich dass bill erklärte er wolle nicht dass jemand mithörte was er maddie zu sagen hatte denn maddie sagte das ist wohl weder der richtige zeitpunkt noch der richtige ort und wenn du die wahrheit wissen willst wird es die nie geben nie mal verstanden sie knallte den hörer auf und sagte zu agatha raus hier agatha ging mit freuden james war viel zu neugierig auf die neuen informationen um wütend auf agatha zu sein er schien ihre geschichte von dem tisch und der vorgetäuschten ohnmacht sogar witzig zu finden roy silver hat angerufen als du weg warst sagte er diese sekretärin helen warwick mit der 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 affäre hat ist wieder zurück ich habe die adresse wollen wir heute noch nach london fahren könnten wir das auf morgen verschieben flehte agatha ich muss mit dieser furchtbaren hardy nach cheltenham und den hausverkauf regeln fährst du sie oder sie dich nein und nein wir treffen uns dort soll ich mit dir kommen falls sie den preis noch weiter in die höhe zu treiben versucht das wird sie nicht sie ist ein zäher brocken ich hasse sie sagte agatha schäumend ich hasse sie fast so sehr wie ich diese maddie hurt hasse was bill jemals an ihr gefunden hat begreife ich nicht was für eine blöde ziege und wir müssen diesen bezel überprüfen hol du dir jetzt erst mal dein zuhause zurück und danach fahren wir nach mölster und sehen was wir über bezel herausfinden können und da ist noch der ex man joffrey comfort von potato plus was ist das überhaupt es ist eine kleine fabrik in der sie kartoffeln für die supermärkte abpacken übrigens steht seine privatnummer im telefonbuch und rate mal wo er wohnt hier in carcely nein in ashton lewals genau wie unsere verstorbene miss purvey aber jetzt fahr schon mrs hardy wartete bereits im anwaltsbüro in der montpelier terrace in sheltonham auf sie agatha hatte 110.000 pfund für ihr cottage bezahlt und es für 120.000 pfund an mrs hardy verkauft mrs hardy verlangte nun 130.000 pfund für den rückkauf ein lachhafter preis da der immobilienmarkt eingebrochen war dennoch war agatha gerade im begriff die verträge zu unterschreiben als ihr plötzlich 150.000 pfund auf dem papier in die augen sprang was was ist das fragte sie der preis der anwalt lächelte mrs hardy sagte auf diese summe hätten sie sich geeinigt was zum teufel ziehen sie beide hier ab fauchte agatha sie fixierte den anwalt sie haben selbst am telefon den preis von 130.000 bestätigt nun mrs hardy scheint nun 150.000 pfund für einen angemessenen preis zu halten agatha nahm ihre tasche und die handschuhe das können sie vergessen ich sage ihnen was mein angebot nach dieser farce ist 110.000 pfund das oder gar nichts sie marschierte aus dem büro oh mein geliebtes heim stöhnte sie im stillen als sie in ihren wagen stieg ich werde es aufgeben und mir ein anderes cottage in einem anderen dorf suchen weit weg von james und mir dort ein neues leben aufbauen schließlich ist james nicht der einzige mann auf der welt doch als sie in sein cottage kam und er lächelnd entgegenblickte ging ihr das herz auf und sie fragte sich ob sie je wirklich frei von ihren gefühlen für ihn sein würde sie berichtete ihm was geschehen war und james sagte mitfühlend es gibt ja noch andere cottages lass uns zeitig zu abendessen und nach mörster fahren the loanings wo basil morten lebte war eine wohnsiedlung ganz ähnlich der in der das haus der wong familie lag sie hatte etwas von einer sozial siedlung mit dem einzigen unterschied dass die häuser hier ein bisschen größer und die gärten gepflegt waren wie agatha feststellte sie klingelten an der tür auch wenn sie nicht erwarteten dass ihnen geöffnet wurde das klingeln diente sein mochte zu ihrer überraschung öffnete eine dünne dunkelhaarige frau die tür zuerst hielten sie die frau für ein mädchen denn sie trug einen kurzen dunkelblauen rock zu einer weißen bluse beinahe wie eine schuluniform und hatte ihr haar zu zöpfen geflochten aber als die frau das außen licht über der tür einschaltete sahen james und agatha die james basil hat geschäftlich im ausland zu tun er ist viel unterwegs sie wirkte irgendwie einsam möchten sie vielleicht hereinkommen sie folgten ihr in ein wohnzimmer das geradezu beängstigend steril aussah nirgends lagen bücher oder zeitschriften herum seit wann wohnen sie hier fragte agatha während sie sich umschaute seit zehn jahren und nirgends eine spur von abnutzung kein fleck kein kratzer staunte agatha kinder können die beiden keine haben chari ja gerne setzen sie sich doch die frau kniete sich vor ein blank poliertes sideboard und holte eine kristall karaffe drei kristall gläser und ein kleines silbertablett heraus nachdem sie das tablett auf den boden gestellt hatte belud sie es mit der karaffe und den gläsern erlauben sie james trug das tablett zu einem niedrigen couch tisch der ebenfalls blitzblank war wie beängstigend dachte agatha macht sie niemals etwas schmutzig die die frau schenkte ihnen einen sehr süßen sherry ein wie james zu seinem verdruss feststellen musste sicher ein britischer sherry dachte er mit einem naserümpfen nachdem er probiert hatte wollen sie basil geschäftlich sprechen nein mrs morton die bin ich wir wollten mit ihm über eine persönliche angelegenheit reden sagte james er ist im ausland spanien er reist viel in welcher branche ist er denn mrs morton bäder mortons bathrooms so heißt die firma und warum spanien da kauft er fliesen antwortete sie und zuckte unsicher mit den schultern wenn ich ehrlich bin verstehe ich nichts vom geschäft ich habe hier so viel zu tun und bin so müde wenn basil nach hause kommt dass ich normalerweise auf dem sofa einschlafe arbeiten sie zu hause fragte james sie kicherte und schwenkte eine zierliche hand durchs zimmer ja im haushalt das nimmt gar kein ende sicher kennen sie das auch mrs sagen sie agatha ich habe eine hilfe die bei mir putzt ich selbst bin nicht alles in schuss halten das ist das mindeste was man für einen schwer arbeitenden ehemann tun kann ich mag es wenn mein basil abends ein hübsches kleines nest vorfindet falls er nach hause kommt ergänzte sie wehmütig james trank sein glas mit einer kleinen grimasse leer und warf agatha einen blick zu tja wir müssen dann wieder los mrs morton wir haben noch einige besuche vor uns was soll ich basil ausrichten nur dass mr und mrs perth hier waren was hätten wir sonst noch sagen können fragte james als sie weg fuhren wir konnten der armen neurotischen hausfrau ja schlecht erzählen dass ihr ehemann mit einer anderen frau nach spanien geflogen ist und jetzt fragte agatha mr comfort würde ich sagen lass uns wieder nach ashton le waltz fahren und jetzt ist auch der nebel zurück das musste ja so kommen verraten wir mr comfort unsere richtigen namen ich denke schon warum haben wir unsere zeit eigentlich mit dem besuch bei basil vergeudet naja wir waren nicht dort um basil zu besuchen denn wir wussten ja dass er außer landes ist ich wollte die Nachbarn über ihn befragen komisch ich bin nicht mal auf die Idee gekommen dass er verheiratet sein könnte vielleicht wäre es nett von uns gewesen ihr seine affäre schonend beizubringen sagte Agatha grübelnd ich schätze die polizei wird schon bald bei ihr vorbeikommen und es ihr sagen oh gott dieses ganze putzen und polieren im namen der liebe und der kerl hockt währenddessen in seinem hotelzimmer und hinterlässt lauter glasränder auf dem nacht tisch geoffrey comfort wohnte in einem großen herrenhaus am dorfrand wer hätte gedacht dass mit dem verpacken von kartoffeln so viel geld zu machen ist staunte Agatha allmählich glaube ich dass ich in der falschen branche war es sieht verlassen aus murmelte james der angestrengt durch den nebel blinzelte nein warte unten im erdgeschoss kommt ein bisschen licht durch die vorhänge sie parkten gingen zum haus und läuteten dann warteten sie vielleicht hat er das licht angelassen um ein brecher abzuschrecken sagte Agatha doch plötzlich ging die tür auf und ein mann mittleren alters stand vor ihnen er war sehr rundlich und hatte beinahe selbst die figur einer der kartoffeln die er professionell reinigen und eintüten ließ verstärkt wurde dieser eindruck noch von den beiden mutter malen in erinnerten ja mr comfort ja ich bin james lacey und dies ist mrs agatha raisin und mrs raisins mann wurde kürzlich ermordet er war gleichzeitig mit ihrer frau in einer kur klinik hauen sie ab die schwere tür schlug ihnen ins gesicht was machen wir jetzt fragte agatha wir gehen in den nächsten pub und essen und trinken dort etwas das machen wir oder willst du noch mal klingeln und verlangen dass er mit uns redet ein fenster ging auf und mr comforts runde schädel erschien verschwinden sie sonst lasse ich den hund raus da hast du deine antwort in den wagen agatha schnell sie brausten los und james schlingerte auf der einfahrt um einem fasan auszuweichen ich könnte jetzt einen großen djinn vertragen sagte agatha finster ein jammer dass du fahren musst egal ich trinke nur bis zur promilgrenze mir geht es sowieso mehr ums essen sie fanden einen pub mit dem putzigen namen tapestry arms wohl in anspielung auf hamlet auf einer tafel neben der bar stand mit kreide geschrieben welche speisen angeboten wurden james las laut vor würstchen mit pommes ritz curry hühnchen mit pommes fritz fisch und chips und plau manns lunch wollen wir es woanders versuchen nicht bei dem nebel probieren wir den plau manns lunch und hoffen auf das beste das gericht erwies sich als ziemlich trockenes spaguett brot mit einem weichen portions päckchen butter und einem stück käse das wohl cheddar sein sollte jedoch eine unangenehme ähnlichkeit mit kernseife hatte agathas gin tonic war warm weil im pub das eis ausgegangen war rauchschwaden waberten durch den schankraum agatha schob ihren halbvollen täler beiseite und steckte sich eine zigarette an sieh sieh mich nicht so an james bei dem qualm hier macht meine zigarette auch keinen großen unterschied mehr meinst du die hardy wird dein angebot annehmen fragte er nein das glaube ich nicht ich denke ich werde ihr zahlen müssen was sie verlangt mir ist klar wie irrsinnig das ist und ich weiß dass ich etwas anderes in der Nähe finden könnte aber ich will mein Haus wieder ist dir aufgefallen wie der Garten inzwischen aussieht alles voller Unkraut warum ziehen die Leute aufs Land wenn sie nichts lebendiges mögen fragte Agatha scheinheilig und goss ihren lauwarmen Drink angewidert in den Gummibaum neben ihrem Tisch Helen Warwick war nicht im House of Parliament sondern zu Hause in ihrer Wohnung in einem viktorianischen Wohnblock in der Gloucester Road in Kensington Als sie ihnen die Tür öffnete wollte Agatha zunächst nicht glauben dass diese Frau Sir Desmonds Geliebte gewesen sein sollte Sie war mollig und unscheinbar hatte graue Augen und braunes Haar das zu einer altmodischen Rolle aufgesteckt war Sie trug eine schmal geschnittene Seidenbluse einen Tweedrock flache Schnürschuhe und war nicht geschminkt James schätzte sie auf Mitte 40 Er erklärte wer sie waren nannte diesmal die richtigen Namen und warum sie hier waren kommen sie lieber rein sagte sie die Wohnung war groß ziemlich dunkel aber gemütlich und im Wohnzimmerkamin brannte ein Feuer auf einem polierten Tisch am Fenster stand eine Schale mit Herbst Laub und Chrysanthemen auf dem Sofa und den Sesseln lagen bequeme Kissen und über dem Kamin hing ein hübsches viktorianisches Landschaftsbild anscheinend hatte Miss Worry Geld wahrscheinlich schon von Haus aus ich war erschüttert als ich von Desmonds Tod hörte sagte Helen wir waren eng befreundet und er ist immer so nett und höflich gewesen es tut mir sehr leid dass seine Frau es auf solch fürchterliche Weise erfahren musste was hat es mit dieser Erpressung auf sich sie erzählten ihr von Jimmy Raisin und Mrs. Skor Appleton an die beiden erinnere ich mich nein sie haben nicht versucht mich zu erpressen ich wäre auch sofort zur Polizei gegangen und das konnten sie sich wohl denken sehr unangenehme Menschen wie sie allerdings hinter meine wahre Identität gekommen sind ist mir ein Rätsel vermutlich haben sie ihre Handtasche durchwühlt sagte Agatha und den richtigen Namen auf meinen Kreditkarten gesehen gut möglich schreckliche Leute wenn ich es recht bedenke kann ich sogar sagen wann genau sie es heraus gefunden haben müssen verraten sie es uns bat Agatha jeder den wir bisher gefragt haben scheint sich nur noch vage zu erinnern selbst eine Person die eine kurze Affäre mit Jimmy gehabt hat macht da keine Ausnahme lassen sie mich kurz nachdenken kann ich ihnen einen Kaffee anbieten nein danke sagte James der dringend hören wollte was sie zu sagen hatte und fürchtete dass sie es sich wieder anders überlegen könnte wenn sie zwischendurch in die Küche ging Desmond und ich haben zuerst über die Kurklinik gescherzt wir interessierten uns ja nicht so sehr für unsere Gesundheit anfangs dachten dachten wir es wäre ein origineller Ort für einen gemeinsamen Kurzurlaub zudem hätte seine Frau einen Hotel Aufenthalt verdächtig gefunden während er ihr so sagen konnte dass er sich wegen seines Blutdrucks sorgte Jimmy Raisin war ein Wrack als er am selben Tag wie wir dort eintraf er stank noch nach Schnaps und dann nach ein paar Tagen war wie ausgewechselt dauernd mit seinem my lady hier my lady da in den Wahnsinn getrieben und behauptet alle möglichen Berühmtheiten zu kennen er war die Sorte Mann die über Prominente nur mit ihren Vornamen redete mrs. go ableton war nicht viel besser sie war wie sagen die amerikaner noch schrill und hatte so eine aggressive Art die sie stets mit honig süßen worten zu überspielen versuchte sie wissen schon zum Beispiel machte sie mir überschwängliche Komplimente während sie mit Argus Augen beobachtete ob ich sie auch schluckte Desmond sagte ihnen schließlich dass wir für uns sein wollten am tag danach es muss unser fünfter tag gewesen sein fingen sie an uns wissende blicke zuzuwerfen und verächtlich zu lachen wenn sie an unserem tisch vorbeikamen ich dachte es wäre weil Desmond sie abgewiesen hatte aber sie mussten herausgefunden haben dass ich nicht Lady Darrington bin wissen sie was ich koche uns jetzt allen einen kaffee und überlege dabei noch ein bisschen Agatha und James warteten bis sie mit einem Tablett zurück kam sie servierte nicht bloß Kaffee sondern auch Teekuchen haben sie den selbst gebacken fragte James und bis genüsslich von seinem Stück ab der ist hervorragend und der Kaffee ist göttlich er streckte seine langen Beine aus sehr gemütlich ist es hier Helen lächelte verhalten kommen sie gerne jederzeit vorbei wenn sie in der Stadt sind und ein wenig Zeit haben Agatha versteifte sich diese unscheinbare Frau schien auf einmal eine härtere Konkurrenz zu sein als jede blonde Sirene und prompt konnte Agatha es nicht erwarten bis James das Haus wieder verließ aber Helen redete weiter sie sagen er hat mit einer der Frauen dort geschlafen sie lachte ich liebe diesen euphemismus mit jemandem schlafen wo man doch alles andere als das tut sie lachte wohlklingend und Agatha fixierte sie mit ihren bären Augen und kaum verhohlenem Hass das war Mrs. Comfort stimmt's woher wissen sie das fragte James oh er hat sie mächtig umgarnt und diese go appleton trieb ihn noch an außerdem hörte ich ihn sagen heute nacht kriege ich sie worauf mrs. go appleton lachte und sagte viel spaß und am nächsten morgen nun ja die körpersprache der beiden sie wissen schon was ich meine nicht war James oh ja ich bringe die kuh um dachte Agatha und diese arme alte dame die ermordet wurde fuhr Helen mit einem gekünstelten frösteln fort mehr kaffee James ihre enge seidenbluse hatte einen tiefen v-ausschnitt und sie beugte sich absichtlich so weit vor als sie nach der kaffeekanne griff dass James freien blick auf ihre delikaten brüste in dem spitzen bha hatte James trank noch eine tasse kaffee und nahm sich ein weiteres stück teekuchen agatha stöhnte innerlich auf auf einmal sah Helen sie an jetzt fällt es mir wieder ein sie und mr lacey wollten heiraten aber dann kreuzte jimmy bei der trauung auf sie lachte wieder das muss eine recht eindrucksvolle szene gewesen sein na nun können sie die trauung ja nachholen richtig sagte agatha wir haben diesbezüglich noch keine pläne gemacht bemerkte james alle schwiegen verlegen wir sollten gehen agathas stimme klang scharf kannst du nicht warten bis ich meinen kaffee ausgetrunken habe schatz agatha die schon halb aufgestanden war sank wieder nach unten lacey lacey murmelte hirn sind sie zufällig mit major general robert lacey verwandt mein vater er ist vor einiger zeit gestorben ah dann kennen sie sicher auch und nun folgte die sorte gespräch die agatha zu fürchten gelernt hatte james agatha machte machte selbst verrückt indem sie sich eifersüchtig aus wie er nach london zurück fuhr um die nacht mit herren zu verbringen irgendwann später ging sie zu bett und versuchte zu lesen horchte aber nur auf seine schlüssel in der haustür endlich kurz nach mitternacht hörte sie ihn zurückkehren die treppe hinaufkommen und ins bad gehen sie lauschte wie er sich wusch und in sein zimmer ging ohne ihr eine gute nacht zu wünschen obwohl er das licht unter ihrer tür sehen musste sie hob den kopf boxte in ihr kissen löschte ihr licht und versuchte sich zusammen zu reißen und zu schlafen stattdessen wälzte sie sich unruhig im bett hin und her und quälte sich mit bildern von einer welt voller Frauen die es ausnahmslos darauf abgesehen hatten ihr James wegzunehmen und dann starrte sie von irgendwo draußen hatte sie ein verdächtiges geräusch gehört dann klapperte der brief schlitz und es hörte sich an als würde wasser auslaufen eilig zog sich Agatha ihren morgenmantel über und lief die treppe hinunter sie riss gerade die tür zum flur auf als eine verhüllte hand ein brennendes streichholz durch den brief schlitz warf Agatha machte einen Satz zurück ins Wohnzimmer und schrie james gleichzeitig züngelten wilde flammen nach ihr er kam die treppe hinunter gerannt es brennt rief Agatha sie wollte die flurtür wieder öffnen doch er hielt sie zurück lauf nach oben ins bad und setz den fußboden unter wasser wir müssen verhindern dass das feuer das reddach erreicht james rannte in die küche während Agatha die treppe hinauf stolperte fluchend füllte james einen eimer mit wasser lief zurück und schüttete den inhalt gegen die wohnzimmertür die bereits blasen warf und knackte oben schluchzte Agatha vor angst während sie wasser auf den badezimmer boden fließen ließ von draußen waren rufe und schreie zu hören Agatha erkannte die stimme des gastwirts john fletcher der rief werft weiter mit erde wir können nicht auf die feuerwehr warten oh mrs harley mehr erde los jetzt das ist ein benzin feuer das rieche ich dann gerade als james nach oben rief alles gut agatha hörte sie die sirenen von polizei und feuerwehr in der ferne langsam stieg sie die treppe hinunter setzte sich auf die unterste stufe und stützte den kopf in die hände die wohnzimmertür stand nun offen sodass die qualmenden überreste der diele zu sehen waren wo sich ein erdhaufen auftürmte wer tut sowas fragte james wer wollte uns bei lebendigem leib grillen wahrscheinlich helen warwick sagte agatha und brach in tränen aus mit einem mal war das haus voller menschen fred griggs der polizist mrs blocks b die sich einen pulli und eine hose über ihren pyjama gezogen hatte john fletcher der wirt mrs hardy und diverse andere leute aus dem dorf sie dürfen sich bei mrs hardy für ihr schnelles handeln bedanken sagte fred sie hat die feuerwehr gerufen und rannte mit eimern voller erde hierher um das feuer zu löschen wasser nützt ja nicht viel bei einem benzin feuer geht es ihnen gut mrs raisin fragte die sonst zu übellaunige mrs hardy besorgt ja ich bin bloß ein bisschen zittrig sagte agatha wer kann das gewesen sein agatha schlang fröstelnd die arme um ihren oberkörper ich habe keine ahnung bis die polizei da war und kurz darauf bill wong mit zwei weiteren detektives eintraf die agatha nicht kannte hatten die damen vom frauenverein die küche übernommen und machten tee für alle agatha wurde für ihren geschmack ein wenig zu aufdringlich umsorgt und mit selbst gebackenem kuchen bedrängt john fletcher hatte ein bier fass aus dem pub geholt und schenkte drinks an die männer aus james blickte sich in dem überfüllten cottage um und fragte sich ob nachdem sie den bericht des brandmeisters gehört hatte schickte die polizei alle fort und die detektives setzten sich mit agatha und james hin um sie zu befragen sie haben mal wieder dreck aufgewühlt und das rächt sich warf bill agatha vor bei wem waren sie heute wieder er sah auf seine uhr oder vielmehr gestern james warf agatha einen warnenden blick zu doch agatha antwortete bei helen warwick was dieser sekretärin die ein verhältnis mit sir desmond derrington hatte ich hatte ihnen beiden doch gesagt sie sollen sich nicht einmischen ja hatten sie sagte james müde aber bis dieser mord beziehungsweise diese morde nicht aufgeklärt sind werden agatha und ich uns immer wie verdächtige fühlen darüber reden wir später wen haben sie sonst noch besucht gestern keinen und vorgestern james zögerte dann zuckte er mit den schultern mrs comfort ist mit ihrem liebhaber nach spanien geflogen einem basil morten aus mölster wir sind zu seinem haus gefahren um etwas über ihn zu erfahren er ist verheiratet und seine frau hat keinen schimmer was er treibt dann waren wir bei mrs comforts ex-mann in ashton lewalt's er drohte seinen hund auf uns zu hetzen das war alles und woher wussten sie von mr comfort und wo er wohnt wie sind sie überhaupt an die adressen all der anderen leute gekommen die in der kur klinik waren roy silver hatte eine detektivin engagiert die jimmy ausfindig machen sollte antwortete agatha sie hat uns die adressen besorgt name der frau weiß ich nicht mehr murmelte agatha wir fragen silver agatha sah hilflos zu james hinüber lügen ist zwecklos agatha sagte james wir waren zu einem kurzaufenthalt in der kur klinik birr und dort hatte ich gelegenheit einen blick in die unterlagen zu werfen können wir den rest vielleicht besprechen wenn agatha und ich ein wenig geschlafen haben wir sind ziemlich mitgenommen na gut aber ich erwarte sie beide auf dem revier und zwar so früh wie möglich am nächsten tag nahm der dorftischler einige vorläufige reparaturen vor legte eine spanplatte auf den dielenboden und baute eine provisorische tür ein während james mit seiner versicherung telefonierte mrs hardy rief agatha an und fragte ob sie kurz rüberkommen könnte ich sehe mal was sie will james sagte agatha und dann fahren wir lieber gleich nach merster agatha war nicht wohl dabei nach nebenan zu gehen sie hatte eine regelrechte abneigung gegen mrs hardy entwickelt und doch hatte die frau letzte nacht alles getan um beim löschen zu helfen nicht nur das sie hat uns das leben gerettet dachte agatha was natürlich maßlos übertrieben war denn sie hätten ja zur hintertür hinaus fliehen können es war eine völlig veränderte mrs hardy die agatha öffnete kommen sie herein sie armes ding sagte sie was für ein albtraum vielen dank für ihr tatkräftiges eingreifen letzte nacht antwortete agatha und ging mit ihr in die küche kaffee ja gerne mrs hardy schenkte zwei tassen ein und sie setzten sich an den küchentisch ich werde direkt zur sache kommen nervös drehte mrs hardy die tasse in ihren ring verzierten händen ich war aufs land gezogen weil ich ruhe und frieden wollte zuerst fand ich es ein bisschen zu ruhig aber was letzte nacht passiert ist war beängstigend so stelle ich mir unterhaltung nicht vor hier läuft ein irrer frei herum und ich will nur noch weg deshalb möchte ich ihr angebot annehmen und ihnen das cottage für 110.000 pfund verkaufen agatha war für einen moment versucht ihr doch die 20.000 mehr anzubieten die sie ursprünglich bezahlen wollte gut und wann wollen wir den vertrag unterschreiben heute noch wenn es geht sagte mrs hardy warten sie wir fahren gleich nach merster um unsere aussage bei der polizei zu machen von da könnten wir weiterfahren nach cheltenham wie wäre es mit vier uhr ich mache den termin sagen sie fragte agatha neugierig und was gefällt ihnen an carsley sonst nicht abgesehen von mord und totschlag mrs hardy seufzte ich bin sehr einsam seit mein mann gestorben ist und ich dachte in einem kleinen dorf ist man weniger allein das stimmt auch jeder hier ist freundlich wenn man den leuten die chance gibt schon doch das bedeutet dass man zur kirche gehen mit den bauern töpeln im pub reden und sich irgendwelchen fürchterlichen frauenvereinen anschließen muss ich finde das großartig tja ich nicht mir sagt die stadt offenbar eher zu ich werde mir etwas in london mieten zunächst lagere ich meine sachen ein nehme mir eine möblierte wohnung und sehe mich dann nach etwas dauerhaftem um doch mrs hardys bemerkung dass sie keine freunde finden konnte hatte agatha mitten ins herz getroffen und sie erinnerte sich an ihre einsamen tage bevor sie nach carsley kam warum bleiben sie nicht wir könnten befreundet sein das ist sehr freundlich von ihnen mrs hardy lächelte betrübt wollen sie denn nicht ihr cottage zurück ja schon aber dann sollen sie es haben ich sehe sie dann heute nachmittag beim anwalt und das war's sagte agatha wenige minuten später zu james also werde ich bald wieder zu hause sein sie sagte wenn alles unterschrieben ist kann ich in 14 tagen einziehen james war ein wenig irritiert eben noch schien er nicht sehnlicher zu wollen als sein cottage wieder für sich zu haben ohne agatha raisin die überall zigarettenasche fallen ließ jetzt jedoch fand er sie dürfte ruhig ein bisschen weniger begeistert über ihren auszug bei ihm sein na dann sagte er wenn du soweit bist fahren wir zur blätter rieselten vor ihnen herab als sie losfuhren tanzten und wirbelten in der luft angetrieben von einem böigen wind der weiter oben dunkle ausgefranste wolken über den himmel scheuchte irgendwo dort draußen dachte agatha schleicht ein mörder herum es muss etwas mit dieser hellen warwick zu tun haben sagte sie sei nicht albern widersprach james scharf meinst du allen ernst dass sie fährt von london her um benzin durch unseren briefschlitz zu gießen warum sollte sie das tun weil ich schwören könnte dass sie etwas weiß ach ja dann fahre ich lieber hin und besuche sie ja das könnte dir so passen was sehr gut sogar ich fand sie ausgesprochen charmant meine güte sind männer blind sie ist hinterhältig und verlogen und geldgierig so lautet dein von eifersucht gefärbtes urteil agatha ich bin doch nicht eifersüchtig auf diesen faden klops doch wir hätten letzte nacht drauf gehen können nicht mit einer hintertür in den garten und wenn wir beide schon geschlafen hätten hierauf wusste er keine antwort den rest der strecke schwiegen sie bei der polizei wurden sie schon erwartet detektiv inspektor wilkes leitete diesmal die befragung mit bill an seiner seite agatha spürte wie sie ins schwitzen geriet sie hatte schreckliche angst dass james oder sie sich verplapperten und wilkes hinter ihre einbrüche kam als alles vorbei war und sie ihre aussagen unterschrieben hatten sagte wilkes sehr ernst ich sollte sie beide wegen behinderung der polizeiarbeit anzeigen aber ich warne sie noch ein letztes mal wir mögen ihnen sehr langsam erscheinen aber wir sind gründlich zerknirscht verließen james und agatha das gebäude von einem der oberen fenster ausblickte maddie hört ihnen nach sie nagte an ihrem daumennagel man hatte sie nicht zur befragung dazu gebeten und sie sollte auch nicht mehr an dem fall mitarbeiten man hatte ihr stattdessen eine einbruchsserie zugewiesen in der sie ermitteln sollte und sie war sicher dass ihre vorgesetzten wegen bill wong gegen sie waren obwohl bill keinen muck sagte hatte das alles damit zu tun dass sie mit ihm schluss gemacht hatte agatha machte den rückkauf ihres cottages perfekt allerdings brachte ihr gewissen sie dazu letztlich 120.000 pfund zu bieten sie hatte das gefühl mrs hardy falsch eingeschätzt zu haben die frau schien trotz allem eine art seelenverwandte zu sein als sie die kanzlei des anwalts verließen sagte agatha spontan übrigens findet am sonnabend ein dorftanz im gemeindesaal statt möchten sie nicht mit james und mir hingehen nein lehnen sie nicht gleich ab ich dachte früher auch dass ich solche veranstaltungen hasse aber es macht wirklich spaß und es ist für einen guten zweck wir sammeln spenden für die krebshilfe mrs hardy lächelte matt all ihre aggressivität schien wie weggeblasen naja vielleicht sagte sie zögerlich so ist es gut denken sie darüber nach agatha winkte ihr zum abschied und ging zum wagen wo james auf sie wartete tja das war's sagte sie munter weißt du so übel ist sie gar nicht ich habe sie gefragt ob sie am sonnabend mit uns zum dorftanz geht james stöhnte ich wusste nicht mal dass wir hingehen natürlich gehen wir was wäre ein dorftanz ohne uns agatha zog sich eine schicke bluse aus chiffon und einen schwarzen samtdrock für den tanzabend an und wünschte sich wieder einmal das ordentliche abend garderobe und sei es auch nur für ein dorfvergnügen obligatorisch wäre richtige abend kleidung war einfach ein genuss agatha bereute bereits dass sie sich mrs hardy als begleitung für den tanzabend angeboten hatte wenigstens würde es dort gewiss keine frau geben von der james sich betören ließ denn leider war er diesbezüglich sehr anfällig wie ihr die begegnung mit helen boric bewiesen hatte sein gib mir zeit musste etwas bedeutet haben vielleicht könnten sie doch noch gemeinsam nach zypern reisen ganz unverfänglich es mussten ja keine flitterwochen sein agatha saß an ihrer frisierkommode den lippenstift halb zum mund erhoben und in tagträumen versunken in denen sie sich vorstellte wie sie zusammen am strand entlang schlenderten und sich unterhielten dann zuckte sie mit den schultern lehnte sich nach vorn und trug sorgfältig den lippenstift auf ihr rock saß lose an den hüften was allerdings nicht im kurzen aufenthalt in der kurklinik zu verdanken war es lag vielmehr an dem zusammenleben mit james und seinen aufwendig zubereiteten mahlzeiten ohne pommes frites und nachspeise zudem hatte agatha nicht mehr zwischendurch genascht weil es leichter war zu verzichten anstatt den mund aufzumachen um zu fragen und womöglich als vielfraß abgestempelt zu werden agathas gesicht war schmaler geworden und ihr teint klarer ich könnte glatt für vierzig durchgehen vielleicht dachte agatha als sie mrs hardy abholten und gemeinsam zum gemeindesaal gingen blickte agatha mehrmals verstohlen zu ihr hin und fand sie hätte sich ruhig etwas mühe mit ihrer kleidung geben können mrs hardy trug einen ziemlich ausgeleierten grünen tweedrock eine schwarze hemdbluse und darüber einen regenmantel ich halte das für keine so gute idee sagte mrs hardy ich tanze nicht gern bleiben sie ein bisschen und trinken sie etwas redete agatha ihr zu und wenn es ihnen dann immer noch nicht gefällt können sie ja wieder gehen licht strömte aus dem gemeindesaal und von drinnen war das muntere ching der rasser bumm der dorfkapelle zu hören es wird ein altmodischer tanzabend keine disco sagte agatha sie gaben ihre mäntel an der improvisierten garderobe ab oder zumindest hätten sie das gern doch gerade hatte die alte mrs boggle dort den dienst übernommen das macht 50 pence für jeden sagte mrs boggle und hängen sie ihre mäntel gefälligst selbst auf das ist das erste mal dass ich für die garderobe in einem gemeindesaal bezahlen soll erwiderte agatha misstrauisch denken sie etwa ich mache das hier umsonst brummelte mrs boggle james zahlte für sie alle und führte sie in den gemeindesaal der nächste tanz ist ein canadian barndance verkündete der confroncier vicar auf bloxby james wandte sich zu mrs hardy möchten sie ich weiß nicht recht ach na los sagte agatha die wild entschlossen war großzügig zu sein und sich daran erinnerte dass sie bald wieder in ihr altes heim ziehen würde agatha bemerkte dass mrs bloxby neben ihr stand anscheinend kommt mrs hardy doch noch aus sich heraus sagte die vikarsfrau agatha sah zur tanzfläche wo sich mrs hardy unerwartet elegant übers parkett bewegte und über etwas lachte was james sagte und wenn ich mich nicht irre schäkert sie gerade mit james fügte mrs bloxby hinzu nicht dass sie eine konkurrenz wäre sie sehen in letzter zeit auffallend fit und gesund aus das muss an james kochkünsten liegen sagte agatha james bat sie um den nächsten tanz und danach gingen sie zusammen an die bar um etwas zu trinken mrs hardy ließ keinen tanz aus ihr gesicht war gerötet und ihre augen glänzten wer hätte gedacht dass diese gemeine kuh so nett sein kann sagte agatha der dorftanz endete wie immer um mitternacht alle verabschiedeten sich und agatha stellte fest dass mrs boggle nachdem sie einiges an geld kassiert hatte die garderobe unbeaufsichtigt zurückgelassen hatte und verschwunden war auf dem heimweg hing mrs hardy zu agathas verdruss an james arm und schwärmte wie schön der abend gewesen sei sie bogen gerade in die lilac lane ein als eine dunkle gestalt aus dem dickicht der sträucher sprang im fahlen mondlicht sahen sie zu ihrem entsetzen wie ihnen ein mann entgegentrat der eine maske trug und eine waffe in der hand hielt das ist eine warnung raunte er halten sie sich aus der sache raus und damit sie wissen dass ich es ernst meine die pistole senkte sich und zeigte auf agathas beine in dem bruchteil einer sekunde standen sie alle wie gelähmt da dann schnellte mrs hardys fuß nach oben wie bei einem karate kämpfer und sie kickte dem mann die waffe aus der hand der drehte sich um und floh mrs hardy setzte ihm nach stolperte jedoch und schlug der länge nach hin so dass sie james der gleichfalls die verfolgung aufnehmen wollte den weg versperrte er fiel über sie und landete beuchlings auf der straße agatha erwachte aus ihrer schockstarre und schrie nach hilfe noch mehr polizeibefragungen agatha bleich und zittrig wurde nur noch wütender als sie erfuhr dass es sich bei der waffe um eine spielzeugpistole gehandelt hatte mrs hardy musste sich anhören dass sie zwar mutig aber dumm gewesen war schließlich hätte es auch eine echte waffe sein können wo haben sie gelernt sich so zu wehren fragte bill wong mrs hardy lachte aus diesen kung fu filmen im fernsehen ich schätze es war purer zufall dass ich ihm tatsächlich die waffe aus der hand treten konnte während james und mrs hardy weiter befragt wurden wie hatte sich die stimme angehört wie groß war der mann gewesen wie war er angezogen begann agatha über helen warwick nachzudenken sie waren bei helen gewesen und james haus wurde in brand gesetzt und jetzt das da musste es eine verbindung geben als die polizei davon gefahren war um sich den herbeieilenden horden weiterer polizisten anzuschließen die in der gegend ausschwärmten unterstützt von hunde staffel und hubschrauber und mrs hardy endlich in ihr cottage gegangen war erzählte agatha james dass sie helen warwick verdächtigte er zuckte mit den schultern das ist lächerlich ist es nicht rief agatha du hast einen mächtigen schock erlitten sagte james beschwichtigend ich muss morgen nach london einen alten freund besuchen und ich würde vorschlagen dass du den tag im bett bleibst und dich erholst nein kein wort mehr du bist überhaupt nicht in der verfassung einen klaren gedanken zu fassen als agatha am nächsten morgen um neun aufwachte war das cottage leer und james auto weg sie wurde furchtbar wütend verdammt sie würde selbst nach london fahren und roy silver fragen ob er noch etwas von der detektivin erfahren hatte es klingelte agatha rannte zur tür weil sie dachte james wäre zurückgekommen doch es war die vikars frau die vor dem haus stand oh mrs bloxby kommen sie rein ich wollte gerade nach london fahren wie oft soll ich ihnen denn noch sagen nennen sie mich margaret und sollten sie sich nicht ausruhen wurde schon jemand verhaftet fragte agatha die bereits in die küche durchging sie suchen noch oben im wald wimmelt es von suchtrupps mit hunden hatte der mann handschuhe an ich glaube schon warum naja wegen der fingerabdrücke agatha griff nach der kaffeekanne auf der maschine doch auf einmal zitterte ihre hand so heftig dass sie die glaskanne fallen ließ wie durch ein wunder zerbracht die kanne nicht sprang allerdings quer über den fußboden so dass kaffee über boden und küchenschränke spritzte agatha sank auf den fußboden und brach in tränen aus aber nicht doch sagte mrs bloxby und führte sie an den tisch sie setzen sich hin und ich mache das sauber james ist so pingelig schluchzte agatha er wird toben wenn ich fertig bin wird nichts mehr zu sehen sein beruhigte sie die vikars frau und zog ihren mantel aus sie öffnete den schrank unter der spüle um die putzsachen herauszuholen und während agatha unglücklich in ein taschentuch schniefte machte sich mrs bloxby ruhig und routiniert ans werk hinterher setzte sie den wasserkessel auf ich denke ein tee ist besser für sie ihre nerven sind ohnehin schon angegriffen mich erstaunt dass james fort ist wo ist er er sagte dass er einen alten freund treffen muss agatha die glaubte sich gefangen zu haben musste schon wieder weinen aber ich glaube nicht dass er einen freund besucht ich glaube er ist zu dieser mörderin gefahren helen warwick ich mache uns jetzt einen tee und dann erzählen sie mir alles als sie beide am tisch saßen berichtete agatha von ihrem besuch bei helen warwick und dass danach jemand versucht hatte sie zu verbrennen und dann von der letzten nacht als der maskierte ihr in die beine schießen wollte was mrs hardy durch ihren beherzten tritt verhindert hatte ich habe von letzter nacht gehört sehr mutig von mrs hardy und es zeigt dass ihr akt christlicher nächstenliebe sie mit zum dorftanz zu nehmen belohnt wurde es stärkt immer wieder meinen glauben an das gute im menschen wenn ein wenig freundlichkeit solch einen lohn erfährt agatha brachte ein kleines grinsen zustande bei den boggels scheint es nicht zu funktionieren ach die nun ja ausnahmen gibt es überall wie dem auch sei hat james interesse an helen warwick nicht einfach mit dem fall zu tun james hat einen ziemlich furchtbaren frauengeschmack sagte agatha düster denken sie doch nur an mary fortune mary fortune eine geschiedene frau hatte vor ihrem gewaltsamen tod eine kurze affäre mit james gehabt ich fahre nach london und sehe mal ob roy silver irgendwas herausfinden konnte mir geht so ein gedanke durch den kopf vielleicht bleibe ich über nacht am besten lasse ich james eine nachricht da sollten sie nicht lieber in der nähe bleiben die polizei wird sicher wiederkommen um mit ihnen zu reden die können die hardy befragen ich brauche einen tapetenwechsel ich finde sie sollten vorsichtig sein agatha jemand scheint mehr angst vor ihren nachforschungen zu haben als vor der polizei die gestalt letzte nacht war ein mann und mrs comfort erzählte dass mrs gore appleton wie ein mann aussah vielleicht gab es nie eine mrs gore appleton vielleicht war es von anfang an ein mr gore appleton ein mann der sich als frau ausgab um den spenden betrug auf die beine zu stellen ich finde trotzdem dass sie hier bleiben und sich ausruhen sollten agatha nein ich fahre wenn ich erst aus dem dorf bin geht es mir bestimmt besser und agatha vergaß james eine nachricht da zu lassen in london ertappte sich agatha dabei wie sie automatisch in richtung kensington fuhr zur gloucester road sie musste sich dringend vergewissern dass james wirklich einen freund besuchte und es sich bei besagtem nicht um helen warwick handelte als sie durch die gloucester road auf den wohnblock zusteuerte achtete sie auf die abgestellten autos natürlich könnte james überall geparkt haben selbst zu den günstigsten zeiten war es schwierig hier einen parkplatz zu ergattern sein wagen könnte bei cromwell gardens empress gate oder irgendwo anders stehen wo sie ihn nicht sehen würde aber nein dort stand er in einer lücke mit parkuhr nur ein stück von helens haus entfernt und um agathas elend komplett zu machen traten james und helen in diesem moment aus dem haus lachten und plauderten wie gute alte freunde der fahrer im wagen hinter agatha war es anscheinend endgültig leid mit fünf meilen die stunde hinter ihr her zu schleichen und hupte ungeduldig agatha gab gas zu gerne hätte sie gewendet die beiden eingeholt und james durchs seitenfenster wüste beschimpfungen zugerufen stadtdessen fuhr sie palace gate hinunter und bog an kensington gardens nach links richtung city roy war in seinem büro und wich sofort hinter seinem schreibtisch zurück als er agathas grimmige mine sah was hast du so getrieben agatha erzählte ihm von dem feuer dem mann der sie mit einer waffe bedroht hatte und ihren nachforschungen roy entspannte sich merklich weil er annahm dass das ganze chaos der grund für agathas wut wäre und nicht etwas was er getan hatte vielleicht ist es doch diese harley sagte er als agatha fertig war sie ist aus dem nichts in carsley aufgetaucht was ist wenn sie in wahrheit mrs gore appleton ist ich meine zufälle gibt es immer wieder eine menge leute ziehen in die codswalls und stellen dann fest dass sie neben jemandem landen dem sie schon ihr leben lang weiträumig aus dem weg gehen wie wäre es hiermit sie kauft ein cottage und findet es witzig dass du raisin heißt und wahrscheinlich jimmys frau bist immerhin ist das kein sehr häufiger name sie hört von james und deinen heiratsplänen denkt aber dass du geschieden sein musst jimmy hat dich vielleicht nie erwähnt dann stolpert er in seinem suff über sie erkennt seine alte freundin wieder und versucht ihr die daumenschrauben anzulegen sie killt ihn kurz darauf geht sie ins kino in merster und da in dem kino sieht sie miss pervey und was noch schlimmer ist miss pervey sieht sie also muss diese zum schweigen gebracht werden und jetzt kriegt sie richtig schiss sie versucht euch zwei abzufackeln aber irgendein nachbar schreitet feuer und sie sieht wie bei dir oben das licht angeht hört dich james oder etwas in der art rufen worauf sie beschließt lieber eimerweise erde in die diele zu werfen damit der verdacht auch bestimmt nicht auf sie fällt danach denkt sie sich einen plan aus euch von ihrer fährte abzulenken sie heuert irgendeinen schauspieler oder gauner an der euch mit dem überfall in angst und schrecken versetzt gleichzeitig kann sie als heldin auftreten und wer verdächtigt schon eine heldin das ist sehr schlau und ich wünschte es wäre so aber james und ich waren in ihrem cottage ich hatte noch die schlüssel und sind ihre papiere durchgegangen sie ist wirklich die für die sie sich ausgibt verdammt übrigens scheint deine detektivin einen besseren draht zu den pennern zu haben als die polizei ja aber das problem ist dass iris zurzeit sehr beschäftigt ist die frau ist völlig im stress sie bearbeitet gerade diverse fälle von häuslicher gewalt sieh mal zu dass du sie trotzdem erwischst ich bezahle agatha trat ans fenster und starrte blind hinaus auf die dächer der city dann drehte sie sich um ich hab's wir gehen zu den obdachlosen und versuchen auf eigene faust mehr herauszufinden wir ich habe hier einen job schon vergessen die bürotür ging auf und bunty agathas frühere sekretärin steckte den kopf herein ah hallo mrs r roy mr wilson will dich sprechen ich warte sagte agatha roy ging rückte dabei seine krawatte zurecht und fragte sich ob sie womöglich zu grell für eine aufsteigende junge führungskraft war mr wilson betrachtete roy einen moment lang prüfen bevor er sagte sie haben die raisin zu besuch sie ist bloß kurz vorbeigekommen um zu plaudern die kommt nie vorbei um zu plaudern was will sie ihnen den hals umdrehen weil sie ihr liebesleben torpediert haben nein sie will meine hilfe totaler wahnsinn sie will dass wir zu den pennern gehen und mehr über ihren ehemann herausfinden dann machen sie das wie bitte ich sagte tun sie es agatha raisin mag die fieseste frau sein die mir je begegnet ist aber sie ist nun mal die beste im pr-geschäft und ich hätte sie gerne auf meiner gehaltsliste ich will dass sie sehr nett zu ihr sind machen sie ihr klar dass ihr leben im ruhestand aus nichts als stress und mord auf dem dorf besteht deuten sie an dass sie hier einen haufen geld machen könnte sorgen sie dafür dass sie in ihrer schuld steht aber ich habe heute nachmittag einen termin mit der firma a light soaps den kann patterson übernehmen jetzt ziehen sie schon los und halten sie das alte mädchen bei laune einige zeit später standen zwei schäbige gestalten vor patmans in cheapside und versuchten ein taxi heran zu winken agatha hatte die sachen die sie trugen in einem oxfam laden besorgt roy hatte eine jeans an bei der agatha die knie eingerissen hatte ein jeanshemd und ein altes tweedsakko agatha trug einen langen geblümten rock und gleich zwei ausgeleierte strickjacken über einer bluse zudem hatte sie mehrere plastiktüten dabei beide rochen sie nach schnaps den agatha großzügig über ihre kleidung gegossen hatte außerdem hatte sie ihnen die gesichter mit ein bisschen matsch aus dem rindstein schmutzig gemacht das bringt nichts sagte roy als das dritte taxi an ihnen vorbeifuhr agatha ging wieder hinein zu patmans und rief nach dem pförtner was wollen sie fragte er knurrend ich bin's agatha raisin antwortete sie scharf gehen sie da raus und winken sie mir ein taxi heran der pförtner der agatha nicht ausstehen konnte musterte sie und begann zu lächeln die alte schabracke war offensichtlich übel abgestürzt sollte sie sich doch selbst ihr verfluchtes taxi rufen verziehen sie sich sagte er solche wie sie sind hier nicht willkommen agatha öffnete den mund um ihm den marsch zu blasen als eine leise stimme hinter dem pförtner sagte chock sie besorgen mrs raisin ein taxi und zwar dali das war mr wilson wollen sie zu einer kostümparty mrs raisin stimmt genau chock lief hinaus auf die straße und winkte ein taxi heran als er agatha und roy die tür aufhielt wandte er demonstrativ das gesicht ab agatha drückte ihm etwas in die hand und er tippte sich an den hut erst als das taxi losgefahren war blickte chock in seine hand ein penny er schleuderte ihn in den rindstein und stapfte zurück nach drinnen hast du deine handtasche nicht dabei? fragte roy nein die habe ich bei deiner sekretärin gelassen sie ist in ihrem schreibtisch du hast hoffentlich auch keine brieftasche mitgenommen nein aber wer bezahlt das taxi? na du mein geld liegt im büro meines auch ich habe ungefähr ein pfund in münzen dabei doch das reicht nie für die fahrt nach waterloo was machen wir jetzt? jammerte roy Gott, wie kann man nur so dämlich sein hoffen wir, dass es nicht eines von diesen taxis ist bei denen die türen verriegelt sind der wagen wurde langsamer und hielt an einer roten ampel jetzt! sagte agatha sie stieß die tür auf und sprang heraus dicht gefolgt von roy der taxifahrer brüllte ihnen wütend hinterher dass du immer noch so rennen kannst japste roy als sie endlich stehen blieben man habe ich seitenstiche ich muss dringend etwas für meine kondition tun in weiser voraussicht hatte agatha zwei flaschen billigen weißweins namens irish blossom gekauft es waren flaschen mit drehverschluss anstelle von korken roy und sie trafen eine gruppe von pennern an jimmy raisins altem platz es war ein bunter haufen der eher aus starken alkoholikern als aus junkies bestand denn letztere waren jünger und zogen bessere plätze vor die leute waren hauptsächlich schotten und ihren sodass agatha sich unwillkürlich fragte ob an der behauptung etwas dran war dass der alkoholismus zunahm je weiter man nach norden kam keiner schien etwas mit ihnen zu tun haben zu wollen bis agatha in einer ihrer plastiktüten wühlte und eine weinflasche zutage förderte schnell versammelten sich die anderen um sie roy reichte die flasche herum die bald leer war nun kam ein alter mann der zwei flaschen cider hatte die er gleichfalls mit den anderen teilte er drückte sich gelehrt aus und erzählte jedem er wäre früher professor gewesen nach und nach kamen alle miteinander ins gespräch und roy stellte fest dass sie offenbar von piloten berühmten fußballern hirnchirurgen und großindustriellen umgeben waren agatha hob die stimme wir hatten einen kumpel der in der gegend hier herum hing sagte sie jimmy raisin der mann mit der gelehrten stimme der charles hieß sagte jemand hat gesagt dass der umgebracht wurde ist kein verlust widerlicher kleiner ganove der mord musste sich irgendwie bis zu ihnen herumgesprochen haben denn agatha nahm an dass nur sehr wenige der obdachlosen je in die zeitungen sahen was ist mit seinem zeug passiert fragte roy haben die bullen abgeholt sagte eine dünne frau mit spitzen gesichtszügen und blitzenden augen die an ein hogarth gemälde erinnerten die haben seinen karton und alles mitgenommen aber lizzie hat seine tasche mit kram was für kram fragte roy streng wer zur hölle bist du eigentlich fragte charles agatha sah roy verärgert an das kann ich euch sagen antwortete roy ein wenig lallend ich bin ein top manager in der city und komme abends hierher weil mir die gesellschaft gefällt die atmosphäre entspannte sich merklich als die hirnchirurgen düsenjäger piloten und magnaten erfuhren dass er quasi einer von ihnen war und ich sage euch noch was roy angelte in der großen innentasche seine oxfam jacke bevor ich aufgebrochen bin habe ich noch diese flasche scotch aus dem schreibtisch eingesteckt es war nichts als die wahrheit doch tief in den dumpfen winkeln ihrer gehirne akzeptierten ihn die anderen nun als ihresgleichen der scotch wurde herumgereicht da sie alle mit ausnahme von agatha und roy noch vom letzten gelage angetrunken waren waren sie schon nach den ersten schlucken sturz besoffen agatha hockte sich zu der spitznasigen frau namens clara ich verrate dir ein geheimnis flüsterte sie clara sah sie an wobei ihre blitzenden augen mühe hatten sie zu fokussieren ich war mit jimmy verheiratet sagte agatha ist nicht wahr doch deshalb gehört mir das was sich diese knalltüte lizzie genommen hat wo steckt sie die kommt noch und so richteten agatha und roy sich darauf ein zu warten nach und nach verkrochen sich alle in ihre kartons wie wildtiere in ihre bauten und immer noch war lizzie nicht aufgetaucht der morgen dämmerte über einem trüben london eine drossel hoch oben auf einem dachfirs zwitscherte ihr morgenlied was das elend der vergeudeten leben in den kartons noch zu betonen schien agatha stand mit steifen gliedern auf mir reicht's roy sagte einer detektivin sie soll lizzie finden und verdopple ihr honorar ich mache mich auf den heimweg haben wir noch genug geld für die u-bahn agatha wühlte in ihren taschen und kratzte ein pfund zusammen das reicht für mich für die u-bahn du musst schon bei mir bleiben süße wenn du an deine handtasche und die autoschlüssel kommen willst ich habe die büroschlüssel gib sie mir nein soll das heißen ich muss mit dir den ganzen weg zu fuß zurück latschen ja schweigend lahm gesessen und erschöpft von einer langen nacht noch dazu mit gereizten mägen wegen der schrecklichen mischung die sie getrunken hatten machten sie sich auf den weg zur waterloo station ein mann in einem eleganten abendanzug kam auf sie zu er blieb vor ihnen stehen so dass auch sie anhielten und in seinem gesicht spiegelten sich mit gefühl und ekel dann nahm er seine brieftasche hervor und holte einen zehn pfund schein heraus oh gottes willen sagte er zu roy kaufen sie ihrer mutter ein anständiges frühstück und geben sie das ja nicht für schnaps aus oh danke danke roy schnappte sich den schein taxi brüllte er und wunder über wunder ein taxi bremste neben ihnen roy schob agatha hinein rief dem fahrer cheap side zu und der wagen fuhr los agatha kam es so vor als würde nach ihrem abenteuer alles in ruhigeren bahnen laufen mrs hardy erbart sich eine zusätzliche woche in dem haus da ihre neue wohnung in london noch nicht frei war der bagel erfuhr endlich von dem bewaffneten überfall und brachte einen teil des ursprünglichen interviews mit agatha anfangs hoffte sie noch dass sich jemand melden würde der etwas über mrs go appleton wusste doch keiner schien irgendwelche brauchbaren informationen über sie zu haben zwar wandten sich mehrere leute an die polizei die ehrenamtlich für die wohltätigkeitsorganisation gearbeitet hatten doch deren aussagen brachten so gut wie nichts neues inzwischen vermutete bill wong dass mrs go appleton sich irgendwo im ausland niedergelassen hatte wo nicht an sie heranzukommen war eines abends fuhr er bei james und agatha vorbei und sprach mit ihnen über seine befürchtung dass sie die frau nie erwischen würden hat sich auf den zeitungsartikel hin keiner mit informationen über mrs go appleton gemeldet fragte james doch größtenteils reiche damen im ruhestand die ehrenamtlich für sie gearbeitet haben einige hatten ganz schön viel geld in die organisation gesteckt andere aber hielten ihre portemonnaies fest als sie dahinter kamen dass mrs go appleton lediglich ein paar vorzeige besuche bei den londoner obdachlosen absolvierte um kleidung und essen zu verteilen die beschreibungen was ihr äußeres betrifft decken sich mit dem was wir schon wussten streng mittleren alters muskulös blond war sie mit keiner der frauen befreundet nein sie haben sie nur während der bürozeiten gesehen allerdings erinnern sie sich alle an jimmy raisin mrs go appleton war sehr stolz auf ihn sagten sie sie behauptete er wäre der beweis dafür wie viel ein wenig freundlichkeit und fürsorge bewirken können zwei der damen hatten den eindruck dass mrs go appleton und jimmy ein paar waren tja wir können jimmy nicht vorwerfen dass er sie hinterging immerhin war ihr wohltätigkeitsverein auch nur ein schwindel wie ist sie damit nur durchgekommen sie musste ihre organisation doch offiziell registrieren lassen das hat sie nie getan sie hängte einfach ein schild vor die tür und warb um freiwillige indem sie einige kirchen abklapperte eigentlich ganz schön raffiniert eine frau gab ihr 15.000 pfund doch sie ist die einzige die offen zugibt wie viel sie gespendet hat also weiß der himmel welche summen mrs go appleton von anderen bekommen hat agatha dachte an die leute mit denen sie die nacht unter der brücke verbracht hatte all die verlorenen seelen und wurde wütend in gewisser weise hatte mrs go appleton diese menschen bestohlen ich sage ihnen bescheid wenn ich irgendetwas neues weiß versprach bill wie sieht es sonst aus fragte agatha ich meine bei ihnen maddie oh das ist vorbei meine mutter ist ganz froh darüber und mein dad auch ich dachte sie wären enttäuscht weil sie beide hoffen dass ich bald heirate agatha behielt ihre vermutung für sich dass mr und mrs wong ganz im gegenteil alles in ihrer macht stehende tun würden um jede frau in die flucht zu treiben die sich für ihren teuren sohn interessiert und was passiert jetzt mit ihnen beiden fragte bill zunächst erntete er betretenes schweigen doch dann sagte agatha munter bei uns wird bald alles wieder seinen geregelten gang gehen ich lebe dann wieder in meinem kleinen cottage james in seinem dann können wir einander über den gartenzaun zuwinken ach naja das wird schon irgendwie klappen sagte bill mich freut übrigens dass sie ihre nachforschungen in dem fall aufgeben agatha nicht dass sie uns früher keine hilfe gewesen wären doch meistens haben sie die leute dabei so aufgebracht dass einfach etwas passieren musste agatha war fassungslos man kann auch seine freunde leid werden ist ihnen das klar entschuldigung war nicht so gemeint aber sie haben sich schon einige male in lebensgefahr gebracht machen sie das bitte nicht wieder er lächelte ich fände es schrecklich sie zu verlieren nun lächelte auch agatha es gibt momente in denen wünschte ich sie wären viel älter bill und es gibt momente in denen ich mir das auch wünsche agatha möchten sie einen kaffee bill fragte james barsch wie bitte oh nein danke ich muss los agatha begleitete ihn zur tür lassen sie sich bald mal wieder blicken und wenn ich wieder in meinem haus bin kommen sie zum dinner vorbei abgemacht und nichts aus der mikrowelle bitte er gab ihr einen kuss auf die wange und zog pfeifend von dannen oh gott stöhnte agatha als sie zurück ins wohnzimmer kam wo james beleidigt nach dem läufer vor dem kamin trat eben ist mir wieder eingefallen dass wir den frauenverein von ankum eingeladen haben ich mache mich lieber auf den weg zum gemeindesaal ich frage mrs hardy ob sie mitkommen will mach doch was du willst murrte james agatha sah ihn erstaunt an was ist denn mit dir los ich muss schreiben sagte er setzte sich vor seinen computer und schaltete ihn ein agatha zuckte mit den schultern und ging nach oben die liebe schien bisweilen in wellen zu kommen wie die grippe und sie war gegenwärtig nicht befallen was hoffentlich so blieb als sie wieder nach unten kam pfiff sie dieselbe melodie die bill gepfiffen hatte james stierte verdrossen auf seinem bildschirm ich bin dann weg sagte agatha keine reaktion es war nett von bill vorbeizukommen sie lachte kurz auf manchmal wundere ich mich dass es sich mit mir alter schachtel überhaupt abgibt mrs hardy war zu hause und ließ sich relativ schnell überreden agatha zum gemeindesaal zu begleiten was steht auf dem programm fragte sie offen gesagt habe ich keine ahnung gestand agatha normalerweise kümmere ich mich mit um die planung aber bei all dem was passiert ist hatte ich diesmal keine zeit dazu was es auch ist es wird ihnen spaß machen als sie jedoch den gemeindesaal betraten und von mrs bloxby erfuhren dass die carsley damen ein konzert gaben war agatha da nicht mehr so sicher mrs hardy und agatha bekamen gedruckte programme gereicht als erstes sollte miss sims auftreten die schriftführerin und you'll never walk alone singen die eröffnungsnummer war jedoch eine tanzdarbietung sämtlicher damen die in zwanziger jahre kleidern einen charleston vorführten agatha traute ihren augen nicht wo in aller welt hatte die füllige mrs mason dieses kleid aufgetrieben dann trat miss sims vor und richtete das mikrofon ihre stimme war dünn und näselnd schrill in den hohen lagen und annähernd tonlos in den tiefen agatha wurde zum ersten mal bewusst wie ausgesprochen lang der song war und sie war dankbar als er schließlich endete als nächstes stellte sich fred griggs hinter einem tisch voller ringe und schals und versuchte sich als zauberer es misslang ihm derart gründlich dass das publikum glaubte es wäre absicht und seine schnitzer mit gelächter und applaus würdigte fred lachte als einziger nicht mit sondern wurde immer unsicherer zuletzt wurde eine kleiderschrank große kiste auf die bühne gerollt und fred bat nervös um eine freiwillige für den trick mit der verschwundenen dame mrs hardy marschierte ohne zögern durch den mittelgang zur bühne fred flüsterte ihr etwas zu dann stieg sie in die kiste und erschloss die tür meine damen und herren sagte fred ich werde diese dame nun verschwinden lassen er schwenkte seinen zauberstab und zwei schulkinder drehten die kiste mehrmals herum dann öffnete fred schwungvoll die tür mrs hardy war fort begeisterter applaus brandete auf fred strahlte vor erleichterung und gab den schulkindern ein zeichen worauf sie die kiste abermals drehten fiola rief fred gemeint war voila denn fred hielt französisch für eine magische sprache er öffnete die tür erschrak merklich und knallte sie wieder zu bevor er den kindern etwas zumurmelte die kiste wurde nochmals gedreht wieder rief fred viola und öffnete die tür keine mrs hardy das muss zur nummer gehören dachte das publikum als fred mit hochrotem kopf und sichtlich schwitzend das innere der kiste absuchte du kannst ja nicht mal meine katze finden rief mrs boggle kein wunder dass du die frau nicht wieder findest findest ja kaum an guten tagen deinen verstand fred fred bedachte sie mit einem vernichtenden blick und verbeugte sich die schulkinder liefen nach vorn um seine requisiten abzubauen und ein dorfbewohner namens orbert grange betrat die um mit löffeln zu musizieren agatha stahl sich unauffällig aus dem saal und eilte zurück zur lilac lane sie begann zu fürchten dass mrs hardy etwas schreckliches passiert sein könnte und dann als sie um die ecke in die lilac lane bog sah sie mrs hardy ein stück weiter vorn mrs hardy rief agatha mrs hardy drehte sich um was ist denn passiert fragte agatha als sie bei ihr war es war so furchtbar langweilig sagte mrs hardy grinsend da bin ich hinten aus der kiste und durch den hintereingang aus dem gemeindesaal aber der arme fred na und er hat schon vorher alles verpatzt und da dachte ich mir dass ein reinfall mehr auch nicht weiter schlimm ist agatha sah sie verwundert an das erscheint mir ein bisschen grausam aus ihnen werde ich wirklich nicht schlau sagte mrs hardy ich weiß dass sie früher erfolgreich eine firma geführt haben trotzdem verplempern sie hier ihre zeit indem sie zu solch fürchterlichen veranstaltungen gehen wie halten sie das aus in meinem ganzen leben habe ich noch keinen so öden haufen von bauerntölpeln gesehen sie sind nicht öde das sind sehr nette menschen wie bitte meinen sie vielleicht diese müffelnde alte boggel oder diese erbärmlichen hupfdohlen vom lande mit ihrer charlestennummer haben sie wirklich nichts besseres zu tun agatha kniff ihre kleinen augen ein wenig zusammen gerade begann ich zu glauben dass sie ganz in ordnung sind aber das sind sie nicht ich bin froh dass sie aus carsley wegziehen sie gehören hier nicht hin keiner dessen hirn noch nicht muß ist gehört hier hin in den kotzholz leben geniale köpfe schriftsteller oh ja frauen die sich vom klimakterium geplagt groschen romane über das lose treiben in pfarrhäusern ausdenken greise frauen ohne gebiss die gestecke aus trockenblumen basteln oder schlechte aquarelle malen und allesamt auf oberschicht machen mrs bloxby ist ein leuchtendes beispiel für alles was gut am dorfleben ist die vikars frau eine traurige gestalt die sich ständig um andere kümmert weil sie kein eigenes leben hat ach lassen sie uns nicht streiten sie mögen es ich nicht bis dann am abend gingen james und agatha essen james war wieder besserer laune und wollte über unseren mordfall sprechen er bat agatha sich so genau wie möglich an ihren verstorbenen mann zu erinnern wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt fragte er sie agatha hatte ganz vergessen dass sie james nie von ihrer herkunft aus einfachen verhältnissen erzählt hatte aus purem snobismus hatte sie vielmehr angedeutet wenn auch nicht direkt gesagt sie käme aus einer familie der mittelschicht und hätte eine privatschule besucht wie ich jimmy kennengelernt habe agatha seufzte legte ihr besteck ab und dachte nach warte mal ich war gerade von zu hause geflohen aus birmingham ja aus einem dieser wohnblocks in der gegend die man heute wohl als sozialer brennpunkt bezeichnet früher hieß das schlicht armenviertel sie war so in ihre erinnerungen vertieft dass sie gar nicht mitbekam wie es in james blauen augen vor schreck aufblitzte ma und dad waren praktisch immer betrunken sie nahmen mich mit 15 von der schule obwohl die lehrer sie anflehten mich meinen abschluss machen zu lassen und schickten mich zum arbeiten in eine keksfabrik gott die frauen da waren grob und brutal damals war ich ein hageres empfindliches kleines ding ich sparte so viel von meinem lohn wie ich konnte und bin eines nachts nach london geflohen als meine eltern beide im vollrausch waren ich wollte unbedingt sekretärin werden die sekretärinnen die ich oben in den büros der keksfabrik gesehen hatte kamen mir wie märchengestalten vor verglichen mit den frauen mit denen ich unten in der halle arbeitete also besorgte ich mir einen job als kellnerin und besuchte abends kurse um stenografie und schreibmaschine zu lernen ich arbeitete sieben tage die woche und war so vom ehrgeiz beseelt dass ich nicht mal wahrnahm ob mir die füße wehtaten sie bekam einen verträumten blick eines abends kam jimmy herein er war in begleitung einer ziemlich billigen blondine die etwas älter war als er sie schienen sich zu streiten dann fing er an mit mir zu flirten und das machte sie noch wütender ich dachte er wäre gar nicht wirklich an mir interessiert sondern wollte nur seine freundin ärgern aber als ich an dem abend nach der schicht durch den hintereingang hinaus ging wartete er dort auf mich er sagte dass er mich nach hause bringen würde als wir bei mir waren ich wohnte in einem möblierten zimmer in kilburn fragte ich ihn wo er wohnte und er sagte er hätte keine unterkunft weil er gerade aus seiner herausgeflogen war ich fragte ihn wo seine sachen wären angeblich hatte er sie bei der Gepäckaufbewahrung in der victoria station deponiert er würde sowieso nicht mehr als einen koffer besitzen ich sagte ihm dass er für eine nacht auf dem sofa schlafen könnte aber nur eine das tat er am nächsten tag hatte ich ausnahmsweise frei und wir gingen in den zoo komisch ich mochte zoos nie besonders mag sie bis heute nicht aber ich war so einsam und auf einmal war da dieser gut aussehende bursche der sich um mich kümmerte ich fand es herrlich irgendwann vereinbarten wir dann dass er zu mir zog natürlich wollte er mit mir schlafen doch ich hatte panische angst davor schwanger zu werden er lachte nur und sagte wir würden heiraten und das taten wir unsere flitterwochen verbrachten wir in blackpool plötzlich sah agatha james an und begriff wie viel sie ihm über ihre herkunft verraten hatte er bekam einen job als zeitungsparker in der fleet street ich arbeitete weiter als kellnerin und ging zu meinen kursen es dauerte einen monat bis mir klar wurde dass ich vom regen in die traufe gekommen war ich war von meinen trinkenden eltern geflohen und hatte einen trinker geheiratet er verlor seine arbeit und ließ sich von einem job zum anderen treiben war aber meistens arbeitslos zwei jahre hielt ich es mit ihm aus inzwischen hatte ich eine stelle als sekretärin in einer pr-agentur angenommen und brauchte mein geld um mich anständig anziehen zu können vor allem wollte ich ihm seine trinkerei nicht mehr bezahlen eines abends kam ich nach hause und er lag schnarchend auf dem bett die post lag ungeöffnet auf der fußmatte darunter ein packen informationsbroschüren von den anonymen alkoholikern die ich bestellt hatte ich legte ihm den umschlag auf die brust packte meine sachen und ging er wusste wo ich arbeitete und ich rechnete fest damit dass er zu mir kommen und geld verlangen würde doch das hat er nie getan die jahre vergingen und ich war wirklich sicher dass er längst gestorben wäre ich dachte dass keiner so viel trinken und das überleben kann als sie nach carsley zurück fuhren kam ihnen ein wagen entgegen und james machte eine vollbremsung ich glaube das war helen warwick sie muss bei uns gewesen sein bei dir meinst du sagte agatha ich fahre ihr lieber hinterher james schlug das lenkrad herum wozu fragte agatha als sie bereits die richtung geändert hatten ihr muss noch etwas eingefallen sein warum sonst sollte sie den weiten weg fahren um uns zu besuchen um uns in unseren betten zu ermorden mutmaß der agatha angesäuert die ganze strecke den hügel hinunter und auf morten in marsh zu hielt james nach helens wagen ausschau sie war einen bmw gefahren und er entdeckte einen am ersten kreisverkehr in morten sie schafften es den wagen auf der straße nach oxford einzuholen nur um dort festzustellen dass es sich bei dem fahrer um einen älteren herrn handelte und nicht um helen warwick sie fuhren noch einige meilen weiter bevor james sagte das war's wir haben sie verloren ich bin nicht direkt traurig sie war sowieso nur hier weil sie hinter dir her ist wahrscheinlich hast du recht stimmte james ihr zu agatha funkelte ihn böse an was er allerdings nicht mitbekam weil es im wagen dunkel war bis sie zu hause ankamen nieste und hustete agatha und ihr kopf fühlte sich an als wollte er jeden augenblick zerspringen auf james drängen hin nahm sie zwei aspirin ging ins bett und fiel in träume von wütenden feuersbrünsten schüssen und endlosen läufen entlang der embankment in london dicht gefolgt von roy während sie beide vor jemandem flohen den sie nicht kannten am nächsten tag war agatha so krank dass sie im bett blieb und immer wieder kurz wegdämmerte james brachte ihr essen und mineralwasser nach oben agatha verbot ihm einen arzt zu rufen und sagte sie hätte bloß eine schlimme erkältung und gäbe es gegen die ein heilmittel stünde es längst auf sämtlichen titelseiten um sieben uhr abends hörte sie die klingel dann stimmen von unten und james erschrockenen ausruf was stöhnend schlüpfte sie in ihren morgenmantel erkältung und rote nase hin oder her sie musste wissen was los war sie schleppte sich nach unten ins wohnzimmer zuerst hielt sie die szene vor ihren augen für eine fieber halluzination da waren wilkes bill wong und zwei constables agatha blinzelte und stellte fest dass sie richtig gesehen hatte warum sind die hier james james sah sie mit versteinerter mine an helen warwick ist ermordet worden agatha plumpste auf einen der sessel oh nein wann heute erdrosselt mit einem ihrer schals und sie wollte gestern abend zu uns agatha sie war hier in carsley gestern abend und jetzt ist sie tot wilkes sagte leider hat keiner in dem haus in dem sie wohnte etwas gesehen wir gehen davon aus dass die tat irgendwann am nachmittag begangen wurde und wir befragen jeden der sie kannte wie sie sehen können james zeigte auf agatha ist mrs raisin nicht in der verfassung irgendwo hinzufahren und ich habe hier den krankenpfleger gespielt ich war zweimal unten im dorfladen um lebensmittel zu kaufen das wird man dort bestätigen sie waren bei ihr sagte bilwong unvermittelt es war eine feststellung keine frage konnten sie die ermittlungen nicht uns überlassen ehrlich gesagt wüsste ich nicht welchen unterschied es gemacht hat dass wir sie aufgesucht haben und nicht sie sagte james resigniert und wieder ging diese irrwitzige befragung weiter bei der ständig wiederholt und nachgehakt wurde was hatte helen gesagt warum war er noch einmal zu ihr gefahren agatha hustete und büberte ihr ging es viel zu schlecht als dass sie das alles kümmerte nach einer gefühlten ewigkeit verabschiedeten sich die beamten zurück ins bett agatha sagte james heute abend können wir nichts mehr tun doch später wälzte sich agatha unruhig hin und her da draußen war ein mörder und nachdem er schon einmal versucht hatte sie beide zu töten könnte er es wieder probieren james wollte gerade nach oben gehen als das telefon klingelte am anderen ende war roy silver dessen stimme schrill und aufgeregt klang ist agatha da agatha liegt mit einer schlimmen erkältung im bett kann ich helfen es geht um diese frau lizzie iris hat sie gefunden sie hat jimmys sachen gut und was ist denn den sachen keine ahnung die alte pute verlangt hundert pund dafür dann bezahlen sie sie verdammt ich habe nicht so viel bei mir james was ist mit ihr abgemacht sie ist morgen mittag an der u-bahnstation temple james war aufgeregt als er sich der u-bahnstation temple näherte wenn sich doch nur etwas in jimmys sachen befinden würde das ihnen weiter half darüber hinaus machte er sich sorgen weil er agatha allein zu hause gelassen hatte es war zehn minuten vor zwölf als er die u-bahnstation erreichte aus einer spontanen eingebung heraus rief er mrs harley an und bat sie agatha anzurufen oder kurz nebenan nachzusehen ob alles in ordnung war mrs harley erklärte sich sofort bereit dazu sie hätte nichts anderes vor und würde gerne nach agatha sehen beruhigt legte james wieder auf als er sich umdrehte warteten roy und seine superdetektivin auf ihn roy machte sie miteinander bekannt und wo ist die frau fragte james während er sich umblickte was ist wenn sie nicht kommt sie wird kommen versicherte iris denken sie mal an den ganzen fusel den sie mit 100 pfund kaufen kann aggie sollte hier sein sagte roy wie geht es ihr ziemlich schlecht antwortete james hören sie ich habe ihr nichts von dem hier erzählt sonst wäre sie mit nach london gekommen und dafür ist sie einfach zu krank da ist sie sagte iris eine kleine frau in mehrere schichten schäbiger kleidung gehüllt schlurfte in die u-bahnstation ihre augen waren tief eingesunken und sie hatte keine zähne im mund sie gingen gekrümmt wie eine greisin und ihre hände mit denen sie zwei plastiktüten umklammerte waren von einer schlimmen arthritis gezeichnet knorrig und verdreht hallo lizzie sagte iris forsch geben sie uns die tasche zuerst das geld forderte lizzie ich will tausend pfund bevor james oder roy auch nur einen piep sagen konnte erwiderte iris na das war's dann lizzie wir verschwinden wieder mit unseren hundert pfund ich glaube sowieso nicht dass da irgendwas drin ist was auch nur einen fünfer wert ist james sah an lizzie's blick dass sie das vermächtnis von jimmy raisin bereits durchgesehen hatte und iris zustimmte hey warten sie mal eine krallenhand packte iris ärmel haben sie das geld iris nickte james zu der nach seiner brieftasche griff und fünf zwanzig pfundscheine herauszog lizzie's augen glänzten die tasche lizzie sagte iris das geld konterte lizzie oh nein ist das auch die richtige tasche iris nahm sie ihr ab ich sehe erstmal kurz hier rein könnten ja auch alte zeitungen sein iris wühlte in dem inhalt jimmys weltliche habe schien aus einigen fotos einem korkenzieher ein paar briefen und einer abgewetzten brieftasche zu bestehen na gut sagte iris james übergab das geld ich hoffe sie kaufen sich davon etwas zu essen lizzie sah ihn an als wäre er nicht ganz richtig im kopf griff sich das geld und stopfte es in die unteren lagen ihrer kleidung ehe sie wegschlurfte gehen wir irgendwo hin und sehen uns an was wir hier haben schlug james vor wie wäre es mit meinem büro sagte iris aber was die tasche betrifft werden sie enttäuscht sein darin sind bloß irgendwelche zettel und alte fotos sie nahmen ein taxi zu iris büro in paddington wo sie den inhalt auf den schreibtisch kippten darunter befanden sich liebesbriefe von diversen frauen mit feuchtigkeitsflecken und zerknittert jimmy hatte sie wahrscheinlich aufgehoben um mit ihnen anzugeben es fand sich auch ein foto von einer dünnen jungen frau mit kleinen augen und dichtem dunkelbraunem haar unter seinen besitztümern es steckte in seiner brieftasche sonst nichts weiter bei gott das ist ja agatha als junges mädchen sagte james man erkennt sie kaum wieder es steckten noch weitere fotos in dem verstreuten haufen und eines von ihnen zeigte jimmy an einem strand eine blonde frau mittleren alters in einem badeanzug rieb ihm den rücken mit sonnenöl ein sie war schlank und muskulös und hatte das gesicht von der kamera abgewandt verdammt wenn wir doch ihr gesicht sehen könnten murmelte james ich wette das ist mrs gore appleton zeigen sie mir noch mal die anderen fotos iris beugte sich weiter vor und ging sie erneut durch da verkündete sie triumphierend das ist dieselbe frau james blickte auf das bild einer strengen blondine mit schmalen aggressiven zügen und plötzlich wusste er wer die frau war dachte man sich die blondierung weg und packte einige pfunde auf die hüften hatte man mrs hardy vor sich ja der mund war derselbe und die harten augen gehörten auch zu ihr oh mein gott sagte james und ich habe sie gebeten nach agatha zu sehen wen quiekte roy mrs hardy das ist mrs hardy unsere nachbarin ich habe agatha gleich gesagt dass sie es ist sagte roy fast begeistert james rief zu hause an doch keiner nahm ab dann rief er bei mrs hardy an besetzt ihm wurde unangenehm heiß als er bill wong anrief und ihm hastig alles erklärte agatha hatte beschlossen endlich ein bad zu nehmen und sich anzuziehen damit es ihr wieder besser ging sie ließ sich eine ganze weile in der badewanne treiben ehe sie in ihr zimmer zurückkehrte sich einen warmen pullover und eine lange hose anzog und sich auf den tag freute an dem sie wieder in ihrem cottage war und die heizung so weit aufdrehen durfte wie sie wollte james steuerte seine heizung über eine zeitschaltuhr so dass sie lediglich morgens zwei stunden lang wärme verströmte und abends noch einmal zwei stunden was agatha nachgerade gemein fand das telefon läutete es war mrs hardy die sich bei der kranken agatha erkundigte ob sie etwas zu essen haben wollte oder etwas anderes bräuchte auf einmal wollte agatha dringend aus dem haus und wenn auch nur für einen kurzen moment ich hätte gerne eine tasse kaffee sagte sie bin gleich drüben sie ließ die katzen in den garten und steckte ihre zigaretten in die handtasche dann ging sie nach nebenan erst als sie in ihrem alten haus und in der küche war bereute agatha ihren entschluss mrs hardys bemerkungen über das dorf und dessen bewohner holten sie wieder ein und agatha konnte sich des verdachts nicht erwehren dass mrs hardy sie nicht nur bedauernswert fand sondern sich regelrecht lustig über sie machte verstärkt wurde dieser eindruck durch das spöttische glimmen in mrs hardys augen wenn sie agatha ansah auch wenn ihre stimme freundlich klang als sie ihr eine tasse kaffee reichte und sagte hier ein richtig guter brasilianer von drarys sie sehen frischbar aus sind sie sicher dass sie nicht im bett sein sollten ja tatsächlich fühle ich mich besser als ich aussehe sagte agatha und blickte sich in der küche um bald gehörte das cottage wieder ganz ihr was macht mr lacey in london fragte mrs hardy oh er ist nicht in london er ist bei der polizei in merster das steht in der nachricht die er mir dagelassen hat wie merkwürdig er rief mich an und bat mich nach innen zu sehen nachdem er aufgelegt hatte habe ich 1471 gewählt und mir wurde eine londoner nummer angezeigt vielleicht ist er spontan von merster aus hingefahren sagte agatha das telefon im wohnzimmer läutete entschuldigen sie mich mrs hardy ging zum apparat und nahm ab dann hörte agatha sie sagen nein ich habe sie heute nicht gesehen bevor sie wieder auflegte sofort danach klingelte es wieder offenbar legte mrs hardy den hörer einfach daneben denn in dem ansonsten stillen cottage drang die leise blecherne stimme des anrufers bis in die küche in die mrs hardy nun zurückkam da ist doch jemand am telefon sagte agatha ach das ist einer von diesen ekligen anrufen nur schweres atmen zu hören und so mrs hardy ging wieder ins wohnzimmer knallte den hörer erst auf die gabel und legte ihn dann neben den apparat mir ist gerade eingefallen dass ich noch weg muss sagte mrs hardy aber trinken sie ruhig ihren kaffee aus während ich nach oben laufe und einige sachen hole agatha nickte und trank ihren kaffee bald wurde ihr langweilig und neugierig wie sie war stand sie auf und linste in die küchenschränke dann zog sie die schubladen auf in einer lagen fotos herum agatha schob eines der oberen beiseite und erstarrte auf dem bild war ihr mann zu sehen der neben einer blonden frau mit strengen zügen saß irgendwo in einem französischen straßencafé das gesicht kam agatha bekannt vor dieser spöttische blick und der harte mund sie schob die schublade langsam wieder zu und stützte sich auf die arbeitsplatte wie dumm sie alle gewesen waren dabei war es so unfassbar simpel mrs hardy war mrs gore appleton sie musste es gewesen sein die miss pervey in dem kino erkannte und die goldgräberin helen warwick hatte aus irgendeinem grund james besuchen wollen zufällig mrs gore appleton gesehen und sie ebenfalls erkannt sie mussten miteinander gesprochen haben mrs gore appleton war so verändert dass helen etwas gesagt haben könnte wie sind sie nicht die frau die ich in der kurklinik kennengelernt habe hatte mrs gore appleton versucht sie zu bestechen ihr gesagt sie würde zu ihr nach london kommen oder sie gefragt wo sie denn wohne etwas in der art und helen könnte mitgespielt haben weil sie hoffte dass sich ihre entdeckung zu geld machen ließ als sie mrs gore appleton die treppe herunterkommen hörte gefror agatha das blut in den adern wäre sie vom fieber das nun wieder stieg nicht so benebelt gewesen hätte sie wohl vernünftiger gehandelt sie wäre geflohen und hätte die polizei gerufen stattdessen wurde sie von einer schwindligen wut gepackt und sagte mrs gore appleton nehme ich an sie wies mit dem daumen über ihre schulter ich habe das bild von ihnen und jimmy gesehen sie sind wirklich fürs dorfleben gemacht so wie sie ihre nase in alles stecken mrs gore appleton blockierte mit ihrer kräftigen gestalt die tür agatha hätte fragen können warum die frau drei menschen ermordet hatte stattdessen hörte sie sich sagen warum carsley und wieso dieses cottage ich wollte weg aus london antwortete mrs gore appleton ich habe versucht in spanien zu leben aber dort hat es mir nicht gefallen da habe ich einen makler beauftragt mir etwas in den kotswolds zu suchen mir wurden mehrere broschüren geschickt und dann entschied ich mich hierher zu kommen und mich persönlich umzusehen da fiel ihr name ich wusste nicht dass sie mit jimmy verheiratet waren denn er hat weder sie erwähnt noch jemals erzählt dass er verheiratet war aber ich fand den namen witzig also habe ich dieses haus gekauft und jimmy kam her erkannte sie und versuchte geld von ihnen zu erpressen richtig ich hatte mir einige falsche papiere auf den namen gore appleton zugelegt doch nachdem die wohlfahrtsgeschichte abgewickelt war benutzte ich wieder meinen richtigen namen warum haben sie mich nicht umgebracht fragte agatha während sie sich nach einer waffe umsah tja das habe ich versucht als ich laces haus anzündete doch mit der zeit fand ich sie eigentlich ganz nett um den verdacht weiter von mir abzulenken heuerte ich jemanden an der den maskierten bewaffneten mimte mein tritt war gründlich einstudiert wer war das eben am telefon fragte agatha die polizei nein das war diese lästige vikars frau die wissen wollte wo sie sind agatha straffte ihre schultern mrs gore appleton hatte keine waffe ich gehe jetzt und rufe die polizei mrs gore appleton trat zur seite nur zu ich bin das ewige weglaufen leid wenigstens haben sie die todesstrafe abgeschafft agatha marschierte an ihr vorbei ins wohnzimmer dort legte sie den hörer auf die gabel zurück nahm ihn gleich wieder auf und begann die nummer der polizei in merster zu wählen mrs gore appleton die sich von hinten angeschlichen hatte schlug ihr mit wucht einen messing schür haken auf den kopf ächzend ging agatha zu boden dumme kuh mrs gore appleton verpasste ihr einen tritt und legte den hörer wieder auf anschließend ging sie hinaus zum garten schuppen und holte sich einen spaten sie riss einige von agathas schönsten stauden aus warf sie auf den rasen und fing an ein grab zu schaufeln zu ihrem glück war die erde durch den regen der erst kürzlich gefallen war locker und das graben leicht dann kehrte sie ins wohnzimmer zurück und fühlte den puls der bewusstlosen agatha sie lebte noch doch dieses problem wird sich mit dem vergraben erledigt haben dachte mrs gore appleton an den füßen schleifte sie agatha durch die küche in den garten agathas kopfwunde hinterließ eine blutige spur auf den steinen vor der küchentür bevor agatha über den rasen gezerrt und mit dem gesicht voran in das grab geschoben wurde ruhe in frieden agatha sagte mrs gore appleton und warf eine schaufel voll erde ins grab sie war ganz auf ihre arbeit konzentriert und hatte dem haus den rücken zu gewand deshalb bemerkte sie auch nicht dass sich jemand näherte bis fred griggs sie packte und zu boden warf während bill wong in das grab sprang und hektisch begann agatha mit bloßen händen von der erde zu befreien agatha kam im krankenhaus wieder zu sich und sah bill wong neben ihrem bett sitzen sie werden wieder sagte bill aber gehen sie es ruhig an ich nehme später ihre aussage auf agatha blickte sich benommen um sie lag in einem privatzimmer und überall standen blumen dann riss sie die augen weit auf es war die ganze zeit über mrs gore appleton was ist passiert sie sind gerade noch mal davon gekommen antwortete bill sie hat sie mit einem schürhaken niedergeschlagen ein loch im garten gebuddelt und versucht sie lebendig zu begraben halten sie das schon aus ich kann wieder gehen wenn sie wollen nein bleiben sie sagte agatha matt doch ihr fielen die augen zu und sie dämmerte weg als sie wieder wach wurde fühlte sie sich deutlich stärker agathas nächste besucherin war mrs bloxby ich bin so froh sie wohl aufzusehen sagte die vikars frau die weintrauben in eine schale füllte wissen sie es war im grunde reiner zufall ich habe über mrs hardy nachgedacht so sollten wir sie wohl nennen denn immerhin ist das ihr richtiger name und ich dachte über das feuer nach und den bewaffneten und ich bekam ein ganz schlechtes gefühl dabei ich rief sie an um zu fragen ob sie bei ihr wären denn bei james und ihnen ging niemand ans telefon sie verneinte doch irgendwie ich weiß selbst nicht wieso war mir als würde sie nicht die wahrheit sagen deshalb rief ich noch einmal an sie hob zwar ab meldete sich jedoch nicht und legte den hörer offenbar einfach nebens telefon dann glaubte ich ihre stimme im hintergrund zu hören bevor der hörer doch noch aufgelegt wurde ich zog meinen mantel über und lief in die leiderclean da sah ich auch schon den streifenwagen diese person hat tatsächlich versucht sie lebendig zu begraben was für eine niedertracht bill wong kam herein ich habe ihnen pralinen mitgebracht setzen sie sich forderte agatha ihn ungeduldig auf und erzählen sie mir alles sie redet und redet sagte bill ich glaube sie ist ein bisschen irre sie erzählte mir dass sie gerade ihre falsche wohltätigkeitsorganisation aufgezogen hatte als ihr jimmy über den weg lief er muss ein wark gewesen sein trotzdem hat sich in ihn verliebt die erpressungen nach dem aufenthalt in der kur klinik waren jimmys idee aber sie hat mitgemacht und dann sah jimmy sie zufällig am tag ihrer trauung und beschloss sie zu erpressen sie gab ihm ihre adresse und sagte er solle früh am nächsten morgen zu ihr kommen ihren streit mit jimmy hat sie mitbekommen weil sie da schon als mann verkleidet auf ihn wartete wir fanden die männer schuhe in ihrem schrank sie erdrosselte jimmy und dachte damit wären ihre probleme beseitigt dann erdrosselte sie die arme miss pervey sie sagt dass helen warwick sie gesehen hat als sie james lacey besuchen wollte mrs goappleton mrs hardy ist wohl einfacher so flierte mrs bloxby na gut mrs hardy konnte helen warwick davon überzeugen dass sie nichts mit den morden zu tun hatte und wenn sie den mund hielte wollte sie ihr ein geschenk vorbeibringen wäre die naive frau direkt zur polizei gegangen würde sie heute noch unter uns sein sie können jedenfalls von glück sagen dass sie am leben sind agatha diese frau hätte sie fast erschlagen wussten sie wer sie ist ja ich habe ein foto von ihr und jimmy in der küchenschublade gefunden aber mit der schlimmen erkältung die sie anscheinend gleich mit aus mir heraus geprügelt hat kam mir alles so unwirklich vor ich stand völlig neben mir als ich sie zur rede stellte und sagte dass ich die polizei rufen würde es schien als wollte sie aufgeben was mir allerdings wirklich zu schaffen macht ist der umstand dass ausgerechnet roy silver die ganze zeit sicher war dass mrs hardy die täterin ist das wird er mir bis in alle ewigkeit unter die nase reiben und was ist mit mrs comfort warum hat sie sich so plötzlich auf und davon gemacht dafür gibt es eine ganz simple erklärung sie ist wieder da und hat uns erzählt dass sie nicht in eine mordermittlung verwickelt werden wollte sie hatte angst vor ihrem ex-mann wie gesagt sie hatte sich zuerst hoffnungen gemacht ihn wieder zurück zu gewinnen aber dann verliebte sie sich in basil und fand heraus dass ihr ex zu trinken begonnen hat und unter alkoholeinfluss extrem aggressiv wird joffrey ist vorsichtig formuliert exzentrisch geworden und die nachbarn beschweren sich schon dass er sie massiv bedroht wenn er betrunken ist wie dumm von dieser frau sich so zu verhalten sagte agatha verärgert ihretwegen haben wir wertvolle zeit vergeudet auf einmal sah sie die beiden unsicher an wo ist james war er hier bill und mrs bloxby wechselten einen blick wo ist er fragte agatha streng am besten sagen wir ihr die wahrheit sagte mrs bloxby sie hat ihn doch nicht umgebracht geht es ihm gut mrs bloxby griff nach agathas hand ihm geht es gut sagte bill er hat herausgefunden dass mrs hardy und mrs gore appleton ein und dieselbe person sind diese detektivin von roy spürte die geheimnisvolle lizzie auf und james fand ein foto von jimmy raisin und mrs hardy bei jimmys sachen und kurz zuvor hatte er sie gebeten nach ihnen zu sehen er rief mich direkt an und wo ist er jetzt mrs bloxby drückte ihre hand noch fester er hat seine aussage gemacht antwortete bill dann rief er hier im krankenhaus an um sich nach ihnen zu erkundigen und danach ist er nach zypern geflogen er meinte dass er dringend weg müsste eine umzugsfirma hat mrs hardys sachen abgeholt nachdem die spurensicherung alle beweise gesichert hat james hat ihre sachen aus seinem cottage wieder nach drüben gebracht es tut mir leid agatha ich hatte einen kleinen streit mit ihm weil ich fand dass er wenigstens warten könnte bis sie wieder bei bewusstsein sind tja das war's dann wohl sagte agatha unbekümmert auch wenn ihre augen glänzten die tage vergingen und agatha kam langsam wieder zu kräften auch ihre stimmung besserte sich roy silver besuchte sie und sie wies ihn sofort an ihre umzugsfirma anzurufen damit ihre eingelagerten sachen zurück ins cottage befördert wurden roy half ihr mit freuden hatte mr wilson ihm nicht einen fetten bonus versprochen wenn es ihm gelang agatha raisin zurück in die firma zu locken zwei tage später kam er zu ihr und erzählte strahlend dass alles wieder an seinem platz war und doris simpson die putzhilfe sich um die katzen kümmerte und ich habe das hier auf deinem küchentisch gefunden sagte roy und reichte ihr einen brief agatha öffnete ihn er war von james sie legte ihn beiseite den lese ich später na das war ein abenteuer was meinte roy auch wenn dein freund dieser bill wong allein das ganze lob in den zeitungen einstreicht kein wort von uns du hättest eine erwähnung verdient roy setzte sich zu ihr auf die bettkante wenn du mich fragst aggie dieses dorfleben ist nichts für dich viel zu düster und gefährlich agatha grinste ich weiß was du vorhast roy und mir ist klar warum du so hilfsbereit bist ich bin dir ehrlich dankbar dass du alles für mich geregelt hast aber ich will nicht wieder arbeiten findest du nicht du schuldest mir was fragte roy schmollend wer hat denn die detektivin engagiert du und aus einem sehr hinterhältigen grund ich habe es aus freundschaft getan empörte sich roy du würdest jetzt in deinem garten verrotten wäre ich nicht gewesen komm schon jetzt da diese pfeife lacey sich aus dem staub gemacht hat brauchst du ein bisschen ablenkung wie wäre es mit einem halben jahr agatha war schon einmal für sechs monate zu padmans zurückgekehrt sie überlegte es könnte funktionieren außerdem fühlte sie jedes mal einen dumpfen schmerz in ihrem bauch wenn sie an james dachte herzen brachen nicht aber manchmal war es als könnten eingeweidet zerreißen na gut sagte sie aber keinen tag länger aggie du bist phänomenal dann gehe ich jetzt schnell und rufe wilson an als er fort war öffnete agatha den brief liebe agatha stand dort gewiss hältst du mich für einen schuft dass ich einfach nach zypern verschwinde auch wenn ich mich vorher vergewissert habe dass du dich wieder vollständig erholen wirst es ist nur so dass ich dringend etwas zeit für mich brauche und ich befürchte wenn ich bleibe und dich wieder sehe werde ich niemals abreisen gleichzeitig ist mir bewusst geworden dass ich noch nicht für eine ehe bereit bin verzeih mir bitte ich denke ich liebe dich so sehr wie ich überhaupt jemanden lieben kann vergiss das nicht dein james agatha legte den brief zur seite und starrte ins nichts hoffnung regte sich in ihrer verwundeten seele und sie las den einen satz wieder und wieder ich denke ich liebe dich so sehr wie ich überhaupt jemanden lieben kann dann drückte sie die klingel neben ihrem bett kann ich morgen nach hause gehen ja mrs raisin antwortete die schwester wären sie wohl ein engel und holen mir die nötigen formulare damit ich gleich entlassen werden kann ich gehe schon heute wenn sie das für klug halten als die schwester verschwunden war kam roy silver herein Wilson ist begeistert agatha kannst du in einem monat anfangen ja sicher sagte agatha doch roy blieb misstrauisch jetzt guck mich nicht so an wirst du nicht in london erwartet ja aber lauf nicht weg ich liege noch bis morgen in einem krankenhaus oder etwa nicht roy verließ sie und ging langsam über den krankenhaus korridor als er an einer schwester vorbeikam die mit einem arzt sprach hörte er die schwester sagen diese mrs raisin in zimmer 5 will heute schon gehen sie soll erst morgen entlassen werden aber ein tag früher ist wohl kein problem schätze ich die beiden gingen und roy stand stocksteif da dann drehte er sich um hielt aber wieder inne falls agatha es sich anders überlegt hatte würde sie es ihm ohnehin nicht verraten deshalb würde er lieber warten bis sie das krankenhaus verließ und sich vergewissern dass sie wirklich nach hause fuhr eine stunde lang saß er schon in seinem auto auf dem parkplatz als er mrs bloxby die vikas frau vorfahren sah nach einer weiteren halben stunde kam sie mit agatha aus dem gebäude und die frauen stiegen in mrs bloxbys wagen roy startete den motor und fuhr ihnen nach statt nach carsleigh fuhren sie nach morton in marsh und hielten vor einem reisebüro wieder wartete roy draußen sobald sie wieder abgefahren waren stolzierte er in das reisebüro und sagte vergnügt eben habe ich meine freundin mrs raisin gesehen zieht es sie mal wieder in die ferne stimmt antwortete die frau am schreibtisch nach zypern ehrlich wann denn morgen was kann ich für sie tun sir dieses alte verschlagene luder brüllte roy der an seinen verlorenen bonus dachte wie bitte sir die frau eine elegante brünette sah ihn entsetzt an gott wie ich die frauen hasse sie hörten agatha raisin und der tote ehemann von mc beaton gesprochen von julia fischer auf wiederhören bei audible rau 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 schm rau 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 și rau Ich bin mein Mann, ich bin mein Mann. mit Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh. Oh, oh. »Neine Gefühle«, dachte Agatha. Sie schlich ins Bad, wusch sich, zog sich an und ging dann nach unten, wo sie unschlüssig stehen blieb. Hier sollte sie wohnen, inmitten von James' Wälzern aus der Bücherei, den Fotos aus seiner Schul- und Regimentszeit. Und hier in dieser klinisch sauberen Küche, wo kein Krümel auf den blitzblanken Oberflächen zu finden war, würde sie kochen. Oder nicht? Bisher hatte James immer für sie gekocht. Agatha kam sich wie ein Eindringling vor. James' Eltern lebten nicht mehr, aber Agatha hatte seine elegante Schwester kennengelernt und deren hoch aufgeschossenen Ehemann, einen Börsenmakler. Sie schienen Agatha weder zu noch abgeneigt, obwohl Agatha gehört hatte, wie James' Schwester sagte, »Na, wenn es das ist, was James will, halten wir uns raus. Es könnte schlimmer sein, irgendein hohlköpfiges Flittchen.« Und ihr Mann hatte entgegnet, »Ein hohlköpfiges Flittchen wäre nachvollziehbar gewesen.« »Nicht unbedingt schmeichelhaft«, dachte Agatha. Sie beschloss hinüber, in ihr Cottage zu gehen. Nachdem sie dort die Tür aufgeschlossen hatte und von ihren beiden Katern, Hodge und Boswell, stürmisch begrüßt worden war, blickte sie sich wehmütig um. Ihre Möbel und sonstigen Sachen würden eingelagert werden, weil Agatha James' ordentliches Cottage nicht mit ihrem Kram vollstellen wollte, wo er schon zugestimmt hatte, ihre Katzen bei sich wohnen zu lassen. Jetzt wünschte sie, sie hätte vorgeschlagen, dass sie sich zusammen etwas Größeres suchten, damit sie wenigstens einen Teil ihrer Sachen mitnehmen könnte. Sie fütterte ihre Kater und öffnete die Hintertür, damit die beiden in den Garten konnten. Es war ein strahlender Tag. Der Himmel spannte sich hoch über den grünen Hügeln und es wehte nur eine leichte Brise. Agatha ging zurück in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen, wobei sie sich genüsslich in dem Chaos umblickte. So etwas würde James niemals erlauben. Es läutete. Detective Sergeant Bill Wong hielt ein großes Paket in den Armen. »Endlich habe ich Ihr Hochzeitsgeschenk besorgt.« »Kommen Sie rein, Bill. Ich habe gerade Kaffee gekocht.« Er folgte ihr in die Küche und stellte den Karton auf den Tisch. »Was ist das?«, fragte Agatha. Bill lächelte, sodass sich kleine Fältchen in den Winkeln seiner mandelförmigen Augen zeigten. »Machen Sie auf und sehen Sie nach.« Agatha riss das Geschenkpapier von dem Paket. »Vorsichtig«, warnte Bill. »Es ist zerbrechlich.« Und es war sehr schwer. Ächzend hob Agatha den Gegenstand heraus und zog das Seidenpapier zur Seite, in das er gewickelt war. Zum Vorschein kam ein riesiger, goldgrüner Porzellan-Elefant. Unbeschreiblich geschmacklos und mit einem großen Loch im Rücken. Agatha starrte ihn benommen an. »Wozu ist das Loch?« »Um Regenschirme hineinzustellen«, antwortete Bill stolz. »Und?«, hörte sie Bill fragen. »Das wäre doch nicht nötig gewesen, Bill«, sagte Agatha aufrichtig gerührt. »Er sieht sehr teuer aus.« »Der ist antik«, erklärte Bill, »viktorianisch. Für sie nur das Beste.« Agatha kamen fast die Tränen. Bill war der erste Freund gewesen, den sie hier kurz nach ihrem Umzug gefunden hatte. »Ich werde ihn in Ehren halten«, sagte sie entschlossen. Agatha schenkte Bill Kaffee ein. »Alles bereit für den großen Tag?«, fragte er. »Alles bereit.« Er sah sie prüfend an. »Keine Zweifel oder Ängste?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe sie das nie gefragt, aber woran ist ihr erster Mann eigentlich gestorben?« Agatha drehte sich weg von ihm und strich ein Geschirrtuch glatt. »Alkoholvergiftung.« »Und wo ist er begraben?« »Bill, es war keine glückliche Ehe und es ist ewig her. Deshalb möchte ich lieber nicht daran erinnert werden, okay?« »Sicher.« »Ah, es hat geklingelt.« Agatha öffnete die Tür. Es war Mrs. Bloxby. Bill stand auf, um zu gehen. »Ich muss los, Agatha. Ich bin ja noch im Dienst.« »Irgendetwas Interessantes?« »Keine spannenden Morde für Sie, Miss Marple. Bloß einige Einbrüche.« »Wir sehen, Mrs. Bloxby. Werden Sie Agathas Trauzeugin sein?« »Ja, ich habe die Ehre,« sagte Mrs. Bloxby. Nachdem Bill gegangen war, zeigte Agatha der Vikarsfrau den Elefanten. »Ach, du liebe Güte, so einen habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen.« »James hasst ihn garantiert,« sagte Agatha finster. »Dann wird er sich eben an ihn gewöhnen müssen.« »Will ist ein guter Freund.« »An ihrer Stelle würde ich eine Grünpflanze hineinstellen.« »Sie wissen schon, so eine mit hängenden Zweigen und großen Blättern.« »Die würde den Elefanten größtenteils verdecken.« »Gute Idee,« sagte Agatha gleich munterer. »Und in die Flitterwochen soll es nach Nordzypern gehen?« »Wohnen Sie in einem Hotel?« »Auf und ich waren seinerzeit im Dome in Girne.« »Nein, wir haben ein Haus gemietet.« »James war früher dort stationiert und hat seinem alten Dolmetscher geschrieben, der damals alles für ihn organisiert hat.« »Der hat ihm Fotos von einer sehr hübschen Villa außerhalb von Girne geschickt, an der Strecke nach Nicosia.« »Die sieht himmlisch aus.« »Übrigens, ich bin gekommen, um Ihnen beim Packen zu helfen,« sagte die Vikasfrau. »Das ist sehr nett, danke, aber ich packe nicht selbst. Ich habe eine von diesen fantastischen Umzugsfirmen engagiert, die sich um alles kümmern.« An Agathas Hochzeitstag verzogen sich die Regenwolken und Sonnenlicht glitzerte in den Pfützen. Die tropfen gesprengelten Rosen in Agathas Garten verströmten einem berauschenden Duft. Doris Simpson würde während der Flitterwochen Agathas Kater hüten, sodass ihr Cottage nun leer stand. Einzig der Elefant und Agathas Kleider waren in James' Cottage umgezogen. Agatha nahm Platz, um sich für ihren großen Tag zu schminken. Sie wischte sich eine dicke Schicht Antifaltencreme ab und starrte entsetzt ihr Spiegelbild an. Ein heftiger roter Ausschlag blühte auf ihrem Gesicht und ihre Haut glühte. Eilig lief sie ins Bad und wusch sich mit reichlich kaltem Wasser, doch die Rötung blieb. Mrs. Bloxby kam und fand Agatha den Tränen nahe vor. »Sehen Sie mich an«, jammerte Agatha, »ich habe eine neue Creme ausprobiert, Instant Youth, und das ist dabei herausgekommen.« »Die Zeit drängt, Agatha«, sagte Mrs. Bloxby nervös, »haben Sie kein stark deckendes Make-up, das Sie auflegen können?« Agatha entdeckte eine alte Dose mit Kompaktpuder, das sie üppig auftrug. Es hinterließ einen Rand an ihrem Kinn, sodass sie auch den Hals mitschminken musste. Anschließend legte sie noch eine schichtlosen Puder darüber. Lidschatten, Rouge und Wimperntusche folgten. Agatha stöhnte angesichts des maskenähnlichen Effekts, doch daran ließ sich nun nichts mehr ändern. Mrs. Bloxby, die am Fenster stand, sagte, dass die Limousine bereits wartete, die sie nach Merster bringen sollte. »So viel zum wichtigsten Tag meines Lebens«, dachte Agatha unglücklich. Es war sonnig, allerdings wehte ein böiger Wind, der Agatha den Hut vom Kopf riss, als sie in die Limousine steigen wollte. Der Strohhut kullerte durch die Lilac Lane und landete in einer Schlampfütze. »Ach, du lieber Himmel«, sagte Mrs. Bloxby, »haben Sie noch einen anderen Hut?« »Nein, ich gehe ohne«, antwortete Agatha und rang mit einem sich ankündigenden Weinkrampf. Auf dem Weg nach Merster gab Mrs. Bloxby es bald auf, sich mit Agatha unterhalten zu wollen. Die künftige Braut war außergewöhnlich schweigsam. Immerhin besserte sich Agathas Laune ein wenig, als das Standesamt vor ihnen auftauchte und sie James sah, der vor dem Eingang stand und mit seiner Schwester und Bill Wong plauderte. Roy Silver war ebenfalls dort. Er fühlte sich nun geradezu frei von jeder Schuld, nachdem er doch nichts weiter unternommen hatte, um Agathas Hochzeit zu ruinieren. Jimmy Raisin war zwar nicht tot, würde es aber bald sein. Und auch wenn er Jimmy gegenüber erwähnt hatte, dass Agatha heiraten wollte und in Carsley lebte, war Jimmy doch so betrunken, ja, sturzbesoffen gewesen, dass er ganz sicher kein Wort von alledem mitbekommen hatte. Fred Griggs, der Polizist von Carsley, unterschied sich insofern von den meisten seiner Kollegen, als dass er gern durchs Dorf spazierte, anstatt mit dem Streifenwagen herumzufahren. Angewidert sah er den Fremden an, der aus nördlicher Richtung auf der Straße ins Dorf gewankt kam. »Wie heißen Sie und was wollen Sie hier?«, fragte Fred. »Jimmy Raisin«, sagte der Fremde. Jimmy war zum ersten Mal seit Wochen nüchtern. Er hatte in der Unterkunft der Heilsarmee gebadet, sich rasiert und anschließend Geld für eine Busfahrkarte in die Cotswolds erbettelt. Die Heilsarmee hatte ihn auch mit einem anständigen Anzug und einem Paar Schuhen ausgestattet. »Sind Sie ein Verwandter von Mrs. Raisin?«, fragte Fred, auf dessen rundem Gesicht nun ein echtes Lächeln erschien. »Ich bin Ihr Mann«, sagte Jimmy. Er blickte sich in dem ruhigen Dorf mit den gepflegten Häusern um und stieß einen zufriedenen Seufzer aus. »Kann nicht sein«, sagte Fred und wurde wieder ernst. »Unsere Mrs. Raisin heiratet heute.« Jimmy zog ein oft gefaltetes und schmutziges Blatt Papier aus der Tasche, seine Heiratsurkunde, die er irgendwie über die Jahre aufbewahrt hatte. Nun reichte er sie stumm dem Polizisten. Entgeistert rief Fred. »Dann verhindere ich mal lieber diese Hochzeit. Oh mein Gott, warten Sie hier, ich hole den Wagen!« Der Standesbeamte kam nicht dazu, James und Agatha zu Mann und Frau zu erklären. Vorher hörten sie, wie es hinten im Saal unruhig wurde, und dann eine laute Stimme. »Stop!« Agatha drehte sich langsam um. Sie erkannte Fred Griggs, nicht hingegen den Mann, der bei ihm war. Auch wenn Jimmy stark getrunken hatte, als sie ihn vor vielen Jahren verließ, war er ein gut aussehender Mann, mit dichten, schwarzen Locken gewesen. Der Mann neben Fred hatte schmieriges, graues Haar, ein aufgedunsenes Gesicht mit einer Knollennase, und seine Schultern hingen nach vorn. Überhaupt sah er viel zu klapprig aus, um den Bierbauch zu schleppen, der ihm über den Hosen bunt quoll. Fred kam hastig auf Agatha zu. »Ihr Ehemann ist hier, Agatha. Dies ist Jimmy Raisin.« Agatha blickte sich verwirrt um. »Er ist tot! Jimmy ist tot! Wovon redet Fred?« »Ich bin's, Aggie, dein Mann!«, sagte Jimmy und wedelte mit seiner Heiratsurkunde vor ihrem Gesicht herum. Agatha bemerkte, wie James Lacey neben ihr erstarrte. Wieder sah sie Jimmy Raisin an, und unter den Verwüstungen, welche die jahrzehntelange Trinkerei angerichtet hatte, entdeckte sie tatsächlich eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Mann von früher. »Wie hast du mich gefunden?«, fragte sie matt. Jimmy wandte sich um und wies mit den Daumen in Roy's Richtung. »Der da stand auf einmal vor meinem Karton. Jawohl!« Roy quiekte vor Angst, sprang auf und rannte aus dem Raum. Eine von James' Tanten, eine dünne Bohnenstange mit einer lauten, durchdringenden Stimme, sagte sehr vernehmlich, »Nein, wirklich, James! Da hast du all die Jahre die Ehe gemieden, und jetzt wirst du in solch einen Schlamassel hineingezogen!« Plötzlich war es, als legte sich in Agatha ein Schalter um. Sie sah ihren rechtmäßig angetrauten Ehemann mit blankem Hass in ihren Bärenaugen an. »Ich bringe dich um, du Schwein!«, heulte sie auf. Sie versuchte, ihm an die Gurgel zu gehen, was Bill Wong jedoch verhinderte, indem er sie nach hinten zog. James Lacey übertönte die entsetzten Ausrufe der Gäste und Verwandten, als er zu dem mit offenem Mund dastehenden Standesbeamten sagte, »Bringen Sie uns bitte in ein anderes Zimmer!« Dann legte er eine Hand unter Agathas Arm und schob sie hinter dem Standesbeamten her. Bill Wong folgte ihnen zusammen mit Jimmy Raisin. Sobald sie alle in einem staubigen Vorzimmer saßen, sagte James verärgert, »Natürlich kann es jetzt keine Hochzeit mehr geben!« »Selbstverständlich nicht«, stimmte Bill ihm zu, »erst wenn Agatha geschieden ist.« »Agatha kann sich meinetwegen scheiden lassen«, entgegnete James, »aber eine Heirat kommt für mich nicht mehr in Frage.« »Du hast mich belogen, Agatha, und mich lächerlich gemacht, und das werde ich dir nie verzeihen. »Niemals!« Er wandte sich zu Bill. »Versuchen Sie, dieses Chaos zu regeln. Ich verschwinde. Hier hält mich nichts mehr.« »Ich hatte Angst, dich zu verlieren«, flüsterte Agatha. Doch anstelle einer Antwort hörte sie nur das Knallen der Tür, als James das Zimmer verließ. »Du hast es weit gebracht, Aggie«, jammerte Jimmy. »Wie wäre es mit ein bisschen Barem, damit ich hier wieder weg kann?« Agatha öffnete ihre Gucci-Tasche und holte ihr Portemonnaie heraus. Grob riss sie einige Geldscheine aus dem Seitenfach und schleuderte sie Jimmy entgegen. »Geh mir aus den Augen!« Grinsend steckte Jimmy das Geld in seine Tasche. »Kein Kuss zum Abschied!« Bill schob ihn zur Tür und hinaus auf den Flur, dann kehrte er zu Agatha zurück. »Bei allem Respekt, Officer«, sagte der Standesbeamte, »ich muss darauf bestehen, dass Sie den Herrn als Zeugen zurückholen. Mir scheint, dass Mrs. Raisin eine Anzeige wegen Versuch der Bigamie droht.« »Nein, das ist nichts als ein schreckliches Missverständnis«, entgegnete ihm Bill. »Zufällig war ich vor einem Jahr anwesend, als Mrs. Raisin einen Brief von einem alten Bekannten aus London erhielt, dass Jimmy tot wäre.« »Stimmt es nicht, Agatha?« Trotz ihres Elends war Agatha Geistes gegenwärtig genug, um den Rettungsring zu ergreifen, den Bill ihr zuwarf, und sie nickte. »Wie Sie also sehen,« sagte Bill, »hatte niemand die Absicht, Bigamie zu begehen. Mrs. Raisin hat einen furchtbaren Schock erlitten, deshalb schlage ich vor, dass wir jetzt alle nach Hause gehen.« »Nun gut, da Sie ein angesehener Vertreter des Gesetzes hier in Myrster sind,« sagte der Standesbeamte, »werde ich kein Wort mehr über die Angelegenheit verlieren.« Agatha fuhr zu ihrem Cottage zurück. In dem Haus befand sich nichts außer Bills Porzellanelefant und ein Koffer mit ihrer Kleidung. James hatte einen Schlüssel für ihr Cottage und musste ihre Sachen herübergebracht haben. Den Schlüssel hatte er ebenfalls dagelassen. Agatha hatte Mrs. Bloxby gebeten, den Leuten im Gemeindesaal zu sagen, sie sollten eine Party feiern, statt des Hochzeitsempfangs. Dann rief sie die Umzugsfirma an, damit diese ihre Sachen zurückbrachte.